Jasmina Reza Babylon Er steht auf der Straße, an einer Wand, in Anzug und Krawatte. Abstehende Ohren, misstrauischer Blick, kurze weiße Haare. Er ist mager, schmalschultrig. Gut sichtbar hält er eine Zeitschrift vor sich. Man kann den Titel lesen. Awake. Die Bildunterschrift lautet Jehovah's Witness, Los Angeles. Das Foto stammt von 1955. Er sah aus wie ein kleiner Junge. Er ist seit langem tot. Er zog sich anständig an, wenn er seine frommen Traktate anbot. Er war allein, erfüllt von trauriger, verbissener Hartnäckigkeit. Zu seinen Füßen ahnt man eine Aktentasche, der Griff ist zu sehen. Darin die Dutzende Traktate, die niemand oder so gut wie niemand ihm abnehmen wird. Auch diese in sinnlos hoher Auflage gedruckten Schriften gemahnen an den Tod. Diese Anfälle von Optimismus. Zu viele Gläser, zu viele Stühle. Wir besitzen viel zu viele Dinge und berauben sie gerade dadurch ihres Sinnes. Die Dinge und unsere Mühen. Die Wand, vor der er steht, ist riesenhaft. Das errät man an ihrer schweren Undurchdringlichkeit, der Größe der behauenden Steine. Sie steht sicher immer noch dort in Los Angeles. Der Rest hat sich irgendwo aufgelöst. Der kleine Mann mit den spitzen Ohren im schlotternden Anzug, der sich vor die Wand gestellt hatte, um eine fromme Zeitschrift zu verteilen. Sein weißes Hemd. Die dunkle Krawatte. Die an den Knien durchgescheuerten Hosenbeine. Seine Aktentasche. All die Hefte. Was zählt es schon, wer man ist, was man denkt, was aus einem wird? Man steht irgendwo in der Landschaft bis zu dem Tage, an dem man nicht mehr da ist. Gestern hat es geregnet. Ich schlug mal wieder »The Americans« von Robert Frank auf. Es war irgendwo im Bücherschrank in ein Regal geklemmt. Ich schlug das Buch auf. Zum ersten Mal seit 40 Jahren wieder. Ich erinnerte mich an den Typen, der auf der Straße seine Zeitschriften darbietet. Das Foto ist körniger, blasser als in der Erinnerung. Ich wollte mir »The Americans« noch einmal ansehen. Das traurigste Buch der Welt. Tote, Tankstellen, einsame Gestalten mit Cowboyhut. Beim Blättern wandern Jukeboxes vorbei. Fernseher. Die Gegenstände des jungen Wohlstands. Sie stehen ebenso einsam da wie der Mann. Überdimensionierte Neuankömmlinge, zu schwer, zu licht, in unvorbereitete Räume hineingestellt. Eines schönen Morgens werden sie entfernt. Noch eine kleine Runde werden sie drehen auf dem holprigen Weg zum Schrottplatz. Man steht irgendwo in der Landschaft bis zu dem Tage, an dem man nicht mehr da ist. Mir fiel der Skopitone ein, die Film-Jukebox im Hafen von Jepp. Um drei Uhr früh fuhren wir mit dem Dusch wohl los, um das Meer zu sehen. Ich war sicher erst siebzehn und in Joseph de Nair verliebt. Wir saßen zu siebt in den Wagen geklemmt, dessen Hinterteil über den Buden schrammte. Ich das einzige Mädchen. De Nair am Steuer. Wir rasten nach Jepp und tranken Billigbier, Waldstar Rouge. Um sechs trafen wir im Hafen ein, gingen in die erstbeste Spelunke und bestellten Picon-Bierre. Im Lokal stand ein Skopitone. Unter Lachanfällen sahen wir den Sänger zu. Einmal hatte De Nair Le Boucher von Fernand Reynaud gewählt. Der Sketch und der Picon sorgten dafür, dass wir Tränen lachten. Dann fuhren wir wieder nach Hause. Wir waren jung. Wir wussten nicht, dass das unwiederbringlich war. Heute bin ich zweiundsechzig. Ich könnte nicht sagen, dass ich es verstanden hätte, ein glückliches Leben zu führen. Ich könnte mir in der Stunde meines Todes keine siebzig von hundert Punkten geben, wie der eine Kollege von Pierre, der gesagt hat, »Ach komm, sagen wir mal siebzig von hundert.« Ich würde eher sagen sechzig, das wirkt weniger undankbar oder anmaßend. Ich würde sagen sechzig von hundert, auch wenn das ein bisschen geschummelt wäre. Wenn ich mal unter der Erde bin, was macht das dann noch? Ob ich es verstanden habe, glücklich zu sein, ist dann allen scheißegal, und mir erst recht. Zu meinem sechzigsten Geburtstag lud Jean-Lenot Manuscrivay mich zum Pferderennen nach Auteuil ein. Wir begegneten uns immer wieder im Treppenhaus. Wir beide gingen zu Fuß hoch. Ich, um eine halbwegs genießbare Figur zu behalten, er aus Platzangst. Er war schlank, nicht groß, hatte ein schmales Gesicht, eine breite, fliehende Stirn, darüber gekämmt die berüchtigten Strähnen, die Glatzköpfe kaschieren sollen. Er trug Brille, ein klobiges Gestell, das ihn älter machte. Er wohnte im fünften, ich im vierten. Diese Begegnungen im Treppenhaus, das ansonsten kein Mensch benutzte, schufen zwischen uns ein gewisses Einverständnis. In manchen Neubauten liegt das unansehnliche Treppenhaus abseits und dient nur den Möbelpackern. Dann reden die Mieter von der Seitentreppe. Eine Zeit lang kannten wir uns noch nicht richtig. Ich wusste nur, dass er mit elektrischen Haushaltsgeräten zu tun hatte. Er wusste, dass ich im Institut Pasteur arbeite. Meine genaue Berufsbezeichnung, Patentingenieurin, sagt keinem Menschen etwas, und ich versuche nicht mehr, es so zu erklären, dass es attraktiv klingt. Einmal haben Pierre und ich ein Glas bei ihnen oben getrunken, beide Paare zusammen. Seine Frau war eine Art New-Age-Therapeutin, früher Filialleiterin in einem Schuhgeschäft. Sie waren noch nicht lange verheiratet, also im Vergleich zu uns. Als ich Jean-Lineau am Vortage meines Geburtstags auf unserer Treppe begegnete, sagte ich, »Morgen werde ich sechzig.« Ich schleppte mich die Treppe hoch, es rutschte mir so heraus. »Sie sind noch keine sechzig, oder, Jean-Lineau?« Er antwortete, »Bald.« Ich sah, dass er gern etwas Freundliches gesagt hätte, sich aber nicht traute. Als ich den Treppenabsatz vor meiner Wohnung erreichte, sagte ich, »Für mich war's das. Jetzt sind die Jungen dran.« Da fragte er, ob ich schon mal beim Pferderennen gewesen sei. Ich verneinte. Stotternd lud er mich ein. Falls ich Zeit hätte, könnte ich ihn ja morgen zur Mittagszeit in Outeuil treffen. Als ich an der Rennbahn eintraf, saß er im Restaurant, hing an den Fensterscheiben über dem Paddock. Auf dem Tisch ein Eiskühler mit einer Champagnerflasche, daneben ausgebreitet Rennzeitungen voller Notizen, verstreute Erdnussschalen, alte Wettscheine. Ganz der Mann, der entspannt in seinem Club Besuche empfängt, so wartete er auf mich, der absolute Kontrast zu dem Jean-Lineau, den ich bisher kannte. Wir aßen dann irgendwas Fettes, von ihm ausgesucht. Bei jedem Rennen geriet ihr Schier außer sich, stand halb auf, brüllend, an der gereckten Gabel bebten triefende Lauchstückchen. Alle fünf Minuten ging er hinaus eine halbe Zigarette rauchen und kam mit einer neuen Wettmethode zurück. Ich hatte ihn noch nie so überschäumend energisch, ja freudig erlebt. Wir setzten unbedeutende Summen auf Pferde mit verkanntem Potenzial. Er spürte sie. Er hatte seine höchstpersönlichen Überzeugungen. Er gewann ein klein wenig, vielleicht den Gegenwert des Champagners. Wir tranken die ganze Flasche leer, er das meiste. Ich kassierte drei Euro. Ich dachte, drei Euro an deinem Sechzigsten? Na schön! Mir wurde klar, dass Jean-Lineau Manuscrivie einsam war. Eine Art Robert Frank von heute, mit seinem Kugelschreiber und seiner Zeitung, vor allem mit seinem Hut. Er hatte sich ein Ritual geschaffen, einen eigenen Raum geschaffen, der ihn trug, aus der Zeit herausgelöst. Beim Pferderennen trat er breitschuldriger auf. Sogar seine Stimme änderte sich. Mir fiel der Sechzigste meines Vaters ein. Damals aßen wir an der Place de la République eine elsässische Choucroute-Garnie. Sechzig war das Alter von Eltern. Ein gewaltiges, abstraktes Alter. Jetzt bist du selbst soweit. Wie kann das sein? Eine junge Frau schlägt über die Stränge, wie sie nur kann, zieht aufgebrezelt und in Kriegsbemalung durchs Leben. Und auf einmal ist sie sechzig. Joseph Denner und ich gingen fotografieren. Er liebte die Fotografie und ich liebte alles, was er liebte. Ich schwänzte die Biostunde. Damals hatten wir keine Angst vor der Zukunft. Eine Tante hatte mir eine gebrauchte Konika geschenkt. Das wirkte professionell. Umso mehr, als ich dazu eine Nikon-Tragegurte abgestaubt hatte. Seine Olympus war keine Spiegelreflex. Zum Scharfstillen benutzten wir einen eingebauten Entfernungsmesser. Das Spiel bestand darin, dasselbe Motive aufzunehmen. Im selben Moment, vom selben Standpunkt aus. Jeder sein Bild. Wir machten Schnappschüsse auf der Straße, wie die von uns bewunderten Großen der Zunft. Knipsten Spaziergänger oder die Tiere im Jardin des Plants neben der Uni. Vor allem aber Deners geliebte Pinten am Pont-Cardinet. Von innen. Die Gestrandeten, die Stammsäufer, die langsam irgendwo hinten in einer Ecke versteinerten. Die Kontaktabzüge machten wir bei einem Freund. Dann verglichen wir und entschieden, welche Aufnahme des Vergrößernwert war. Und welche war das? Die mit der besten Einstellung? Diejenige, die eine winzige, unergründliche Szene eingefangen hatte? Wer weiß die Antwort? Ich denke regelmäßig an Joseph Denner. Manchmal frage ich mich, was aus ihm geworden wäre. Aber was hätte schon werden sollen aus einem Typen, der mit 36 an einer Leberzirrhose stirbt? Seit das alles passierte, ist er in meinem Kopf sozusagen neu entstanden. Diese kleine Geschichte hätte ihn herzlich zum Lachen gebracht. Der Band »The Americans« hat Bilder aus der Jugend in mir wachgerufen. Wir träumten in den Tag hinein und taten nichts. Sahen den Leuten nach, beschrieben ihr Leben und an welchen Gegenstand sie uns erinnerten, an einen Holzhammer, an ein Pflaster. Wir lachten. Unter dem Lachen spürten wir einen leicht bitteren Verdruss. Ich würde sie gern mal wiedersehen, diese Fotos vom Pont-Cardinet. Wir haben sie wohl irgendwann mit alten Papieren weggeworfen. Nach dem Geburtstag in Auteuil schloss ich Jean-Lenot Manuscrivie ein wenig ins Herz. Dann und wann gingen wir gemeinsam spazieren oder tranken bei Gelegenheit ein Café an der Ecke. Draußen durfte er rauchen, zu Hause nicht. Für mich war er der sanftmütigste Mann der Welt, und ich sehe ihn auch jetzt noch so. Vertraulichkeiten gab es nie zwischen uns, wir blieben immer beim Sie. Aber wir redeten miteinander, manchmal über Dinge, die wir mit niemandem sonst besprachen, er vor allem, ich aber auch bisweilen. Wir hatten herausgefunden, dass wir beide dieselbe Abneigung gegen unsere Kindheit hegten und sie am liebsten mit einem schwarzen Strich ausgelöscht hätten. Eines Tages sagte er über seinen Weg auf Erden, »Das Schlimmste ist auf jeden Fall geschafft.« Ich sah das auch so. Väterlicherseits war Jean-Lenot der enkeljüdische Einwanderer aus Italien. Sein Vater hatte als Handlanger in einem Posamentenladen begonnen, sich dann auf Zierbänder spezialisiert und in den Sechzigern ein eigenes Kurzwarengeschäft aufgemacht, einen schmalen Schlauch in der Avenue Parmentier. Die Mutter saß an der Kasse. Sie wohnten einen Steinwurf vom Laden entfernt in einem Hinterhof. Die Eltern arbeiteten schwer und waren nicht gerade zartfühlend. Jean-Lenot verstand sich nicht auf die Materie. Er hatte einen viel älteren Bruder mit einer guten Stellung in der Konfektionsbranche. Er selbst bekam keinen Fuß auf den Boden. Irgendwann hatte ihn die Mutter vor die Tür gesetzt. Dann begann er nach einer Konditorenausbildung als Koch und im optimistischsten Augenblick seines Lebens kam er auf die Idee, ein Restaurant zu eröffnen. Das war hart. Kein Urlaub, nicht genug Umsatz. Am Ende hatte ihm das Arbeitsamt eine Umschulung zum Großhandelskaufmann finanziert und eine Arbeitsvermittlungsagentur platzierte ihn im Kundendienst bei einem Filialisten für elektrische Haushaltsgeräte. Kinder hatte er keine. Sonst wollte er den Mächten, die sein Leben gelingt hatten, nichts vorwerfen. Seine erste Frau verließ ihn, nachdem er mit dem Restaurant pleite gemacht hatte. Als er Lydie kennenlernte, war sie dank einer Tochter aus früherer Ehe schon Großmutter. Seit zwei Jahren kam der Kleine jetzt regelmäßig zu ihnen. Seine Eltern hatten sich unter übelsten Umständen getrennt, das Jugendamt hatte sich einschalten müssen, und beim geringsten Anlass wurde das Kind bei Oma Lydie abgeladen. Jean Lino hatte sein Zärtlichkeitsbedürfnis nie ausleben können, höchstens mit seinem Kater, und so empfing er Rémy mit offenen Armen und bemühte sich darum, von ihm geliebt zu werden. Ist es vernünftig, sich um das Geliebtwerden zu bemühen? Ist es nicht eine jener Mühen, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind? Anfangs war es das reine Chaos gewesen. Als das Kind bei ihnen ankam, es war fünf Jahre alt und hatte vorher in Südfrankreich gewohnt, belegte es Jean Lino mit geflissentlicher Nichtachtung und heulte los, sobald Lydie verschwand. Ein nichtssagender, etwas pummeliger kleiner Junge, wenigstens hatte er beim Lächeln niedliche Grübchen. Die Eingewöhnung wurde zusätzlich durch Eduardo Jean Lino's Kater erschwert, ein unsympathisches Tier, das er in Vicenza irgendwo auf der Straße aufgegabelt hatte und das man ausschließlich auf Italienisch ansprechen durfte. Lydie hatte es verstanden, Kontakt zu Eduardo zu finden. Sie hielt ihm ihr Pendel vor die Nase und gebannt verfolgte der Kater das Hin und Her des Rosenquarzes. Der Stein hatte sich ihr irgendwo in Brasilien offenbart. Zum Ausgleich hatte Eduardo gegen Rémy eine sofortige Abneigung gefasst. Wenn der Kleine auftauchte, bauschte er sich zu doppelter Körpergröße auf und fauchte furchterregend. Jean Lino versuchte, den Kater zur Raison zu bringen, auch wenn niemand sonst ihn dabei unterstützte. Schließlich regelte Lydie die Sache, indem sie Eduardo ins Badezimmer verbannte. Rémy piesackte ihn, indem er durch die Tür sein Miauen nachmachte. Jean Lino wollte das unterbinden, hatte aber nicht die geringste Autorität. Wenn die Luft rein war, versuchte er, das Tier unauffällig zu trösten, indem er ihm durch den Türspalt ein paar Brocken italienisch zuflötete. Rémy weigerte sich, Jean Lino Opa Jean Lino zu nennen. Das heißt, man kann nicht sagen, er weigerte sich, er nannte ihn schlicht und einfach niemals Opa Jean Lino. Trotz Jean Linos unaufhörlichem Opa Jean Lino liest ja eine Geschichte vor, oder »Wenn du schön deinen Fisch auf isst, dann kauft Opa Jean Lino dir dies oder das.« Rémy scherte sich keinen Deut darum. Er fand das offenbar unter seiner Würde. Wenn er ihn ansprechen musste, nannte er ihn eben Jean Lino. Und er fühlte sich törichterweise gekränkt durch diesen jeder familiären Tönung baren Vornamen. Später wechselte er die Strategie und setzte sich in den Kopf, die Gunst des Kindes mit Humor zu erobern. Er brachte ihm Blödsinn bei, von Apo Koko über Uppi Kiki bis hin zu Opa Kaka. Das liebte Rémy. Nicht lange, und er ließ die beiden ersten Versionen aus und wiederholte Opa Kaka in Endlosschleife, gern mit albern verstellter Stimme oder singend. Oder er schleuderte Jean Lino das Wort direkt ins Gesicht, vorzugsweise draußen und möglichst laut. Ich durfte selbst im Eingang unseres Hauses als Zeugin dieses Spektakels herhalten. Jean Lino sagte gespielt amüsiert, »Weißt du, wenn man ein Wortspiel zu oft wiederholt, ist es nicht mehr witzig.« Er wusste nicht mehr, wie er den Mechanismus abstellen sollte. Je mehr er das Kind zur Vernunft bringen wollte, desto wilder wurde Rémy. Statt zu sagen, etwas sei gut oder nicht gut, sagte er, »Voll geil oder voll ungeil«, von Jean Lino gelernt. Und manchmal antwortete er, »Das ist voll ungeil, Opa Kaka.« Liddy war keine Hilfe, sie beschränkte sich auf die Mitteilung, wie man in den Wald hineinrufe, so schalle es eben heraus. Wenn sie bei Jean Lino Anflüge von Verzweiflung bemerkte, sagte sie nur, »Lass den Jungen doch einfach in Ruhe«, mit einer nachsichtig ungeduldigen Betonung, im Sinne von »Man wird doch ein Opfer großelterlicher Inkonsequenz nicht tadeln wollen«. Aus der Rückschau denke ich, sie spürte die Gefahren dieser einseitigen Anhänglichkeit. Ich sollte noch ein Wort zu unserem Hauseingang sagen. Ein länglicher Raum, durch die halb verglaste Eingangsfront, fällt das Tageslicht. Der Fahrstuhl liegt der Tür mittig gegenüber. Zur Treppe gelangt man links durch eine etwas zurückgesetzte Tür. Der kurze Flur hinten rechts führt zum Mülltonnenraum. Waren sie zu dritt, so nahm Liddy mit ihrem Enkel den Fahrstuhl, Jean Lino ging zu Fuß hoch. Wenn Jean Lino mit dem Kleinen allein war, wollte der unbedingt Fahrstuhl fahren. Wenn man ihn ins Treppenhaus bringen wollte, ließ er sich nur schreiend hineinschleifen. Jean Lino konnte einfach nicht den Fahrstuhl nehmen. Im Laufe seines Lebens hatte er nach und nach auf Flugzeuge, Fahrstühle, die Metro und die neuen Züge verzichten müssen, in denen man die Fenster nicht mehr aufmachen kann. Eines Tages klammerte der Kleine sich wie ein Äffchen an die Tür zum Treppenhaus, um ja nicht hineingehen zu müssen. Irgendwann ließ Jean Lino sich resigniert auf den untersten Stufen nieder, Tränen in den Augen. Rémy setzte sich neben ihn und fragte, »Warum willst du nicht mit dem Fahrstuhl fahren?« »Weil ich Angst habe,« sagte Jean Lino, »ich habe keine Angst, ich kann fahren. Du bist zu klein.« Nach einer Weile stand Rémy auf und ging die Treppe hinauf, wobei er sich am Geländer hochzog. Jean Lino hinterher. Wenn ich unter all den Bildern, die mir von Jean Lino in Erinnerung geblieben sind, ein einzelnes auswählen sollte, dann das, wo er fast im Dunkeln auf dem marokkanischen Lederstuhl sitzt. Die Arme auf die Armlehnen gepresst, inmitten einer überflüssig gewordenen Ansammlung von Stühlen. Jean Lino Manuscrivie versteinert auf dem unbequemen Stuhl, im Wohnzimmer. Auf der Truhe stehen noch all die Gläser, die ich panikartig für den Anlass angeschafft hatte, die Schalen mit Sellerie und fettarmen Chips, all die Überriste der in einem Anflug von Optimismus veranstalteten Sause. Wer kann schon sagen, wann genau etwas angefangen hat? Wer weiß, welche obskure, vielleicht lang vergangene Verknüpfung von Dingen den Vorfall steuerte? Jean Lino hatte Lydie Gambinet in einer Bar kennengelernt, wo sie als Sängerin auftrat. Wenn man das so hört, stellt man sich eine üppige Frau vor, die mit warmer Stimme ins Mikro haucht. In Wirklichkeit war sie eine kleine Alge ohne viel Busen, als Zigeunerin gekleidet, voller glitzernder Anhänger. Die meiste Mühe hatte sie sichtlich auf ihre Frisur verwendet, ein orangefarbenes Gekräusel, füllig, von dekorativen Spangen gebändigt, noch dazu ein Fußkettchen ebenfalls mit Anhängern. Sie nahm bei einer Gesangslehrerin Jazzunterricht und produzierte sich dann und wann in Bars. Wir haben uns das einmal angesehen. Seinerzeit hatte sie »Sirakuse« von Henri Salvador gesungen und dabei Jean Lino angestarrt, der per Zufall an jenem Abend ganz vorn vor dem Podium saß und am Ende mitmurmelte, bevor meine Jugend verweht und mein Frühling welkt. Jean Lino war ein Salvador-Fan. Sie gefielen einander. Er mochte ihre Stimme. Er mochte ihre langen, duftigen Röcke, ihren Hang zum grellbunten. Er fand es attraktiv, dass eine Frau ihres Alters sich nicht um städtische Konventionen scherte. Eine übrigens in mancherlei Hinsicht nicht so einfach einzuordnende Frau, die in der Meinung lebte, sie besitze übernatürliche Fähigkeiten. Warum hatten diese beiden Wesen sich zusammengetan? In Straßburg hatte ich am Institut für Gewerblichen Rechtsschutz eine Freundin, eine eher zurückhaltende junge Frau. Eines Tages heiratete sie einen etwas verunglückten, maulfaulen Typen. Sie sagte »Na ja, ich bin allein, er ist allein.« 30 Jahre später traf ich sie im Thalys. Sie baute Heißluftballons für Vergnügungsparks. Sie war immer noch mit ihm zusammen und hatte drei Kinder. Beim Par Gambinet Manuscrivi fällt das Finale nicht so heiter aus. Aber ist das Grundmotiv nicht immer dasselbe, wenn auch unendlich oft variiert? Bei unserem kleinen Fest, Frühlingsfest nannte ich es, machte ich ein paar Fotos. Auf einem davon steht Jean Linault über Lydie gebeugt, die in einem ihrer knalligen Outfits auf dem Sofa sitzt. Beide lachen, die Gesichter nach links gewandt. Es scheint ihnen gut zu gehen. Jean Linault wirkt zufrieden und etwas erhitzt. Er stützt sich auf die Rückenlehne des Sofas, den Körper über ihre roten Locken geneigt. Ich weiß noch genau, was sie zum Lachen gebracht hatte. Das Foto wurde in die Ermittlungsakte aufgenommen. Es hält das gleiche fest wie jedes andere Foto. Ein erstarrten Moment, der sich nie wiederholen wird und so vielleicht nicht einmal stattgefunden hat. Doch da es nie wieder ein Bild von Lydie Gambinet geben wird, scheint ihm ein verborgener Sinn innezuwohnen. Es trägt einen Heiligenschein, eine morbide Aura. Kürzlich sah ich in einer Wochenzeitschrift ein Foto von Josef Mengele in den 70er Jahren in Argentinien. Er sitzt im Unterhemd irgendwo draußen vor den Resten eines Picknicks, inmitten einer Gruppe junger Leute beiderlei Geschlechts. Eine junge Frau hat sich bei ihm eingehakt. Sie lacht. Der Nazi-Arzt lacht. Sie sind alle fröhlich und entspannt, erfüllt von Sonnenschein und der Leichtigkeit des Lebens. Ohne das Datum und den Namen der Hauptfigur wäre das Foto ganz und gar uninteressant. Erst die Bildunterschrift lässt die Wahrnehmung umschlagen. Gilt das vielleicht für jedes Foto? Ich weiß nicht, wie die Idee zu diesem Frühlingsfest in meinem Kopf entstanden ist. Wir hatten bis dahin noch nie etwas derartiges bei uns zu Hause gemacht, weder Umtrunk noch Fest, noch gar ein Frühlingsfest. Wenn wir Freunde einladen, werden das nie mehr als sechs Leute um einen Tisch. Ursprünglich hatte ich Lust, was mit meinen Freundinnen aus dem Pasteur zu machen. Wir wollten ein paar von Pierres Kollegen dazunehmen, und dann fielen mir noch mehr Namen ein. Ich fing an, mir mehr oder weniger verheißungsvolle Konstellationen auszumalen. Sehr bald stellte sich die Stuhlfrage. Pierre sagte, leih doch bei den Manuscrivis ein paar Stühle aus. Ohne sie einzuladen? Wir laden sie ein. Sie könnte ja sogar was singen. Die Manuscrivis interessierten Pierre nicht weiter, aber wenn schon, fand er Lydie amüsanter als Jean Linault. Ich schickte rund vierzig Einladungen raus. Und bereute es sofort. In der Nacht danach bekam ich kein Auge zu. Wo sollten die alle sitzen? Wir hatten sieben Stühle, den marokkanischen mitgezählt. Die Manuscrivis verfügten vermutlich noch einmal über dieselbe Anzahl. Der marokkanische Stuhl war ziemlich sperrig, aber den konnte man ja wohl nicht aus dem Spiel lassen. Abgesehen von den Stühlen boten Sitzsack und Sofa bei idealer Synergie Sitzgelegenheiten für weitere sieben Gäste. Dreimal sieben macht 21. Wozu man noch einen Hocker aus dem Keller rechnen musste, also 22. Ich hatte auch an die Truhe gedacht, aber die musste schon als Tisch dienen in Ergänzung zum Sofatisch. Wir brauchten noch zehn Stühle mehr, aber Klappstühle. Klappstühle, damit man sie erst im Bedarfsfall aufklappen konnte und nicht vorher aufbauen musste, als erwartete man eine Anzahl Zuschauer. Aber woher Klappstühle nehmen? Allein schon wegen des mangelnden Flächenangebotes waren 30 aufgeklappte Klappstühle in der Wohnung undenkbar. Abgesehen von der kalten Eintönigkeit solcher Reserve-Stühle. Und wozu eigentlich all diese Stühle? Wenn man so ein informelles Fest mit Abendessen veranstaltet, – jawohl, informell – dann sitzen ja nicht immer alle. Sie unterhalten sich im Stehen, wandern herum. Man darf mit einer Art Hin- und Herrechnen, mit freier Platzwahl. Die Leute setzen sich auf die Armlehnen oder hocken am Boden, ganz locker, an die Wand gelehnt, genau. Aber die Gläser. Mitten in der Nacht stand ich auf, um unsere Gläser zu zählen. 35 mehr oder weniger zueinander passend, plus sechs Champagnergläser in einem anderen Schrank. Beim Aufwachen sagte ich zu Pierre, »Wir haben keine Gläser. Wir müssen ca. 20 Wein- und Champagnergläser kaufen.« Pierre sagte, »Es gibt doch Champagnergläser aus Plastik.« Ich sagte, »Oh nein, bloß das nicht. Ich bin schon über die Pappteller nicht glücklich. Die Gläser müssen echt sein.« Pierre sagte, »Es ist doch idiotisch, extra welche zu kaufen und sie danach nie wieder zu benutzen.« »Aber wir werden doch nicht den Champagner aus Plastik trinken, wie bei einer Abschiedsfeier.« Pierre sagte, es gäbe superstabile Champagnerflöten aus absolut akzeptablem Pseudoglas. Ich schaute im Netz nach und bestellte drei Packungen A10 Elegance Champagnerflöten und drei Schachteln mit je 50 Wegwerfmessern, Gabeln und Löffeln aus metallisiertem Plastik in Edelstahloptik. Das beruhigte mich, bis ich am Samstag des Festes am Nachmittag eine erneute Gläserkrise hatte. Champagnerflöten hatten wir, aber keine Weingläser. Nach einer Irrfahrt durch Deux-la-Louette kam ich mit 30 Ballongläsern aus Echtglas und einem Karton mit sechs Champagnergläsern zurück, ebenfalls Echtglas. Ich holte eine nie benutzte Tischdecke raus, breitete sie über die Truhe und baute darauf sämtliche Gläser, Kelche, Ballongläser und Pseudogläser auf, dazu dann noch vier Wodkagläser, falls jemand Wodka wollte. Wenn man die aus der Küche dazu tat, waren das mehr als 100 Stück. Gegen sechs klingelte Lydie, schon ein bisschen angeschickert, an jedem Arm einen Stuhl. Wir gingen zu ihr hoch, die anderen holen. In ihrem Schlafzimmer stand ein gelber Samtsessel. Ich hatte das Schlafzimmer der beiden noch nie gesehen. Das gleiche Zimmer wie bei uns, aber zehnmal bunter, zehnmal unordentlicher. An der Wand Ikonen und ein Poster mit der halbnackten Nina Simone in einem Kleid aus lauter weißen Strippen. Und das Bett stand woanders. Mitten zwischen den Kissen ruhte Eduardo, misstrauisch und schläfrig. »Was treibst du denn da?« schrie Lydie. Sie klatschte in die Hände und der Kater treute sich. Sie sagte, »Ich erlaube ihm nicht, ins Schlafzimmer zu kommen.« Wenn mich nicht alles täuscht, sah ich auch einen Nachttopf mit hölzernem Deckel. Auf den ersten Blick erkannte ich, dass Jean Linault nie und nimmer etwas zur Ausstattung des Zimmers beigetragen hatte. Nicht, dass anderswo seine persönliche Note erkennbar gewesen wäre, aber die übrige Wohnung hatte eher etwas vom zufallsbedingten Kompromiss zweier Leben. Das Fenster stand halb offen, von sanft wehenden, seidigen Vorhängen im Design einer englischen Bonbon-Dose gerahmt. In der Ferne erblickte man über den Dächern ein Stückchen Eiffelturm, das wir von uns aus nicht sehen konnten. Ihr Schlafzimmer kam mir fröhlicher, jünger vor als unseres. Beim Anheben des viel zu schweren Sessels wurde ich neidisch. Im Laufe meines Lebens bin ich schon öfter von Zimmern entmutigt worden. Von meinem Kinderzimmer, diversen Krankenhauszimmern oder Hotelzimmern mit unattraktiver Aussicht. Das Fenster prägt das Zimmer. Welchen Ausschnitt es zeigt, wie viel Licht es einlässt. Und auch die Vorhänge. Die Gardinen. Ich war in meinem Leben dreimal im Krankenhaus die Entbindung mitgerechnet. Jedes Mal hat mich das Krankenhauszimmer entmutigt, mit seinen großen, irgendwie matten Scheiben, durch die der symmetrische Ausschnitt eines Gebäudes zu sehen war. Geäst oder ein überdimensionaler Himmel. Das Krankenhauszimmer hat mir jedes Mal alle Hoffnung genommen. Sogar mit dem Baby in seinem gläsernen Bettchen neben mir. Eines der bekanntesten Fotos von Robert Frank zeigt den Blick auf Bute, einen Bergwerksort in Montana, von einem Motelfenster aus aufgenommen. Dächer, Lagerschuppen, in der Ferne Rauch. Zu beiden Seiten ist die halbe Landschaft mit Tüllgardinen verhangen. Das Kinderzimmer von meiner Schwester Jeanne und mir ging teilweise auf die Mauer einer Turnhalle hinaus. Der Putz löste sich in großen Placken. Wenn ich mich nach links hinaus beugte, sah ich eine Straße ohne Passanten und eine Bushaltestelle. Wir wohnten in einem Backsteinhaus in Pythou. Mittlerweile abgerissen. Ich bin mal dort langgegangen, die Gegend war nicht wiederzuerkennen. Wir hatten haargenau die gleichen Vorhänge, die gleichen Maschen, die gleiche senkrechte, etwas knittrige Krause. Das gab ein ebenso tristes Bild von der Welt ab. Auch die Fensterbank war die gleiche. Aus schmutzigen Steinen gemauert. Zu schmal, man konnte nichts draufstellen. Unter dem Hotelzimmerfenster in Bute liegen düstere Baracken und eine leere Straße. Das in Pythou ging auf eine Rückwand ohne jede Öffnung. Vor etwas Wunderschönes hätte kein Mensch so einen Vorhang getan. Ich sagte zu Lidi, ich fürchte, der Sessel ist ein bisschen wuchtig. Ja, ja, dann holen wir ihn eben notfalls später. Sie zog mich ins Wohnzimmer. Auf dem Balkon, dieser für Neubauten typischen Balkonschachtel, die man eher selten betritt, hatte sie einen kleinen Dschungel geschaffen. Eine große Mimose reckte ihre Äste. Man sah sie von der Straße aus. Blühende Büsche enttöpfen. Manchmal tropfte ihr Gießwasser zu uns herunter. Ich sagte, ihr Balkon ist ja ein Traum. Sie zeigte mir ihre keimenden Tulpen und die Spitzen der Krokosse, die am selben Morgen hervorgekommen waren. Brauchen Sie sonst noch was? Teller, Gläser? Ich glaube, ich habe genug von allem. Wo Sie gerade hier sind, würden Sie noch eine Petition gegen die Kükenschredderung unterschreiben? Die Küken werden geschreddert, die männlichen. Sie legen keine Eier, also werden sie bei lebendigem Leibe in den Schredder geworfen. Das ist ja grauenhaft. Ich setzte meinen Namen auf die Liste und unterschrieb. Und Servietten? Ich habe welche aus Knitterleinen, bügelfrei. Ich habe alles, was ich brauche. Jean Lino ist runtergegangen Champagner kaufen und seine Chesterfield rauchen. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Oh, doch! Sie war viel aufgeregter als ich. Ich war von meinen Angstanfällen erschöpft und sah dem Abend entgegen wie einer Strafe. Ihre Freude beschämte mich. Ich fand sie rührend und sympathisch. Es war für sie eine unerwartete Einladung zu Nachbarn, die sie für herablassend gehalten hatte. Wir gingen mit drei weiteren Stühlen nach unten. Dort angekommen, sagte ich. Wunderbar, vielen Dank, Liddy. Jetzt machen wir uns beide schön. Sie drückte mir das Handgelenk als Zeichen des Einverständnisses. Irgendwann demnächst werde ich sie mal resetten. Was ist das? Ich evaluiere sie mit meinem Pendel, hole alle Schlacken raus, reinige die Organe, bringe wieder Fluss rein. Das dürfte bei mir Jahre dauern. Sie lachte und sprang mit hüpfenden Locken die Treppe hinauf. Noch mal zum Thema Vorhänge. Meine Freundin in der Pubertät, vor meinen Denärjahren, hieß Joelle. Sie war hübsch und lustig. Wir steckten unablässig zusammen, unzertrennlich, sogar nachts. Ihre Familie war noch bekloppter als meine. Wir stellten jede Menge Unsinn an, malten aber auch Ölgemälde mit übermäßig dickem Farbauftrag, ich habe immer noch ein paar davon, schrieben Chansons und Geschichten, lebten in Espadris und Männerpullovern. Es war die Bitnik-Epoche. Ich bin niemals über Hasch und ein bisschen Alkohol hinausgegangen. Joelle verlegte sich auf LSD und anderes flippiges Zeug. Unsere Freundschaft lahmte. Irgendwann musste Joelle per Krankentransport aus Asien nach Hause geflogen werden. Sie hatte einen halluzinogenen Pilz gegessen, der hatte ihr das Hirn zerbröselt. Da war sie gerade 28 geworden. 20 Jahre später rief sie mich unvermittelt an, hatte mich über meine Schwester via Facebook aufgetrieben. Ich fuhr sie in Aubervilliers besuchen, in einer Behausung im Hinterhof. Joelle war gerade von den Antillen gekommen, mit dem Kind eines Martinikaners, der sich aus dem Staub gemacht hatte. Sie war ausgebildete Krankenschwester und suchte Arbeit. Jetzt lebte sie mit dem Kind in zwei hintereinanderliegenden Zimmern, ein Eingangsraum mit einem Tisch und dahinter das Schlafzimmer. Dunkle Räume, deren vergilbte Vorhänge fast den letzten Rest Licht schluckten. Obwohl es noch nicht richtig dunkel war, hatte Joelle eine Lampe angemacht. Wir unterhielten uns in diesem Dämmer aus halb Tages, halb Kunstlicht, der an sonntägliche Ödnis gemahnte. Früher war der Sonntag der einzige Tag der Woche, an dem wir es zu Hause mit dem Stromsparen nicht so genau nahmen. Ansonsten hatten wir das Licht zu löschen, noch bevor wir ein Zimmer verließen. Jeanne und ich hatten uns daran gewöhnt, im Dunkeln zu leben. Die Dunkelheit war nicht traurig und mir tausendmal lieber als dies trübe Zwielicht. Joelle machte mir einen Tee. Ich sah, wie sie da mit ihrem scheuen kleinen Jungen vor dem gelblichen Hintergrund saß und dachte, das schaffen wir nicht. Ich ging am frühen Abend, ließ sie zum zweiten Mal in meinem Leben sitzen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt spätnachmittags war alles mehr oder weniger unter Kontrolle. Die Schalen waren gefüllt, die Tortillas standen bereit und konnten jederzeit in den Ofen wandern. Um die Salate sollte Pierre sich kümmern. In Sachen Kleidung lagen seit ein paar Tagen zwei Outfits bereit. Dabei wusste ich schon, am Ende würde ich das schwarze Kleid anziehen. Risikofrei und keine große Sache. Ich schluckte ein Xanax und ging mich schön machen mit einem neuen Anti-Aging-Produkt, das von Gwyneth Paltrow beworben wird. Von der Vernunft her missbillige ich den Begriff Anti-Aging. Ich finde, er ist idiotisch und soll einem ein schlechtes Gewissen einreden. Aber ein anderer Teil meines Gehirns lässt sich voll und ganz auf die pseudomedizinischen Sprüche ein. So habe ich kürzlich im Netz Kate Blanchett's Lieblingscreme bestellt, mit der Ausrede, sämtliche stylischen Australierinnen hätten die in ihrer Handtasche. Irgendwo muss ich einen kleinen Knall haben. Im Radio sprachen die Leute kürzlich über die seelische Erschöpfung der Franzosen. So schwammig der Begriff auch ist, dass die übrigen Franzosen in derselben Lage sind wie ich, hörte ich gern. Die Franzosen hätten eindeutig ihr Gefühl für Sicherheit eingebüßt. Die alte Leier. Wer kann schon behaupten, er wäre in Sicherheit? Alles ist ungewiss. Das ist eine Grundkonstante des Daseins. Damit nicht genug, im Radio zeigte man sich außerdem besorgt über die Schwächung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Neoliberalismus und Globalisierung, diese beiden Plagen, verhinderten das Schaffen von Zusammenhalt. Ich dachte, aber du schaffst Zusammenhalt, heute Abend in deiner Wohnung in Deux-la-Louette. Du stellst Kerzen auf, du arrangierst Kissen für deine Gäste, du hast Tortillas mit Zwiebeln kaltgestellt und trägst deine Creme vorschriftsmäßig in kreisförmigen Bewegungen von unten nach oben auf. Du verpasst dem Dasein eine kleine Verjüngungskur. Frauen müssen fröhlich sein, anders als Männer, die ein Anrecht auf Schwermut und Melancholie haben. Ab einem gewissen Alter sind Frauen zu guter Laune verurteilt. Wenn du mit 20 eine Schnute ziehst, ist das sexy, mit 60 nervt es nur noch. In meiner Jugend war von gesellschaftlichem Zusammenhalt noch keine Rede, da war er selbstverständlich. Und keine Ahnung, was der Begriff bedeuten soll. Ein abstrakter Zusammenhalt ist kein Wert an sich, sondern nichts als eine weitere Worthülse. Vor zehn Tagen ist meine Mutter gestorben. Viel Kontakt zu ihr hatte ich nicht, sodass sich jetzt nicht groß etwas ändert, abgesehen davon, dass sich eben irgendwo auf der Welt meine Mutter befand. Gestern empfing ich den Besuch der Pflegerin, die sich in letzter Zeit um sie gekümmert hatte. Ich war ihr noch Geld schuldig. Eine hühnenhafte Frau, die mir immer Angst eingejagt hat und beim Reden fürchterlich schnauft. Sie hatte von dem Drama in unserem Haus gehört und gierte nach Details. Enttäuscht von meiner Zurückhaltung knabberte sie einen bretonischen Butterkeks und brachte die Geschichte einer Bäckerin aus Vitroll, die einen Tag vor Weihnachten ihre Kinder umgebracht hatte. In der Nacht packte die Bäckerin die Geschenke ein und legte sie unter den Baum, dann ging sie ins Zimmer ihres Sohnes und erstickte ihn mit dem Kopfkissen. Danach ging sie zu ihrer Tochter hinüber und tat dasselbe. Die Pflegerin sagte, sie packt die Geschenke ein, sie legt sie unter den Baum und im selben Aufwasch geht sie hoch und bringt ihre Kleinen um. Sie sagte, eine Sache passt mir nicht. Man kriegt das erzählt und danach toten Stille. Erst hört man die Geschichte auf allen Kanälen und dann auf einmal nullkommanix. Erst wird man heiß gemacht, dann knallen sie einem die Tür vor der Nase zu. Kriege und Massaker und so, das ist alles zu weit weg, sagte sie und haben noch einen Keks. Also mich erreicht das nicht, was so weit weg ist. Das lenkt mich nicht ab von mir. Die Kramen des Alltags schon. Das füllt den Tag, man spricht darüber. Man vergisst das eigene Elend. Ich sage nicht, es ist ein Trost, aber auf eine Weise eben doch. Was meinen Sie, warum hat sie erst noch die Geschenke unter den Baum gelegt? Wir haben uns gut verstanden, Ihre Mama und ich. Sie war ja so eine freundliche Frau. Ja, ja. Eine freundliche Frau. Freundlich zu allen. Ich fürchte, ich habe jetzt zu tun, Madame Anissé. Es tut mir leid. Sie zog sich über der Taille das T-Shirt zurecht, dessen Aufdruck mich an Rhesopalflächen aus den Sechzigern erinnerte, und erhob sich träge. Also, ich habe da meine Theorie zu den Weihnachtsgeschenken. In Jeanette Anissés körperlicher Erscheinung deuten nur zwei Details auf den Versuch hin, nach etwas auszusehen. Erstens die Ohrringe, zwei goldene Kügelchen der Art, wie man sie einsetzt, um das Loch offen zu halten, und die Schmachtlocken. Ihr Haar ist ringsum kurz gehalten, abgesehen von den Fransen über der Stirn, knapp zwei Zentimeter, die sich von Hand zu kleinen Löckchen formen lassen. Eigentlich sind sie so gut wie unsichtbar. Nur jemand, der auf Frisuren achtet, dürfte sie bemerken. In regelmäßigen Abständen kringeln sie sich oben auf der Stirn. Aber aufgepasst, es handelt sich nicht um eine Reihe natürlicher Locken, sondern um sorgfältig gedrehte, separate Strähnchen, das Ganze mit dekorativer Absicht. Es sind tatsächlich Schmachtlocken. Nach meiner Theorie, sagte Jeanette, ist das über sie gekommen, während sie mit den Geschenken zugange war. Der Lebensüberdruss hat sie gepackt. Schon möglich. Sie griff nach ihrem Lohnmantel. »Madame Anissé, würden Sie sich vielleicht über einen gehäkelten Kissenbezug freuen? Ah, das sind die Kissenhöhlen, die Ihre Mama gemacht hat. Das ist lieb, aber ich habe kein Zierkissen zu Hause. Oder eine Schondecke zum Kopf anlehnen? Ein Deckchen zur Erinnerung, warum nicht? Ach, da ist ja das Foto aus dem Schlafzimmer Ihrer Mama. Es machte mich wahnsinnig, dass sie Ihre Mama sagte. Ich kann derlei einlullende Niedlichkeiten nicht leiden. Sie meinte ein Foto von Emmanuel in La Sainte-sur-Mer. Meine Mutter hatte es gerahmt auf ihrem Nachttisch stehen. Ein Foto ihres etwa zwölfjährigen Enkels in Badehose und mit einem Hut auf dem Kopf. Außerdem besaß sie ein altes Geburtstagsfoto von Jeans Kindern. Ich habe mich immer gefragt, was diese Fotos für sie bedeuteten. Ich meine, emotional. Meiner Meinung nach nahm sie sie gar nicht mehr wahr. Sie standen rein der Konvention halber an ihrem Bett. Man lebt unter dem Diktat der Konvention. In bestimmten Gleisen. Im Aufbruch sagte Jeannette Anissé, sie habe im Heim gekündigt und wolle nur noch Hausbetreuungen machen. Mit anderen Worten, sie war arbeitslos. Ich versprache, ich würde mal herumfragen. Dabei werde ich sie auf keinen Fall irgendwem empfehlen. Ich schloss die Tür hinter ihr und betrachtete das Foto. Emmanuels kleiner Körper, seine schmächtigen Ärmchen. Er war das geschäftigste Kind am ganzen Strand. Immer einen Eimer in der Hand, den er voll oder leer herumtrug, wanderte er zwischen dem Wasser und dem Gestrüpp, das oben den Sand begrenzte hin und her. Dutzende Male, um wer weiß, was für eine Miniaturwelt zu bauen, er suchte Steine, Holzstückchen, Muscheln und allerlei Tiere im Schaum. Wenn er badete, dann wollte er nie schwimmen. Er stand bis zur Talie im Wasser und fragte mich, »Mama, sag schon, wer muss sterben?« Und ich nannte den Namen eines seiner Schullehrer. Das war unser Spiel. »Monsieur Vivare!« »Oh ja, Monsieur Vivare!« »Was tun Sie da, Emmanuelle?« »Psch, psch, psch!« Und er patschte unter schrecklichem Gespritze aufs Wasser. »Madame Pelouse!« »Emmanuelle, legen Sie sofort den Kalaschnikopf weg!« »Psch, psch, psch!« »Madame Farrugia!« So brachten wir sie einen nach dem anderen um. »Heute bist du Content-Champion in einer Werbeagentur. Wenn dich jemand fragt, was du machst, sagst du Projektleiter-Textchef. Der englische Begriff klingt so viel besser. Das Foto gibt mir deinen Körper von früher zurück. Ich hatte ihn vergessen. Ich sehe mir nie die Alben an, die ich früher angelegt habe. So gern würde ich diese mageren Ärmchen wieder um den Hals spüren. Auch ich pfeife auf das, was zu weit weg ist. Diese Anissée hat recht.« Eines Tages legte Rémy ohne jede Vorankündigung Jean-Lineau Manuscrivie die Arme um den Hals. Es war an einem Sonntag in einem der Hippopotamus-Grill-Restaurants. Sie aßen zu dritt mit einem befreundeten Paar aus Lydies Jazz-Kurs. Rémy langweilte sich bei Tisch wie alle Kinder, und sie erlaubten ihm, draußen auf der Veranda Seifenblasen zu machen. Jean-Lineau hatte ihn aus dem Augenwinkel im Blick, aber auf einmal war da kein Rémy mehr. Jean-Lineau geht nachschauen. Keine Spur von Rémy. Er geht die Stufen hinunter, schaut die Avenue du General Leclerc auf und ab. Nichts. Er geht wieder hinein, jetzt ins Obergeschoss. Niemand. Oma Lydie macht sich schwere Sorgen. Jean-Lineau und sie gehen wieder hinaus. Sie suchen rechts, sie suchen links, wirbeln herum, kommen ins Restaurant zurück, befragen die Kellner, gehen wieder hinaus. Sie rufen das Kind, die Stadtlandschaft liegt leer vor ihnen, offen in alle vier Winde. Die Sängerfreunde sind sitzen geblieben, erstarrt, ohne ihre Teller anzurühren. Unweit von ihnen sitzt ein Paar, es deutet verstohlen, mit dem Kind zu einem Buffet, an dem eine Art Topfpalme lehnt. Irgendwann begreift Lydies Freundin endlich die Zeichen, steht auf und entdeckt Rémy, der mit diebischer Freude über seinen Streich hinter dem Topf hockt. Die Manuscrivis kommen zurück, völlig verstört. Lydie wirft sich auf das Kind und zerdrückt es fast in ihren Armen. Es fehlt nicht viel, dass sie ihm zu seinem Wiederauftauchen gratulieren. Alles ist wieder gut. Jean-Lineau hat kein Wort gesagt. Blass, mit finsterem Gesicht sitzt er da. Auch Rémy hat sich wieder hingesetzt. Sie fragen ihn, ob er zum Nachtisch Schneeinseln möchte. Er kippelt mit seinem Stuhl, hochzufrieden, und dann, kein Mensch weiß warum, steht er auf, geht zu Jean-Lineau, legt ihm die Arme um den Hals und den Kopf an die Schulter. Jean-Lineau geht vor Glück das Herz auf, vollkommen maßlos. Er glaubt an den geheimen Sieg der Liebe, wie alle verschmähten Liebenden, die jede unerwartete Regung fieberhaft begrüßen. Von Personen, deren Liebe man sich sicher ist, sind dieselben Gesten wertlos. Ich könnte Romane darüber schreiben. Wenn einer, dem du eigentlich völlig egal bist, der eines schönen Tages unwillkürlich oder aus Mutwillen einen unverhofften Wink gibt, hat das unglaubliche Wirkung. Ich weiß, wovon ich rede. Ich muss mich erkundigen, wie es Jean-Lineau's Tante geht. Ginette Anissés Besuch hat mich darauf gebracht. Jean-Lineau hatte die Schwester seines Vaters nach Frankreich geholt und in einem jüdischen Altenheim einquartiert. Einmal begleitete ich ihn an einem Nachmittag dorthin. Wir gingen in die Cafeteria, einen rein funktional eingerichteten, hallenartigen Raum, Tarazoboden, glatte Wände, Tische, an denen die Bewohner im Rollstuhl mit ihren Besuchern saßen. Es war, als wären sämtliche Materialien danach ausgewählt worden, dass es ordentlich halte und schallte. Die Tante war schnell unterwegs mit ihrem Rollator. Lebhafter Geist, rege Beine. Ihr Körper, vor allem der Kopf, war von einem unkontrollierbaren Zucken befallen, das sie nicht zu stören schien, aber dafür sorgte, dass sie in einem schwer verständlichen Staccato sprach. Sie redete in drei Sprachen durcheinander, ihrem halb vergessenen und misshandelten Französisch von früher, italienisch und ladinisch, einem Dialekt aus den Dolomiten. Jean Linault hatte uns an einen Tisch ganz hinten gesetzt, vor einem Wandfernseher, auf dem in voller Lautstärke Videoclips liefen. Während des Gesprächs, wenn man es so nennen kann, zupfte Jean Linault ihr immer wieder Gesichtshaare aus. Ob sie weiß, was ihrem Neffen widerfahren ist? Mit wem unterhält sie sich jetzt zitternden Kopfes in dieser öden Halle? Meine Kleinigkeit genügt schon zweifle ich an der Sinnhaftigkeit der Welt. Ihre Gesetze scheinen voneinander unabhängig zu sein und zu kollidieren. In meinem engen Büro im Pasteur kann eine Fliege mich zum Wahnsinn treiben. Ich ertrage es nicht, wenn Fliegen durchdrehen. Ich mache das Fenster weit auf, doch statt zu den Bäumen zu fliehen, die um unser Gebäude herumstehen, zickzackt sie ganz nach hinten in dem Raum. Eben noch knallte sie gegen das Fenster, rechts, links, überall, und jetzt, da die Luft hereinströmt und der Himmel ihr weit die Arme ausbreitet, treibt sie sich absurderweise hinten im Schatten herum. Sie verdient, dass ich sie einsperre und mich nicht weiter um sie schere. Aber sie hat ihr nerviges Gebrummen als Waffe. Ich frage mich sogar, ob die Natur dieses Gebrummen nicht regelrecht als Absicherung für den Fall des Eingesperrtseins eingerichtet hat. Ohne diesen Trick würde ich kein Mitleid kennen. Ich greife mein Exemplar des europäischen Patentübereinkommens, ich wedle die Fliege zum Fenster zurück, also ich versuche es, denn statt sich von diesem barmherzigen Tennisschläger treiben zu lassen, weicht sie aus und rettet sich an den Rand der Zimmerdecke. Warum muss man eine solche Zeitvernichtung ertragen? Die Tante hatte in den Bergen gelebt. Sie sprach immer noch von ihren Hühnern. Die Hühner kamen ins Haus und setzten sich überall hin. Sie wollte in ihr Dorf zurück, den Almabtrieb sehen, das Gelärm der Kuhglocken hören. Ich muss mal in dem Heim anrufen. Als der Anwalt mich fragte, wer Jean Linault für mich gewesen sei, sagte ich, ein Freund. Er schaute drein, als ob er das Wort nicht verstünde, und wollte wissen, was ich damit meinte. Eines Abends, zu Anfang unserer Freundschaft, das Wort trifft es haargenau, kam ich einmal etwas später als sonst aus dem Büro. Er stand draußen mit seiner Chesterfield, den Hals ungeschützt im Wind. Dieses Lächeln jedes Mal, wenn er mich erblickte. Seine vergilbten, wüst durcheinander stehenden Zähne. Ein auf seine Weise strahlendes Lächeln. Er war in eine kunstlederne Motorradjacke mit jugendlichem Schnitt gezwängt, die ich noch nie an ihm gesehen hatte. Ich sagte, ist die neu. Und wo ist Ihre Harley? Bei Zara gekauft, Sonderangebot. Glückwunsch! Gefällt sie Ihnen? Sitzt sie nicht ein bisschen knapp? Ich küßte ihn lachend auf die Wange und sagte, ich finde es hinreißend, dass Sie die gekauft haben. Er lachte ebenfalls. Er sagte, die Verkäuferin habe ihm Komplimente gemacht. Er sei vor Hitze in der Anprobekabine verschmachtet, habe es nicht länger als zehn Sekunden daran ausgehalten. Ich sagte, nur selten habe ein Kleidungsstück so wenig zu seinem Träger gepasst. Ach so! Scheiße! Wir schütteten uns aus vor Lachen unter der Straßenlaterne. Er hustete sich fast die Lunge aus dem Leib und wischte sich unter seiner klobigen Brille die Tränen aus den Augen. Sein pockennarbiges Gesicht lenzte ein wenig. Ich habe mich nie getraut, ihn zu fragen, woran das lag. Ich ging als Erste ins Haus. Er wollte noch ein bisschen an der Luft bleiben, will sagen, noch eine rauchen. Im Hauseingang drehte ich mich um und sah durch die Scheiben, wie er über den Parkplatz schlenderte, gebeugt in seiner neuen Jacke. Er wischte sich das Haar aus der Stirn, der fröhliche Gesichtsausdruck war ganz und gar verschwunden, wahrscheinlich so wie kurz bevor ich auftauchte. Ich dachte, ja, genau so sind wir. Auch du schreitest im Älterwerden voran, ebenso wie alle, die du kennst. Und ich fühlte mich dieser vorwärtsstrebenden Menge zugehörig. Hand in Hand schritten wir voran, etwas Unbekanntem entgegen. Wenn man ein Foto betrachtet, zählt vor allem der Fotograf dahinter. Nicht unbedingt derjenige, der auf den Auslöser gedrückt, sondern der, welcher das Foto ausgesucht und gesagt hat, das hier behalte ich, das hier zeige ich. Für ein flüchtiges Auge hat die Aufnahme jenes Zeugen Jehovas nichts Besonderes an sich. Weder was das Motiv noch was das Licht betrifft. Ein müder Typ in Anzug und Krawatte bietet eine Zeitschriftfeil. Der Prototyp des Statisten, den man in einem Film aus den 50er Jahren im Hintergrund auf einen Bürgersteig stellt. Dieses Bild ist also eines von Hunderten, die Robert Frank bei seiner Reise quer durch Amerika aufgenommen haben dürfte und gehört zu dem am Ende von ihm Ausgewählten. In der Bildmitte ein weißer Fleck, die dargebotene Zeitschrift, das nach oben gekehrte Handgelenk, der Titel, erwachet, ein Wort, das in vollkommenem Widerspruch zu der leichenbitterhaften Erscheinung des Mannes steht. Dennoch verbietet sich der Gedanke, das Bild wäre etwa wegen seiner ironischen Dimension ausgewählt worden. Ich selbst erinnerte mich nicht an den Titel, aber sehr wohl an den bekümmerten Mund oder an die Augen. Ich erinnerte mich an etwas, das es nicht gibt, die Stimmung eines zaghaft sonnigen Tages. Er könnte mit derselben Beharrlichkeit Erdbeeren oder Narzissen verkaufen, schmächtig in seinem Anzug, fast unsichtbar vor dieser für eine siegreiche Menschheit zugeschnittenen Mauer. Man fragt sich, wohin er abends geht. Man weiß einfach, eines Tages muss er in seinem Leben die falsche Abzweigung genommen haben. Vor zehn Tagen habe ich meine Mutter verloren. Ich war dabei. Sie zog eine Schulter hoch, als würde irgendetwas sie stören, und dann beschah nichts weiter. Ich sprach sie an, sprach sie noch einige Male an. Und da war nichts mehr. Mein Freund Lambert hat mir erzählt, dass seine Mutter ihn kürzlich fragte, wie alt bist du jetzt? Siebzig, Mutter. Siebzig, rief seine Mutter aus. Dann hast du es dir verdient, endlich eine Weise zu sein, mein Junge. Jeanne und ich haben dieses Wochenende die Wohnung ausgeräumt. Zwei winzige Zimmer in Boulogne-Biancourt. Ein Gratis-Entrümpler holte die Möbel und die Kücheneinrichtung ab, und wir warfen alles in Abfallsäcke. Schweinchen aus Holz, Kätzchen aus Gips, Kerzenhalte, bunte gläserne Briefbeschwerer, provenzalische Puppen, Stilvasen. Also fast alles, abgesehen vom Inhalt gewisser Schubladen und der Kleidung. Und dem Nussknacker in Pilzform, den ich vor fünfzig Jahren im Werkunterricht in der Schule gebastelt hatte. Und jetzt, nebst anderem Kleinkam, in einem völlig zu drückten Schuhkarton wiederfand. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass es den noch gab. Jeanne erinnerte sich nicht daran, sie wollte kaum glauben, dass sich so etwas zustande gebracht hatte. Aus einem Bezug ganz hinten im Kleiderschrank förderten wir die gehäkelten Überdeckchen zutage, die gehäkelten Kissenbezüge, die gehäkelte Patchwork-Tagesdecke, die einst auf dem Ehebett gelegen hatte und aus unerfindlichen Gründen der Entsorgung entgangen war. Unsere Mutter war Weltmeisterin im Häkeln. Als Rentnerin hatte sie nichts anderes mehr zu tun. Einkaufen, Fernsehen, vorm Bildschirm häkeln. Noch bevor Jeannes Tochter laufen konnte, krabbelte sie in Häkelwindeln und Häkelrückchen herum. »Was machen wir jetzt mit denen?«, fragte Jeanne. »Wir könnten sie einem Wohlfahrtsverein geben.« »Ob wir so etwas wollen?« »Wir hätten sie mit dem Rest wegschmeißen sollen.« »Ja.« »Und die Klamotten gleich mit.« »Ja.« Die Kleidung hing, sorgsamst verwahrt, dicht gedrängt in einem schmalen Schrank. Bis ganz zum Schluss, auch als sie schon bettlägerig war, war es ihr wichtig, präsentabel zu sein. Sie sagte, bloß nicht tot und dreckig aufgefunden werden. Eine verwahrloste Alte werden, das ist für mich eine Horrorvision. Wir holten Blusen hervor, Strickjacken, den Wintermantel, legten sie auf einen dreistufigen Tritt, den einzigen Überlebenden der Entrümpelungsaktion. Wir kannten das alles in- und auswendig, hatten es Jahr aus, Jahr eingesehen, unmodische, überholte Sachen. Die Garderobe einer gewöhnlichen Frau, die ohne Aufsehen lebt, zur Arbeit fährt, von der Arbeit kommt, ihren Haushalt ordentlich führt, die sich nie den geringsten Leichtsinn erlaubt hätte oder die kleinste Gewagtheit im Aussehen oder in anderer Weise, aber wer weiß. Jeanne und ich kannten jedes einzelne Teil aus dem Schrank, und zwar praktisch immer schon. Sie hatte das alles schon in Pytho getragen, dieselben rauen Wollsachen, dieselben mehr oder weniger dunkelgrünen, Bordeaux-roten oder beigefarbenen Kombinationen, den etwas weniger alten, aber auch schon seit Jahren vertrauten, Polyester-Morgenmantel. In einer Ecke lagen sorgfältig gefaltet sämtliche Schals, die wir ihr geschenkt hatten. Als Schals in Mode kamen, schenkten wir ihr welche in dezenten Farben, nur fiel uns nie auf, dass sie die jeweils vorigen nie trug. In Seidenpapier gehüllt lagen sie da. Jeanne wandte sich einen um den Kopf, à la Audrey Hepburn. Ich sagte, wann fängt der Ramadan an? Wir lachten, und eine Art deplatzierter Kummer schnürte mir die Kehle zu, in dieser winzigen, leeren Wohnung, wo von einem ganzen Leben so gut wie nichts geblieben war. Die dicke Anissée hatte sich genötigt gefühlt, das Schondäckchen zu nehmen. Sie sagte, zur Erinnerung, warum nicht, und nahm es an, die Geste des braven Mädchens, das einem einen Gefallen tut. Sie hätte wenigstens so tun können, als wäre sie gerührt, oder würde die feine Handarbeit bewundern, aber nein, sie stopfte es nachlässig in ihrer Handtasche. Es tut mir leid, dass ich es ihr geschenkt habe. Eine Frau häkelt ihr Liebesleben lang und hinterlässt ihre kleinen Stoffstückchen, die nichts und niemandem nützen. Sie erfand Motive, kein Mensch schert sich darum. Wer interessiert sich für Häkelmotive? Der Tod trägt alles fort, gut so. Es gilt für die Neuankömmlinge Platz zu schaffen. In unserer Familie waren wir dabei immer radikal. Das biblische Modell, jener Vater zeugte jenen Sohn, das gibt es bei uns nicht, auf keiner Seite. Meine Großeltern habe ich nicht kennengelernt, abgesehen von der Großmutter väterlicherseits, einer Eisenbahnerwitwe. Sie liebte niemanden außer den Meisen, die sie auf ihren Fensterbrettern durchfütterte. Die Wohnung über uns ist immer noch verplombt. Der gelbe Aufkleber und die beiden wechselnden Siegel sitzen über der Türritze. Manchmal gehe ich eigens hoch, um nachzusehen. Was hier geschah, ist diskret verflogen. Die Luft ist dieselbe wie zuvor. Ich beuge mich über die Balustrade unseres Balkons. Auf der Straße gibt es nichts zu sehen, als die altbekannten Banalitäten. Den Liguster, die Sträucher in ihren Kübeln, die ordentlich zwischen den frisch aufgemalten Linien geparkten Autos. Ich sah die Manuscrivis immer über diesen Parkplatz gehen und in ihren Renault-Laguna-Kombi steigen, immer sie am Steuer, wenn sie zu zweit waren. Er rauchte noch schnell auf, bevor er einstieg, so hatte sie Zeit, rückwärts auszuparken. Am Ende kamen achtzehn Gäste. Ich war auf das Doppelte vorbereitet. Alte Freunde, Kollegen von Pierre, Jeanne und ihr Ex-Mann, meine Nichte, die Manuscrivis, meine befreundeten Kolleginnen aus dem Pasteur oder von Font-Poufro, mit oder ohne Kerl, und sogar Emmanuel, auch wenn er nicht lange blieb. Kaum war Jeanne eingetroffen, einen hausgemachten Orangenkuchen, feierlich vor sich her, ertragend wie eine Schale Kaviar, verschwand sie in der Küche, um ihn mit Küchenpapier abzudecken und in den Kühlschrank zu zwängen. Auf den ersten Blick erkannte ich, dass sie in dieser typischen, fidelen Laune war, die mich einfach fertig macht. Meine Schwester ist absolut schwankend in ihren Launen, stündlich können sie umschlagen, manchmal auch schneller. Ihre schlechte Laune ist radikal, eine düstere, fast stumme Schwermut, nicht besonders sympathisch. Ihre gute Laune ist aber noch viel schlimmer. Sie trellert vor sich hin, trägt eine manierierte Fröhlichkeit zur Schau mit jung-Mädchen-Gestik und absichtlich gezierter Sprechweise. Sie hat eine geheime Liebschaft mit einem Bilderrahmenbauer angefangen. In der Euphorie des Anfangs hat sie sich ein SM-Halsband mit Leiner angeschafft und musste mich sofort in die Küche zerren, um es mir auf ihrem Mobiltelefon zu zeigen. Außerdem reizte sie eine kleine Peitsche. Sie hatte eine sehr hübsche im Netz gesehen, eine vierschwänzige Katze mit Kroko-Handgriff. Leider sollte sie 54 Euro kosten und auf dem Ding stand, Achtung, für sehr scharfe Stunden. Ich wollte das Gesicht ihres Rahmenbauers mal sehen, aber sie hatte kein Foto. Er sei 64, fünf Jahre älter als sie, verheiratet, kräftige Arme, denn er gehe rudern, sagte sie, und tätowiert waren die Arme auch. Ich dachte, und warum taucht in meinem Leben nicht mal ein tätowiertes Mannsbild mit Peitsche auf? Ich fühlte mich ausgemustert, aus dem Rennen gerade noch gut genug, in der Vorstadt Abendgesellschaften für Verwandte und ein paar ultraöde Gäste zu veranstalten. Ich nehme mir diese Gedanken übel. Ich fühle mich wohl mit meinem Mann. Pierre ist fröhlich, man kann gut mit ihm auskommen. Und er ist nicht rätselig. Ich mag keine rätseligen Männer. Er ist immer für mich da, aber kein unterwürfiger Softie. Er ist zärtlich. Ich mag seine Haut. Wir kennen einander in- und auswendig. Ich werfe ihm seine allzu bedingungslose Liebe vor. Er bringt mich nicht in Gefahr. Er idealisiert mich nicht. Er mag mich sogar, wenn ich hässlich bin, auch wenn das nicht sonderlich beruhigend ist. Zwischen uns sprühen absolut keine Funken. War das jemals so? Was für eine jämmerliche Bilanz. Ich bin wie der Tannenbaum aus Andersens Märchen. Der will unbedingt etwas Lebendigeres, Aufregenderes erleben. Was zählen ihm Wald und Schnee, Vögel und Hase? Nichts kann ihn erfreuen. Er sehnt sich nur danach zu wachsen und die Welt von oben herab zu betrachten. Als er dann groß ist, träumt er davon, dass die Holzfäler ihn schlagen und fortbringen, damit er zum Schiffsmast werden und die Meere bereisen kann. Als seine Äste entwickelt genug sind, will er geschlagen und fortgebracht werden, um ein Weihnachtsbaum zu werden. Der Tannenbaum will weg, die Sehnsucht bringt ihn um. Als er im warmen Saal steht und geschmückt und herausgeputzt wird, als man ihn mit Zuckerzeug behängt und mit einem Stern krönt, da träumt er vom kommenden Abend und den Kerzen auf seinen Zweigen, träumt davon, wie der ganze Wald kommt und neidisch zu den Fenstern hereinschaut. Als er einsam auf dem Dachboden liegt, nackt und bloß, ohne Nadeln in der Winterkälte, redet er sich gut zu und hofft, dass er im Frühling wieder hinaus darf. Als er auf dem Hof liegt, welk und dürr neben den frischen Blumen, wünscht er sich wieder in die dunkle Ecke auf dem Dachboden. Und als Axt und Streichhölzer kommen, denkt er an die einstigen Sommertage im fernen Wald. Die Manuscrivies kamen als erste, zugleich mit Nasser und Claudette Eluardi, einem brillanten und strengen Paar. Ich habe Nasser bei Font-Pouvreau kennengelernt, wo er mit Europa-Fragen betraut war. Später hat er seine eigene Kanzlei als Berater für Industrierecht gegründet. Claudette ist in der Bioinformatik-Forschung. Lidia und Jean Linault hatten sich ihnen noch vor der Tür als Gäste vorgestellt, die einen ganz besonders beschwerlichen Herweg hatten, und die Eluardis lachten höflich über den Scherz. Die Manuscrivies brachten eine Flasche Champagner mit, Jean Linault hatte ein sehr kurz geschnittenes Sträußchen blasslila Röschen in der Hand. Bis Jean und ihr Ex-Mann kamen, waren wir eine kleine Weile zu sechst. Eine ganz besonders leere Zeitspanne voll intensiver Unschlüssigkeit, denn jedes der beiden Paare hatte sich jeweils an ein Ende des Sofas gedrückt, während Pierre und ich halb gebückt mit Getränken und Schälchen voll Rohkost hantierten. Jean Linault saß ganz vorne am Rande des Polsters, seine Haarsträhnen säuberlich auf den Schädel geklebt, die Hände zwischen den gespreizten Beinen gefaltet, in der Haltung vertrauensvoller Erwartung. Er trug ein feilchenblaues Hemd, ich fand es sehr elegant, mit Radlan-Ärmeln, und dazu eine Brille, die ich nicht kannte, ein halbrundes, sandfarbenes Gestell. Lidie reichte Staudensellerie herum. Kein Wort konnte sich aufschwingen, kein Dialog kam in Gang. Am Ende jedes Satzes lauerte die Stille. Irgendwann sprach Nasser das Wort Boulevard Brün aus, und Lidie rief, »Ah, am Boulevard Brün, da jammen wir demnächst.« »Jammen?« fragte Nasser. »Was soll das heißen?« »Eine Jam-Session. Jazz vor und mit dem Publikum«, antwortete Lidie breit lächelnd. »Aha, sehr schön.« »Eine Impro, wenn Sie das besser verstehen. Improvisation mit Freunden und Unbekannten.« »Ah, Impro.« »Ja, sehr schön. Spielen Sie ein Instrument?« »Ich singe.« »Sie singen. Bravo.« Jean Linault lächelte stolz dazu. Ich ergänzte, »Sie singt sehr gut«, und alle nickten liebenswürdig. Jetzt hätte man auf eine kleine Fortführung hoffen können, auf eine minimale Neugier, aber nein, das Gespräch stürzte in das klaffende Loch zurück, aus dem es aufgetaucht war. Ich warf einen Blick nach draußen und entdeckte Flocken. Es schneite. Am ersten Frühlingstag. Ich rief, »Es schneit!« Ich machte die Fenster auf, die Kälte strömte herein. Es schneite. Und keine kleinen Flocken, sondern schöne, schwere Flache. Alles stürzte auf den Balkon. Claudette und Lidie lehnten sich über das Balkongitter, um zu schauen, ob die Flocken am Boden schmolzen. Die Männer sagten, »Der bleibt nicht liegen.« Die Frauen sagten, »Der bleibt.« Wir fingen an, über das Klima zu reden, die Jahreszeiten, über Gott weiß was. Pierre machte eine Flasche Champagner auf, der Korken flog nach draußen, die Flocken abschießen. »Umweltsünder«, meinte Lidie. Wir prosteten uns lachend zu. Pierre erzählte eine Geschichte aus Emmanuels Kindheit. Sie waren beide, Vater und Sohn, zusammen zum Wintersport nach Morsin gefahren und teilten sich ein Zimmer in einem Hotel mit Sauna im Untergeschoss. Als er eines Abends von dort entspannt im Bademantel ins Zimmer hochkam, saß Emmanuelle in Tränen aufgelöst vor dem Fernseher. »Was hast du denn?« »In Paris schneit es.« »Hier auch, mein Kleiner, schau mal aus dem Fenster, wie schön«, hatte Pierre gesagt, »der Sonnenuntergang hinter den Bergen.« »Ich möchte heim nach Deux-la-Louette«, flinnte der Junge. Er rollte sich jammernd auf dem Bett herum und schmiss alles auf den Boden, was ihm in die Finger kam, untröstlich, dass er den Schnee in Deux-la-Louette verpasste. Am Ende warf Pierre die Fernbedienung nach ihm. Sie zerschellte an der Wand. Emmanuelle behauptete, er sei ihr gerade noch so ausgewichen. Pierre schwor seither, er habe ohnehin daneben gezielt. »Schnee, das heißt meine Kindheit, das heißt Glück.« Diesen Satz von Cioran werde ich nie vergessen, obwohl er auf mich nicht zutrifft. Als Jeanne mit ihrem Orangenkuchen in die Küche gerannt kam, sagte sie, »Draußen vor eurem Haus wäre ich beinahe auf die Fresse geflogen, so als wären wir verantwortlich für den Kälteeinbruch.« An den Füßen hatte sie ungewöhnliche Riemchensandalen mit Keilabsatz. Warum sie die gekauft hatte, begriff ich später, als ich die Fotos von der SM-Ausrüstung sah. Dank des Schnees kam der Abend endlich in Fahrt. Nass und aufgekratzt trudelten einer nach dem anderen die Gäste ein. Serge, Jeannes Ex, sie haben sich vor acht Jahren im Guten getrennt, der Kontakt ist nie abgebrochen, übernahm von sich aus den Türdienst, antwortete an der Gegensprechanlage, nahm den Leuten die Mäntel ab, improvisierte gegenseitige Vorstellungen. Meine Freundin Danielle, sie ist Dokumentarin im Pasteur, kam ebenfalls sehr aufgewühlt an. Sie hatte am selben Tag ihren Stiefvater beerdigt. Als ihre Mutter im Krankenhaus den Toten im Sarg sah, hatte sie laut aufgeschrien, »Aber Jean-Pierre trug doch keinen Schnurrbart!« Die für die Herrichtung des Toten zuständige Angestellte hatte ihn nachlässig rasiert, und der dichte Schatten unter den Nasenlöchern ließ ihn aussehen wie Adolf Hitler. Als Danielle das erzählte, erinnerte ich mich an die lieblose Frisur, die man meiner Tante für ihren Abschied verpasst hatte, plattgedrückt und mit scharfgezogenem Scheitel, und das ihr, die ihr Haar ein Leben lang unablässig gekräuselt und toupiert hatte. Als sie im Altenheim vor sich hin vegetierte, gab ihr Mann, der, wie meine Mutter es ausdrückte, immer ein Frauenheld geblieben war, all ihre Sachen zu den barmherzigen Schwestern, bis auf das, was sie für den Sarg noch brauchen würde. »Jean-Pierre trug doch keinen Schnurrbart!«, hatte Daniels Mutter mehrmals völlig aufgebracht gerufen. Danielle machte das perfekt nach. Offenbar war sie dabei durch das Zimmer gewirbelt und mehrfach gegen die Wand geprallt. Danielle sagte mit übertrieben besonnener Stimme, »Mutter, beruhige dich doch, wir regeln das Problem!« Ein Mann tauchte auf, sie wies ihn auf das Rasurproblem hin, ihre Mutter rief nochmals, »Mein Mann trug doch keinen Schnurrbart!« Auf zehn Spitzen kam der Mann mit einem Mäppchen zurück. Der glattrasierte und gepuderte Jean-Pierre, der dabei herauskam, sah dem lebenden Jean-Pierre auch nicht viel ähnlicher, aber Daniels Mutter beugte sich über den offenen Sarg und sagte, »Ach, was bist du schön, mein Bärchen!« Später, als sie aufgelöst durch den Flur humpelte, hatte sie zu Danielle gesagt, »Daniel, Liebes, du wirst dich jetzt sehr gut um mich kümmern müssen. Was hast du heute Abend vor? Ich könnte uns einen kleinen Kalbsbraten machen mit Champignons.« »Na, Prost, meine Beste,« hatte Daniel zu sich selbst gesagt, »heute Abend kannst du sie nicht allein lassen. Das war's dann mit dem Abend bei deinen Freunden.« Ich warf ein, »ich persönlich hätte ja kein Dubel, das mich meine Beste nenne und davon abhalte, Unsinn zu machen.« »Also mich nennt mein Dubel meine Beste,« sagte Daniel, »aber ich höre nicht drauf.« »Du hast deine Mutter allein gelassen?« »Ich habe sie einer von ihren Nachbarinnen untergeschoben, aber jetzt brauche ich erst mal eine Stärkung.« »Hättest du sie doch mitgebracht.« »Um Himmels Willen bist du wahnsinnig,« rief Daniel und kippte ein Glas Champagner. Ab diesem Moment begann Mathieu Cross, ein Kollege von Pierre, um sie herumzustreichen. Ich schnitt gerade in der Küche eine Tortilla auf, da erschien überraschend Emmanuel, etwas gönnerhaft wie einer, der später noch auf drei Partys erwartet wird. Er wirkte auf mich erstaunlich jung in dieser Gesellschaft. Er war es ja auch. Die Lallemands kamen mit einem pikanten Hühnchencake und einem Buch für Pierre, das Lambert ihm in Geschenkpapier überreichte. Pierre nahm es höflich entgegen und legte es unausgepackt auf einen Tisch. Ich sagte, »Warum packst du es denn nicht aus?« »Er packt nie mehr was aus.« Es war die moderne Schachstrategie von Tartaco Vert, eine Erstausgabe. Wirklich eine reizende Aufmerksamkeit, Pierre hatte über den Verlust seines Jugendexemplars geklagt. Ich sagte, »Er packt nie mehr was aus, neuerdings.« »Dann komme ich wohl nach meinem Vater«, sagte Emmanuel. »Nicht mal neu gekaufte Klamotten packe ich aus. Es braucht mindestens zwei Wochen, bevor ich sie anziehe.« »Weil du noch zu jung bist«, sagte Pierre. »Eines Tages ziehst du sie überhaupt nicht mehr an. Du wirst schon sehen.« Marie-Jo Lallemant schüttelte irgendwie hingerissen ihre feuchte Mähne. »Was machst du jetzt eigentlich so, Manu?« fragte sie in kumpelhaftem Ton. »Sie ist Orthoptistin und meint, sie hat einen guten Draht zur Jugend.« »Digitales Marketing«, sagte Emmanuel. »Wow, sagenhaft!« Während ich eine Platte suchte, um den Hühnchen-Cake zu servieren, hörte ich Satzfetzen in der Art von »Wir gestalten den Content für die Websites von B2B-Unternehmen« und sah Marie-Jo beifällige Grimassen ziehen. Was Digitales finde ich viel cooler als meine Finanzpläne andauernd. Marie-Jo war ja sowas von einverstanden. Die Lallemants waren gerade in Ägypten gewesen. Lambert zeigte uns allerlei Fotos von den Pyramiden, immer ein, zwei asiatische Touristen im Bild, dann Bilder aus Kairo, Auslagen mit Schaufensterpuppen, und dann auf einmal kam ein ungewöhnliches Bild. Ich sagte, »Moment, zeig noch mal, zeig noch mal!« Eigentlich war es nichts. Eine Frau, von hinten aufgenommen, geht den Bürgersteig entlang, ein winzig kleines Mädchen an der Hand. Fast ein Schnappschuss, nicht sehr scharf. Jetzt habe ich es in Groß auf meinem Computer. Lambert hat es mir sofort geschickt. Darum befindet es sich jetzt in meinem Bilderordner neben dem der lachenden Manus Crivice. Auf einer Straße in Kairo geht, man sieht sie von hinten, eine Frau, an der Hand ein winzig kleines Mädchen in einem langen weißen Kleid. Der Boden ist mit Platten belegt, es könnte ein Vorplatz sein oder ein sehr breiter Bürgersteig. Es ist Nacht. Ringsum Männer, Geschäftsschilder, grell beleuchtete Schaufenster. Die Frau ist üppig, ihr Haar unter einem Schal verborgen. Ihre Kleidung ist etwas verwirrend. Über einem Pulli mit schwarzen Ärmeln trägt sie einen knielangen Umhang in Orange, darunter eine dunkle Hose. Die Kleine geht ihr knapp übers Knie. Sie ist, bis auf die bloßen Arme, ganz in Weiß gekleidet. Ein Kittelkleid mit Rüschen, so lang, dass sie es beim Gehen stören muss, über einer sich bauschenden, kragenlosen Hemdbluse. Das Kleid ist in der Talia ausgestellt, wie bei einem Modell für eine Erwachsene mit beeindruckend viel Stoff. Darüber dann der kleine, kleine Kopf des Kindes. Ein Biss auf den Pferdeschwanz in der Mitte ausrasierter Nacken, abstehende Ohren, dünne, strähnige, schwarze Haare. Wie alt mag sie sein? Dieses Kleid steht ihr absolut nicht. Sie haben sie verkleidet und in die Nacht hinausgezerrt. Ich identifizierte mich sofort mit dieser weißen Gestalt, der Jahre der Scham bevorstanden. Als ich klein war, wurde ich hübsch gemacht. Im Naturzustand war ich es also nicht, so viel verstand ich. Aber man soll ein unanmutiges Kind nicht herausputzen. Es fühlt sich anormal. Die anderen Kinder fand ich anmutig und fühlte mich lächerlich in den alten Frauenkleidern, die mich am Herumhüpfen hinderten, und mit meinen immer höchstens schulterlangen Haaren, meine gesamte Kindheit über, verbot mir meine Mutter lange Haare, die hinten mit einer Haarspange fixiert waren, um meine Locken straff zu ziehen und die Stirn frei zu halten. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich meine Hausaufgaben machte und dabei Strähnen aus falschem Haar trug, die ich an meine eigenen angeknüpft hatte. Ständig bewegte ich den Kopf, um zu spüren, wie sie sich bewegten und baumelten. Meine Mutter wollte, dass ich ordentlich aussah. Mit anderen Worten, geleckt, sauber, plump ausstaffiert und hässlich. Der Frau mit dem Schal ist das Wohlbefinden des Mädchens egal. Sie selbst fühlt sich in ihrem Körper auch nicht wohl. Vor allem liegt ihr jeder Gedanke an Wohlbefinden fern. Niemand in unserer Familie wäre auf so etwas gekommen. Ich kann der Anissé, dieser Schlampe, nicht verzeihen, dass sie das Häkeldeckchen missachtet hat. Wenn ich nur daran denke, raubt es mir den Schlaf. Ihre Mama war ja so eine freundliche Frau, um mir einen Gefallen zu tun oder mir ein schlechtes Gewissen zu machen. Meine Mutter war alles aber nicht freundlich. So konnte man sie auf gar keinen Fall bezeichnen. Nur weil jemand gestorben ist, spricht man ihm seinen eigentlichen Charakter ab. Einen Gefallen hätte mir die Schlampe getan, wenn sie das Deckchen behutsam genommen und sorgfältig in ihrer Tasche verwahrt, wenn sie wenigstens in den paar Sekunden unseres Abschieds so getan hätte, als könnte es ihr etwas bedeuten. Sie hat es in den nächsten Mülleimer geworfen. Das hätte ich auch getan, aber niemand hätte es geahnt. Wenn ich nicht in gesellschaftlichen Vorzeigesituationen war, schleifte meine Mutter mich ebenso achtlos mit, wie die Mutter in Kairo ihr Kind. Ganz den übrigen Sorgen des Lebens zugewandt. Wenn sie die Hände am Griff des Einkaufswagens hatte, musste ich mich ebenfalls daran festhalten. Kilometerweit konnte ich mit einer Rotznase oder einer schiefsitzenden Kapuzenmütze herumlaufen, ohne dass sie etwas bemerkte. Jeanne und ich waren immer viel zu warm angezogen. Noch im fortgeschrittenen Alter mussten wir sechs Monate im Jahr mit Kapuzenmütze gehen. Welches Detail hat bei mir Klick gemacht, als Lambert uns seine banalen Fotos zeigte? Die beiden Gestalten auf den grünlichen Bodenplatten hatten mich auf der Stelle stutzen lassen. Trotz des Größenunterschieds zwischen ihnen, der raumgreifenden Mutter und der Kleinen mit dem Stecknadelkopf, begreift man sofort die Kraft eines winzigen Lebens. Die Aufnahme mag wenige Tage vor unserer Abendeinladung in einem anderen Land, einem anderen Klima entstanden sein, aber sie zielt auf mich und versetzt mich weit in die Vergangenheit. Wir waren unansehnlich und ohne Geschmack ausstaffiert, meine Mutter und ich. Allein gingen wir auf dieselbe Weise die Straßen entlang, und obgleich meine Mutter nicht dick war, fühlte ich mich an ihrer Seite wie ein Nichts. Als ich gemeinsam mit Jeanne ihre Wohnung ausräumte, wurde mir klar, wie einsam sie sich ihr Leben lang gefühlt hat. Wenn mein Vater mich bei einem seiner Wutanfälle schlug, tauchte sie in meinem Zimmer auf und gebot mir, mit dem Weinen aufzuhören. Sie stand auf der Schwelle und sagte, »Gut, jetzt reicht's aber mit dem Theater.« Dann machte sie zum Abendessen etwas, das ich besonders mochte, eine Suppe mit Nudel-Einlage zum Beispiel. Wenn wir sie in den letzten Monaten ihres Lebens besuchten, trafen wir sie stets unerklärlich lebhaft aufgekratzt an. Mit vorgeschrecktem Hals und weit aufgerissenen Augen spähte sie jedweder Bewegung nach, wollte nicht ein einziges in ihrer Gegenwart geäußertes Wort verpassen, schwerhörig wie sie war. Sie, die Spezialistin für Gleichgültigkeit, die immer an allem das Negative gesehen hatte, sie wurde, als es daran ging, den Löffel abzugeben, auf einmal entsetzlich neugierig. Irgendeinen gibt es immer, der einem wie ein Klotz am Bein hängt. Der Klotz unseres Abends war Georges Vaprou. Er isst und trinkt, er hilft kein bisschen mit und spricht mit niemandem. Der Schnee war bald einem schlaffen Regen gewichen. Georges Vaprou, Teller und Glas in der Hand, wanderte unablässig zwischen den Gruppen umher, ging wieder zum Fenster und starrte hinaus, als ob es draußen dann doch unterhaltsamer wäre. Ich war wütend, dass Pierre ihn wieder eingeladen hatte. Viele Männer, ist mir aufgefallen, haben diese Neigung, ihr Leben lang so einen Klotz mitzuschleifen, der sie offenbar amüsiert, ohne dass irgendwer begriffe, warum. Anfangs war Georges Historiker, dann hat er Comics gemacht, jetzt schlägt er sich, pichelnd, mit kleinen Schreibereien durch. Seine Visage ist irgendwie noch attraktiv genug, um sitzengelassene Frauen anzuziehen. Catherine Musain, die immer noch bei Font Pouvro arbeitet, ging zum Fenster und versuchte ein Gespräch zum Thema meteorologische Veränderlichkeiten. Georges sagte, er möge Schietwetter, Regen, zumal diese Art schmierigen Regen, den jeder verabscheut. Catherine kicherte von der pittoresken Antwort charmiert. Er fragte, was sie beruflich mache. Sie sagte, Patentingenieurin. Er antwortete, ach, derselbe Quatsch wie Elisabeth. Sie lachte abermals und erklärte, sie beschäftige sich damit, die Erfindungen der Forscher zu schützen. Ach, nee. Und was für eine Erfindung schützen Sie gerade? Ich arbeite an dem Patentantrag Endorphine. Es geht um ein neues Schmerzmittel, wenn Sie so wollen. Und was wird Ihr Antrag da bewirken? Dass ein paar reiche Typen noch reicher werden? Sie versuchte zu differenzieren. Inzwischen musste sie schon einen Hauch von seinem Weinatem abbekommen haben. Georges sagte, der wahre Forscher, meine Kleine, der scheißt auf die Knete, der braucht keinen Schutz. Katrin versuchte, den Begriff öffentliches Interesse anzubringen, stand aber auf verlorenen Posten. Ihr seid doch nur die Handlanger der Industrie, machte Georges weiter. Die Typen, die das AIDS-Virus entdeckt haben, die haben auf die Knete geschissen. Denen ist es um nichts als um Grundlagenforschung gegangen. Und Grundlagenforschung kommt prima ohne euch süße Mädels aus. Euer Patenttheater da ist der reine Kommerz. Ihr schützt keinen Menschen. Ihr schützt das große Geld. Er hatte sie zwischen Fenster und Truhe eingezwängt, redete aus zwei Zentimetern Entfernung auf sie ein. Sie bekam Luftnot und schrie auf, seien Sie nicht so aggressiv! Die Leute drehten sich nach innen um, und Pierre griff sofort ein, um seinen Freund zu wendigen. Die Manuscrivis nahmen sich Katrins an und stellten ihr einen Teller mit Salaten und einem Stück Hühnchencake von den L'Allemans zusammen. Sie fragte immer wieder, wer ist denn dieser Typ, spinnt der? Im Vorbeigehen sagte ich, Lydie, das ist mal einer, den Sie resetten sollten. Ein Suffkorb lässt sich nicht resetten, wandte Lydie ein. Ich fragte mich, wen sie denn resetten wollte, wenn nicht Leute, die aus der Spur geraten waren. Irgendwann ließ sich Lambert mit der Aussage vernehmen, sämtliche linken Überzeugungen kommen mir nach und nach abhanden. Worauf Jeanne geradezu tollkühn etwas entgegnete, das noch vor wenigen Jahren im selben Kreis den sozialen Selbstmord bedeutet hätte. »Mir kann das nicht passieren, ich habe nie welche besessen.« »Ich auch nicht,« kluckste Lydie, die sich in der Runde Pudel wohlfühlte. »Er ja auch nicht,« ergänzte Pierre. »Was redest du da? Mein Leben lang habe ich links gewählt. Durch dick und dünn verteidigte sich Lambert. Ich werde sogar als rote Socke beschimpft.« Serge aber wollte diesen Titel für sich und nur sich allein in diesem Raum in Anspruch nehmen. Und jemand fragte, ob sich »rote Socke« eigentlich in andere Sprachen übersetzen lasse. Wir alle warfen Wörter in die Runde, wobei wir in stiller Übereinkunft ausschlossen, dass es ein angelsächsisches Pendant überhaupt gab. Gilles Theodias, unser Experte für alles Iberische, sagte »Progre« und nannte bei der Gelegenheit den wertigen Comichelden »Kiku el Progre«. Ich sagte »Und auf Italienisch? Was würden Sie da sagen, Jean Lino?« Ich sah, wie er errötete, so jäh in den Mittelpunkt gerückt. Hilfesuchender Blick zu seiner Frau, ratloses Zucken ihrerseits. Dann stotterte er etwas Unverständliches und brachte am Ende heraus »Sinistruide«. »Sinistruide«, das Wort wurde belacht und jemand fragte, ob man sagen könne »Unvecchio sinistruide«. Er sagte, er sehe nicht, was gegen diese Formulierung spreche, aber er sei eben auch kein Italiener aus Italien. Er sei sich bei dem Wort nicht ganz sicher, er könne letztlich in diesen Dingen gar nicht mitreden, da er Italienisch nur mit seinem Kater spreche und nie über Politik. Das brachte ihm allgemeine Sympathie ein und er wurde wider Willen zum Liebling des Abends. »Die Jugend verlässt uns«, ließ Serge verlauten, als Emmanuel sich still und leise verdrücken wollte, und der Ärmste mußte für eine Abschiedsrunde noch einmal ins Wohnzimmer zurückkommen. Ich sah ihn lange merkwürdig eingeknickt vor Lidie dastehen, bis mir klar wurde, dass sie seine Hand hielt und auf ihn einredete, ohne loszulassen, wie es Leute tun, die sich ihrer magnetischen Wirkung sicher sind und deren Alter körperlicher Vertraulichkeiten zulässt. Kathrin fragte Jean Linault, ob er Kinder habe. Er strahlte, er berichtete von einer Freude, die für ihn geradezu vom Himmel gefallen sei, und der Name Rémy trat auf seine Lippen. Vielleicht erfindet man ja seine Freude. Vielleicht ist nichts real, weder Freude noch Schmerz. Die unverhoffte Anwesenheit eines Kindes in seinem Leben nannte Jean Linault eine Freude. Er nannte es eine unverhoffte Freude, dass er sich um ein anderes Wesen kümmern, für es sorgen konnte. So war Jean Linault gestrickt. Rémy, die Nervensäge, war eine Freude vom Himmel gefallen. In dem Augenblick, als Emmanuel ging, kamen Etienne und Merle Dinesmann. Merle, sie ist Geigerin, hatte gerade bei Dvorjaks Requiem in der Kirche St. Barberin mitgewirkt. Etienne ist Pierres engster Freund. Seit einigen Monaten geht es mit seinem Augenlicht bergab. In seiner Garage lagert er Leuchtmittel, die er kauft, um seiner unheilbaren Makuladegeneration zu begegnen. Er weigert sich kategorisch in der Öffentlichkeit darüber zu reden und tut so, als ob nichts wäre. Mittlerweile geht das schon fast nicht mehr. Wenn er etwas in seiner Garage abstellen oder dort herausholen will, was ihm beim Sehen helfen soll, sieht er nichts, denn da drinnen liegt kein Strom und es ist stockdunkel. Da bräuchte er schon ein Tausend-Watt-Strahler. Etienne war Mathelehrer wie Pierre. Jetzt unterrichtet er in Vereinen Schach für Kinder. Ich habe ihn noch nie über seinen Zustand klagen hören. Seine Augen verlieren nach und nach ihren Glanz. Aber an dessen Stelle ist in seinem Gesicht etwas anderes, Neues aufgetaucht. Ich könnte es nicht benennen, etwas Beharrliches, Nobles. Merle tut ebenfalls, als ob nichts wäre. Aber ich sehe, wie sie unmerklich das Glas dichter an die Flaschenöffnung hält, wenn Etienne eingießt, oder andere winzig kleine Gesten, die mich zutiefst rühren. Einen Teil des Festes verbrachte Jeanne mit einer fieberhaften Korrespondenz, Handy und Brille in der Hand. Serge tat so, als ob er es nicht bemerkte. Er war neckisch aufgelegt und hinreißend teppisch dabei, betätigte sich als Butler und Oberkellner, redete mit allen, versuchte sogar Claudette Eluardie zu amüsieren. Er machte mir alles angenehm und leicht. Auch wenn er auf ihr jetziges Leben nicht mehr eifersüchtig war, konnte ich nicht begreifen, wie sie sich derart grob benehmen konnte. Ich fand meine Schwester monströs, eine lächerliche Frau, jugendlich aufgestelzt, rücksichtslos und vulgär. Als ich an ihr vorbeikam, flüsterte ich ihr zu, hör auf damit, sonder dich nicht so ab. Sie blickte mich an, als wäre ich lästig und sauer-töpfisch und rückte nur ein klein wenig beiseite. Fast hätte ich mir davon den Abend verderben lassen. Doch als ich sie von hinten sah, mit den gefärbten Haaren, die über ihren Stirnnacken wallten, sie, die seit so vielen Jahren in die Banalität des Lebens eingepfercht war, da dachte ich, dass sie vollkommen recht damit hatte, sich den Ruderer zu schnappen, die Peitsche, das versaute Gerede und auf den jovialen Ecks und das, was sich gehörte, zu pfeifen, solange es noch nicht zu spät war. Gilles Teodias und Mimi Benetroff waren ihrerseits just aus Südafrika zurückgekommen. Alle Welt war reist, nur wir nicht. Gilles berichtete, wie er sich auf einmal Auge in Auge mit nicht einem, nicht zwei, sondern drei liegenden Löwen befunden hatte. Mensch und Tiere musterten einander, sagte er, und keiner rührte sich. »Keiner rührte sich, weil die Löwen fünf Kilometer weit weg waren und du sie vom Jeep aus im Fernglas hattest,« sagte Mimi. Wir lachten. Daniel lachte, den Oberkörper eng an Mathieu Cross gelehnt. »Im äußersten Süden von Angola,« fuhr Gilles fort, »sind wir mit dem Boot auf dem total krokodilverseuchten Gounené gefahren.« Mimi korrigierte, sie hätten einen Babykrokodil auf einem Felsen gesehen, ebenso gut hatte es ein Ast sein können, und zwar im Norden von Namibia. Gilles behauptete, er habe Fotos von schreckenerregenden Krokos aus weniger als zwei Metern Entfernung aufgenommen. »Ja, klar,« sagte Mimi, »im Zoo von Johannesburg.« »Was die nicht alles erzählt,« sagte Gilles, »und so eine Reise machen wir eh nicht so bald wieder, Mimi verdient keinen roten Heller mehr. Meine Frau arbeitet in der Rückversicherungsbranche, in der Abteilung Acts of God, also Naturkatastrophen, und heutzutage bedeutet das dank des Klimawandels Adieu Bonus.« Alle lachten. Die Manuscrivis lachten. Das ist das Bild, das mir von innen geblieben ist. Jean Leneau hinter dem Sofa stehend, im feilchenblauen Hemd, mit seiner neuen gelben Halbbrille, das Gesicht gerötet vom Champagner oder der Erregung, dass er sich in Gesellschaft befindet, alle Zähne geblickt. Unter ihm sitzend Lydie, den Rock beiderseits auf dem Sofa ausgebreitet, das Gesicht nach links geneigt, sie lacht schallend. Lacht das wohl letzte Lachen ihres Lebens. Ein Lachen, dem ich unendlich nachsinne. Ein Lachen ohne Bosheit, ohne Koketterie. Ich höre es immer noch. Ein bisschen dämlich im Grunde. Ein von nichts bedrohtes Lachen, das nichts ahnt, nichts weiß. Es gibt keine Vorwarnung vor dem Schlimmsten. Kein flüchtiger Schatten huscht mit der Sense vorbei. Als kleines Mädchen war ich fasziniert von dem Skelett mit seiner Kapuze, dessen Umrisse auf dem Vollmond zu erkennen waren. Seit damals hege ich die Vorstellung, es müsse Vorzeichen geben, in welcher Form auch immer. Ein kalter Hauch, ein dunkler Schemen, ein Klingeln, wer weiß. Als die anderen Gäste erfuhren, was in derselben Nacht keine drei Stunden später geschehen war, reagierten sie verblüfft und schreckensstarr. Auch Jean Linault hat nichts gespürt. Nicht die geringste Vorahnung von Unheil hat ihn gestreift, als er in den nun folgenden Minuten vollkommen hirnfrei drauf losblabberte. Ohne es zu bemerken, hatte er sich von jener typischen ehelichen Übung anstecken lassen, die darin besteht, sich auf Kosten des anderen in Szene zu setzen und ihn zu necken und das Publikum zu amüsieren. Wie hätte er auch etwas ahnen können? Alles wirkte so traut und folgenlos. Dummes Samstagabendgerede. Männer, die die Welt retten, die lachen, sich aufregen. Lidie erkundigte sich, ob das Hühnchen im pikanten Hühnchencake de l'Allemance aus biologischer Aufzucht stamme. Marie-Jo antwortete leicht genervt, also ehrlich, keine Ahnung, wir haben den bei Truffaut gekauft. Kenne ich nicht, sagte Lidie. Köstliche Sachen macht er, sagte Catherine Müssin. Zum Niederknien pflichtete Daniel ihr bei und schnitt aufreizend sorgfältig eine Portion für Mathieu Cross ab. »Haben Sie denn Keks schon probiert?«, fragte ich. »Nein, ich esse kein Hühnchen mehr, bei dem ich nicht weiß, wo es herkommt.« »Oh ja, das stimmt«, rief Jean Linault, der Jean Linault von der Pferderennbahn. »Ja, das stimmt.« Lidie war pikiert. »Man kann auch sagen, ich habe überhaupt immer seltener Fleisch auf dem Teller.« »Aber sie beschäftigt sich immer mit dem Fleisch auf den Tellern der anderen.« »Recht hat sie«, sagte Claudette Eluardie, eine ihrer wenigen Äußerungen an dem Abend. »Ich erzähle euch mal eine Geschichte«, sagte der Jean Linault von der Pferderennbahn. »Neulich Abend waren wir mit unserem Enkel Rémy im Karobleu essen. Ich überlegte vielleicht, Hühnchen auf baskischer Art zu bestellen. Rémy wollte ein Hähnchen mit Pommes. Lidie fragte als erstes, ob die Hühnchen mit Biogranulat gefüttert worden wären. Lidie nickte zur Bestätigung. »Nachdem man ihr versichert hatte, dass die Hühnchen mit Biogranulat gefüttert worden waren«, sagte Jean Linault stolz auf seine Wortwahl, »wollte sie wissen, ob das Hühnchen auf dem Hühnerhof genug Auslauf hatte, ob es herumgeflattert war und sich in einen Baum setzen konnte, wenn es wollte.« »Der Kellner hat sich zu mir umgedreht«, »in einen Baum setzen«, und sein Gesicht sprach Bände, »Hilfe, eine durchgeknallte.« Ich machte so eine kleine zustimmende Bewegung. »Sie wissen schon, so eine leichtsinnige, dumme Bewegung, wie wir Männer sie manchmal machen«, scherzte Jean Linault. »Und dann hat Lidie wiederholt, ja, Hühner setzen sich in Bäume.« »Ja, Hühner setzen sich in Bäume«, bestätigte Lidie. »Da bitte«, Jean Linault nahm uns zu Zeugen. Als der Kellner weg war, sagte ich zu Rémy, »wenn Oma Lidie uns erlauben soll, Hühnchen zu essen, dann muss das Hühnchen vorher auf einem Baum gesessen haben. Der Kleine fragte, »warum muss das Hühnchen vorher auf einem Baum gesessen haben?« Sie sagte, »weil es wichtig ist, dass das Hühnchen ein normales Hühnerleben führen konnte.« »Ganz genau«, sagte Lidie. »Wir sagten, ja, ja, das wissen wir, aber wir wussten nicht, dass das Hühnchen dazu auch unbedingt auf Bäumen sitzen muss.« »Es muss auch Staubbäder nehmen können«, fuhr Lidie fort mit einer Haltung des Halses und einem Tonfall, bei dem es Jean Linault sofort hätte eiskalt werden müssen, wäre er nur etwas nüchterner gewesen. »Ha, ha, ha!« »Zur Gefiederpflege. Mir persönlich genügt es nicht, wenn mir einer wie dein Freund da, dieser Kellner, der nicht mal weiß, was er serviert, erzählt, dass das Huhn Bio-Körner gefressen hat. Ich will wissen, ob es ein artgerechtes Leben an der frischen Luft hatte.« »Recht hat sie«, sagte Claudette Eluardie abermals. »Und dein Gezwinker mit dem Kellner und dem Kleinen hat mir auch nicht gefallen, das weißt du.« »Man wird sich wohl noch ein bisschen amüsieren dürfen, das ist doch alles nicht so schlimm, Süßbienchen. Rémy und ich, wir haben jetzt ein neues Spiel. Wenn wir das Wort Huhn geschrieben sehen oder hören, flattern wir«, sagte Jean Linault. »Und dann winkelte er die Arme an, schloss die Augen halb und flatterte auf Schulterhöhe mit den Händen, derart absonderlich, dass Georges Vapereau lautlos lachte. Ein raues, weintrunkenes Lachen, bei dem allen peinlich zumute wurde, außer Jean Linault, der seine Flatternummer hoch erfreut ausbaute, indem er den Hals reckte und, glaube ich, ein bisschen gackerte. Dazu verführte er kreisende Bewegungen mit den Schultern und Schulterblättern. Es fehlte nicht mehr viel zu einer Art Inkarnation. Georges erklärte, er werde eine Figur erschaffen, das Bio-Huhn, einen Terroristen der jüngsten Generation, der bakteriologische Viren verbreitet. Müsste das dann nicht »Acts of the Devil« heißen? Er hatte ihn schon genau vor Augen und würde ihm einen Schal aus Merino-Woller verpassen. Dann neigte er sich zu der ihn entsetzt beäugenden Catherine Müsin und säuselte ihr zu »Merino«, du verstehst schon, oder? Diese armen Schäfchen, die in Australien ganz gräßlich gefoltern und geschoren werden. Wenn ich zurückdenke, ist mir, als hätte Lydie den restlichen Abend über den Mund nicht mehr aufgemacht. Pierre neigt zwar weniger dazu, die Leute zu beobachten, aber er teilt meinen Eindruck. Im Moment ist es natürlich niemandem aufgefallen. Mein Frühlingsfest war nämlich durchaus gelungen. Das dachte ich, als ich unsere Freunde in unserem kleinen Wohnzimmer betrachtete, wie sie zwanglos herumlümmelten, alle mehr oder weniger laut redeten, rauchten, futterten, sich in wechselnder Besetzung unterhielten. Daniel und Mathieu Cross turtelten etwas abseits dem Flur. Ganz aufgelöst lümmelten Jeanne und Mimi wie Teenager auf dem Sitzsack und kicherten verstohlen. Mir fiel der Ausdruck »Zusammenhalt schaffen« wieder ein, und ich warf das Thema »Leerfloskeln« in die Runde. Wir kamen gleich auf gar nicht wenige. Darunter tauchte interessanterweise der Begriff »Toleranz« auf. Das kam von Nasser Eluardi. Er vertrat die Meinung, sie sei ein von vornherein hohles Konzept, da man tolerant nur sein könne, wenn man auch gleichgültig sei. Sobald das Konzept nicht mehr mit Gleichgültigkeit gepaart sei, sagte er, breche es in sich zusammen. Lambert und noch ein paar Gäste versuchten, den Begriff zu verteidigen, doch Nasser, etwas erhöht auf dem marokkanischen Stuhl thronend, verteidigte seine Sichtweise, indem er ihn schlicht und einfach auf das Verb »lieben« konzentrierte, mit einer Entschlossenheit, die uns alle entwaffnete. Gegen elf kam Piers Bruder Bernard mit einer Wurst aus dem Schwarzwald an, die sich einfach nicht schneiden lassen wollte. Wir waren aber ohnehin längst beim Nachttisch. Er arbeitet als Ingenieur für einen deutschen Betrieb, wo man derzeit einen kabellosen Horizontalfahrstuhl entwickelt. Mein Schwager ist ein großer Verführer, er hat ein Talent zum Liebhaber für die ersten Stunden, und alle Frauen sollten sich unverzüglich in Sicherheit bringen. Catherine Mussin, die über keinerlei Alarmsysteme verfügt, war sofort hingerissen von dieser magnetischen Levitation. Die, als erste gekommen waren, brachen auch als erste auf. Kaum waren die Éloardis aufgestanden, erzupfte Lydie Jean Linault am Ärmel. Jetzt erst wird mir klar, dass Jean Linault ungern ging. Die Éloardis und die Manuscrivis verabschiedeten sich mit Wangenküsschen auf demselben Fußabtreter, wo sie einander kennengelernt hatten. Es kam sogar die Idee auf, demnächst mal eine der Gem-Sessions zu besuchen und Lydie zuzujubeln. Am Ende waren nur noch die Dinesmanns, Bernard und wir beide da. Bernard fing sofort an, über Catherine Mussin herzuziehen. Er beklagte sich bitter, dass wir nicht zu seiner Befreiung herbeigeeilt seien. Sie habe zu ihm gesagt, sie befinde sich in ihrer dritten Blüte. Eine Frau, die zu dir sagt, sie befindet sich in ihrer dritten Blüte, da fällt dir doch der Schwanz ab. Wir schilderten ihm den Auftritt mit Georges, der sein tiefes Mitleid erregte. Und dann sprachen wir noch einmal über den Schnee. Und über Zyklen, über die absurde Vorstellung, Zeit sei etwas Lineares, die Vergangenheit gäbe es nicht mehr, die Zukunft noch nicht. Etienne erzählte früher, als er mit seinem Vater in den Bergen wandern war, schon mit Merle, Da seien sie ihm weit vorausgelaufen, hätten die Kurven abgeschnitten, seien die Hänge hinuntergerannt. Die jungen Leute! Später seien sie ihren eigenen Kindern auch noch lange vorausgelaufen. Wir drehten uns um, wir sagten, ach Leute, trödelt doch nicht so, das nervt, sagte Etienne. Und heute sind die ihrerseits nach ein paar Schritten außer Sicht. Nicht einzuholen, ganz nebenbei. Dabei müssten doch wir so sein. Wir warteten unten auf meinen Vater. Wenn er um die letzte Kurve des Weges kam, schaute er drein wie einer, der aus freiem Willen flaniert, um alles Schöne zu genießen. Er sagte, habt ihr die Stelle mit dem Enzian gesehen? Und die Vergissmein nicht? Jetzt sind wir diejenigen, auf die man warten muss, sagte Etienne. Die Sehenswürdigkeiten der Natur halten uns auf. So schnell geht das, verdammt noch mal. Na ja, mit meinen Augen habe ich bald eine gute Ausrede. Uns Fünfen war wohl in dieser Nacht, die Füße auf dem Sofatisch, entspannt und ein klein bisschen alt, mitten im Chaos der Wohnung. Uns war wohl in unserer Welt der Erinnerungen und des Plauderns bei einem Schluck Birnenschnaps. Etienne hat Glück gehabt, dachte ich, dass er mit seinem Vater in den Bergen wandern war. Mein Vater war absolut nicht der Typ, mit dem man hätte in den Bergen wandern können. Und auch nicht woanders. So viel zu den Vergissmein nicht. Im Aufbruch fragte Bernard, wer die Rothaarige und der Typ mit der Giscard-Frisur gewesen seien. Sie wohnen über uns, sagten wir. Sie sind lustig, sagte Bernard. Ihn kann ich gut leiden. Wir gingen auf den Balkon, um ihn nachzusehen. Bernard mit seinem Motorrad und dem dicken Helm. Die Dienesmanns bogen um die Hausecke, Arm in Arm. Keine Spur mehr von Schnee. Am Himmel standen die Sterne. Die Luft war beinahe mild. Ich sagte zu Pierre. Hast du mich hübsch gefunden? Sehr hübsch. War Jeanne nicht strahlend schön? Sie war hübsch. Hübscher als ich? Nein, ihr wart beide sehr hübsch. Wirkt sie jünger als ich? Nein, überhaupt nicht. Aber ich wirke doch ein bisschen jünger, oder? Ihr wirkt gleich alt. Wenn du mich nicht kennen und uns beide sehen würdest, welche fändest du dann hübscher? Sollen wir einfach erst morgen aufräumen? Was meinst du? Für welche von uns beiden würdest du dich spontan entscheiden? Für dich? Serge hat im Aufzug wahrscheinlich dasselbe zu ihr gesagt. Logisch. Euch kann man nichts glauben. Was sagst du zu ihren Schuhen? Sind diese Riemchen nicht grässlich? Ist es nicht Irrsinn, in dem Alter sowas anzuziehen? Eine Tortilla ist noch übrig und drei Viertel von dem scheußlichen Hühnchen-Cake. Stimmt, der war scheußlich. Ungenießbar. Ich schmeiß ihn weg. Eine riesige Schüssel Reissalat. Genug Käse für die nächsten zehn Jahre. Kein Mensch hat die Leberpastete angerührt. Ich hab ganz vergessen, sie hinzustellen. Mit dieser Wurst aus dem Schwarzwald kannst du einen Einbrecher erschlagen. Wirf sie weg. Nett das mit dem Tartacouvert. Meine Ausgabe war älter. Trotzdem nett. Ja. Georges war schon besoffen, als er kam. Der ist ab acht Uhr früh besoffen. Warum lädst du ihn ein? Er ist so einsam. Er verbreitet eine grauenhafte Stimmung. Komm, wir gehen ins Bett. Wir setzten unsere Nachbereitung im Bad fort. Glaubst du, das kann was werden mit Daniel und Mathieu Croce? fragte ich. Er scheint mir sehr scharf drauf. Bei ihr bin ich nicht so sicher. Ich hätte das Gegenteil gesagt. Ich ruf sie morgen mal an. Und deine Freundin von oben, die Selidie, die hat ja voll die esoterische Klatsche. Findest du, lachte ich. Wenn du jemanden auf einer einsamen Insel mitnehmen müsstest. Claudette Eluardi oder Lydie Gambiné? Lydie, auf jeden Fall Lydie. Claudette Eluardi oder Catherine Musin? Claudette. Da kann man sich wenigstens unterhalten. Catherine Musin oder Marie Jo? Schwierig. Musin, aber nur geknebelt. Jetzt du. Georges Vapro oder Lambert? Nein. Unmöglich. Du musst dich entscheiden. Na dann Georges Vapro, aber erst nachdem ich ihn gewaschen und ihm die Zähne geputzt habe. Schlampe. Als wir im Bett lagen, fragte ich Pierre, warum wir wohl niemals Peitscher, Handschellen und ähnliches Zubehör benutzt haben. Seine Reaktion war fürchterlich. Er musste lachen. Aber es stimmt, das hätte bei uns überhaupt keinen Sinn. Er fragte, Georges oder Bernard? Bernard, sagte ich, wie aus der Pistole geschossen. Er sagte, der Idiot gefällt dir also. Und das hat gereicht, um uns heiß zu machen. Ich schlief schon fast, da hörte ich etwas, das ganz für eine Türklingel klang. Pierre hatte seine Stirnlampe aufgesetzt, um einen alten Band der Malco-Serie zu lesen. Seit Gérard de Villiers tot war, litt er darunter, dass es keine neuen mehr gab. Ich spürte, wie er kurz aufmerkte, aber es blieb still. Ein paar Minuten später hörten wir dasselbe läuten. Pierre setzte sich auf, um besser zu hören. Er tippte mich an und flüsterte, Psst, da hat er geklingelt. Es war fünf nach zwei. Wir warteten beide, leicht vorgebeugt, ehe immer noch mit seiner Stirnlampe. Es klingelte erneut. Pierre stand auf, streifte sich ein T-Shirt und Boxershirts über und ging nachsehen. Durch den Spion erkannte er Jean Linault und dachte sofort an einen Wasserrohrbruch oder etwas Ähnliches. Er machte auf. Jean Linault starrte Pierre an Verzog den Mund sehr eigenartig und dann, immer noch mit eimerförmig vorgestülpter Unterlippe, sagte er »Ich habe Lidie umgebracht.« Erst erreichte der Satz Pierre nicht ganz. Er trat zurück, um Jean Linault hereinzulassen. Jean Linault kam herein und blieb mit hängenden Armen neben der Tür stehen, Pierre ebenso. Beide standen in Warteposition im Eingang. Ich kam im Schlafanzug dazu. Ein Babydoll von Hello Kitty und eine Schlafanzughose aus kariertem Flanell. Ich sagte »Was ist denn, Jean Linault?« Er sagte nichts. Er sah Pierre an. »Was ist denn, Pierre?« »Ich weiß nicht. Kommen, wir gehen ins Wohnzimmer.« »Wir gingen ins Wohnzimmer.« Pierre machte eine Lampe an und sagte »Setzen Sie sich erst mal hin, Jean Linault.« Er deutete auf das Sofa, wo er bereits den größten Teil des Abends verbracht hatte, aber Jean Linault nahm den unbequemen marokkanischen Stuhl. Pierre ging zum Sofa und winkte mich zu sich. Ich schämte mich, wie das Wohnzimmer aussah. Wir hatten einfach keine Lust zum Aufräumen gehabt, hatten gedacht, wir machen das alles morgen. Die Aschenbecher hatten wir noch geleert, trotzdem roch es nach Rauch. Zerknüllte Servietten lagen herum, verstreutes Besteck, Chipskrümel. Auf der Truhe reiten sich noch unbenutzte Gläser. Ich hätte gern ein wenig Ordnung gemacht, aber ich spürte, dass ich mich besser hinsetzte. Jean Linault saß auf dem marokkanischen Stuhl höher als wir. Seine Haarsträhnen hingen jetzt zur Hälfte nach rechts herunter, die andere Hälfte wehte nach hinten. Zum ersten Mal sah ich seinen kahlen Schädel. Es gab eine Art Pause, und dann fragte ich sacht, »Jean Linault, was ist denn?« Wir betrachteten seinen Mund. Einen Mund auf der Suche nach verschiedenen Formen. »Bring uns doch einen kleinen Cognac, Elisabeth,« sagte Pierre. »Wir dich auch?« »Ja.« Ich nahm drei Wodka-Gläser und goss Cognac hinein. Jean Linault trank in einem Zug aus. Noch irgendetwas war seltsam an seinem Gesicht. Pierre schenkte ihm nach, wir nippten an unseren Gläsern. Ich begriff nicht, was wir hier sollten, warum wir drei hier in dem verdreckten Zimmer fast im Dunkeln saßen und weitertranken. Nach einer kleinen Weile fragte Pierre mit ganz normaler Stimme, als handelte es sich um eine liebenswürdige Nachfrage, »Sie haben Lidie umgebracht?« Ich sah ihn an, ich sah Jean Linault an, ich lachte, »Sie haben Lidie umgebracht.« Jean Linault legte seine Unterarme auf die Armlehnen, aber dafür ist dieser Stuhl nicht geeignet, und eine Sekunde lang sah ich ihn auf einem elektrischen Stuhl. Dann fiel mir auf, dass er seine Brille nicht aufhatte. Ich hatte ihn noch nie ohne Brille gesehen. »Wo ist Lidie?«, fragte ich. »Ich habe sie erwürgt.« »Sie haben Lidie erwürgt?« Er nickte. »Ich verstehe nicht, was das heißen soll.« »Was verstehst du nicht?« »Er hat Lidie erwürgt,« sagte Pierre. »Wo ist sie?« Jean Linault deutete nach oben. »Ist sie tot?«, fragte Pierre. Er nickte und schloss die Augen. »Vielleicht ja nicht,« sagte Pierre, »wir müssen nachsehen.« Wir standen auf, also Pierre und ich. Ich lief in mein Zimmer, griff nach einer Pulli und zog meine Hausschuhe an. Als ich ins Wohnzimmer zurückkam, hatte sich Jean Linault um keinen Millimeter bewegt. »Kommen Sie, Jean Linault,« redete Pierre ihm zu. »Wer weiß, vielleicht lebt sie ja noch. So leicht erwürgt man niemanden.« »Sie ist tot,« sagte Jean Linault mit Grabesstimme. »Wer weiß, wer weiß, kommen Sie.« Pierre wurde es allmählich zu viel. Er bedeutete mir, einzugreifen. Ich faßte Jean Linault beim Arm, der ungeheuer starr war und um die Armlehne des marokkanischen Stuhls gekrampft blieb. Ich murmelte ihm etwas Beruhigendes zu. Ich sagte, »Jean Linault, Sie können doch nicht die ganze Nacht auf diesem Stuhl sitzen bleiben.« »Schumal Sie offenbar der Einzige sind, der überhaupt darauf sitzen will.« Pierre wollte die Lage entschärfen. »Das stimmt,« bestätigte ich. »Jede Sekunde zählt, wir verlieren Zeit. Er hat recht. Reißen Sie sich zusammen, Jean Linault.« »Ich sag doch, Sie ist tot.« Pierre ließ sich auf das Sofa fallen, geriet dabei mit dem Fuß in das Kabel der Tischlampe, die zu Boden fiel und uns in fast völlige Dunkelheit tauchte. »Scheiße, das kann ich gerade brauchen.« »Ich machte die Deckenlampe an, die wir sonst nie anmachen.« »Nicht die Deckenlampe, nicht die Deckenlampe, bitte,« ächzte Pierre. »Ich machte eine Stehlampe an.« Jean Linault nahm die verschiedenen Beleuchtungen hin, ohne seine marmorne Positur, auch nur um einen Deut zu ändern. Ich wusste nicht mehr, was tun, zwischen meinem Mann, der sich da hinflätzte, als wäre er fest entschlossen, alles den Bach runtergehen zu lassen, und einem versteinerten, ganz und gar fremden Jean Linault. Wir hatten alle zu viel getrunken. Ich räumte ein wenig auf, sammelte Gläser und Flaschen zusammen, alles, was herumstand, schüttelte die Decke, die auf der Truhe gelegen hatte, auf dem Balkon aus. Dann stellte ich die von Didi geborgenen Stühle hintereinander an die Tür und holte meinen geliebten Rowenta-Handstaubsauger, um die Krümel zu beseitigen. Ich saugte den Couchtisch ab, dann den Teppich darunter, bis Pierre aus seiner Benommenheit erwachte und ihn mir aus der Hand riss. »Das ist wirklich der passende Moment zum Staubsaugen. Musst du ausgerechnet jetzt die Wohnung putzen?« Er stand auf, den Handstaubsauger im Anschlag wie ein Maschinengewehr, und sagte zu Jean Linault, »Gut, Alter, jetzt gehen wir. Hoch mit dir.« Jean Linault deutete eine Bewegung an, schien aber fest an seinen marokkanischen Stuhl genietet zu sein, außerstande, sich von ihm zu lösen. Pierre schaltete den Handstaubsauger wieder ein, richtete ihn auf Jean Linault's Brust und saugte das Hemd an, was ein ungewöhnliches Geräusch gab. Ich schrie, »Was machst du denn?« Von diesem Ansaugen entsetzt erhob Jean Linault sich zu einer defensiven Haltung. In diesem Augenblick wurde mir klar, dass wir wirklich da hinaufgehen würden. Jean Linault brachte seine Haarsträhnen an ihren Platz, indem er sie mehrmals wie zwanghaft mit der Hand glattstrich. Ich führte ihn sacht zur Wohnungstür. Pierre schlüpfte in seine Stadtschuhe, und wir gingen im gelblichen Treppenlicht eine Etage höher, Pierre voraus, in weiten hellrosa Boxershorts mit bloßen Beinen und Mokassins, Jean Linault in zerknitterter Abendkleidung und dahinter ich im Schlafanzug und in meinen Kunstpelzpantoffeln. Vor seiner Wohnung angekommen, suchte Jean Linault in seinen Taschen, bis er den passenden Schlüssel fand. Hinter der Tür miaute und kratzte Eduardo. Jean Linault säuselte ihm zu. Ich nahm Pierre's Hand, ich war etwas ängstlich, und verspürte zugleich eine schreckliche Lust, in das dichte Dunkel vorzudringen. Wir gingen hinein. Er machte das Garderobenlicht nicht an. Eduardo strich um unsere Beine mit einem Buckel wie ein Dromedar. Am Ende des Flurs fiel Licht aus Bad und Schlafzimmer. Jean Linault nahm wieder seine Warteposition ein, hochgezogene Schultern, untätig bormelnde Arme, wie in unserer Wohnung am selben Ort. »Wo ist sie?«, flüsterte Pierre. Dieses Flüstern fand ich seltsam, aber zugleich war mir klar, dass es nicht anging, in normaler Lautstärke zu reden. Jean Linault neigte den Kopf in Richtung Schlafzimmer. Pierre ging durch den Fuhr voraus, ich hinter ihm her. Vom Flur aus sah man sie schon. Die Füße am Kopfende zerknitterter Rock. Noch wie beim Fest. Pierre stieß die Tür ganz auf. Unter dem Poster von Nina Simone, in ihrem Strippenkleid mit all den baumelnden Anhängern, lag sie mit schlaffem Kiefer da. Die weit aufgerissenen Augen traten aus den Höhlen. Man erkannte sofort, dass es sehr ernst war. In einem Anflug von Professionalität, Fernsehserien, Krimis, ergriff Pierre ihr Handgelenk, um nach dem Puls zu tasten. Jean Linault erschien in der Türöffnung, nickend, wie er ein Zeuge, der mit finsterer Erleichterung seinen ersten Eindruck bestätigt sieht. Er hatte seine sandfarbene Brille wieder auf. Pierre blickte Jean Linault zutiefst bestürzt an. Er sagte, »Sie haben Sie wirklich?« »Sie ist tot.« Jean Linault nickte wieder. Niemand regte sich. Dann sagte Pierre, »Vielleicht sollten wir ihr die Augen schließen.« »Ja, ich überlasse das Ihnen.« Jean Linault trat zu Lidie hin und fuhr ihr mit der Hand über die Augen, eine religiös anmutende Geste. Das Kinn aber hing immer noch herunter. Ich sagte, »Können wir sie nicht ein bisschen besser herrichten?« Jean Linault öffnete eine Schublade mit allerlei Schals und Halstüchern. Ich zog das Erstbeste heraus, ein transparentes Gewebe mit blassen Blumenmotiven. Jean Linault schloss Lidies Mund, indem er das Kinn hochschob. Ich wickelte ihr den Schal um den Kopf und zog den Knoten unter dem Kinn so fest, wie ich konnte. So war sie schon ein sehr viel angenehmerer Anblick, wie bei einem Mittagsschläfchen draußen unter einem Baum. Und dann, wer weiß warum, zog Jean Linault ihr auch die Schuhe wieder an, die Riemchenpumps mit der flachen Schleife. Ich sah ihre Gliedmaßen auf der provenzalischen Tagesdecke. Unvorstellbar, dass diese Füße und das Fußkettchen mit den Anhängern jetzt niemandem mehr gehören sollten. Ich ertappte mich dabei, dass ich in meinem Kopf den richtigen Bildausschnitt suchte. Vom Saum des Kleides bis zum Bettrand, dazu ein paar Zentimeter von der Wand, die schlanken Beine und die Füße in den Nylonstrümpfen, auf dem gesteppten Stoff dargeboten wie nach einem brutalen Liebesakt. Das bereits vergangene Bild von Lydie Gambinet Einer der Anhänger war länger als die anderen. Ich hatte meine Brille nicht auf, aber es schien mir eine Eule oder eine Uhu zu sein. Was hatte der Vogel da auf ihrer Haut für sie bedeutet? Auf der Kommode stand noch eine Eule aus Zinn. Um unser irdisches Dasein zu ertragen, umgeben wir uns mit mythischen Gegenständen. Genau die ziehen mich in ihren Wann, wenn ich die erstarrte Welt der Fotografien betrachte. All diese elegischen Details, Klamotten, nettes Talismane, all diese mal schicken, mal schäbigen Ausstattungsstücke geben den Menschen stummen Halt. Pierre sagte, »Jetzt müssen wir die Polizei verständigen, Jean Linault.« »Die Polizei? Ah, nein, nein, nein!« Pierre bedachte mich mit einem kurzen Seitenblick. »Was wollen Sie denn sonst tun?« »Nein, nicht die Polizei.« »Jean Linault, Sie haben...« »Inen ist dieses Drama passiert.« »Sie sind zu uns gekommen.« »Was können wir für Sie tun?« Pierre stand neben einer Kommode. Der ernsthafte Ton und die bigotte Haltung seiner Hände wurde von den röckchenartigen rosa Boxershauts ein wenig abgemildert. Mit gesenktem Kopf verfolgte Jean Linault wie Eduardo um das Bett schlich. »Sollen wir jemand anrufen?« »Einen Anwalt.« »Ich kenne einen Anwalt.« Eduardo kletterte auf den Nachttopf. Ein Fayence-Nachttopf, darauf ein runder Holzdettel. Käseplatte. Und ich dachte, so ein Nachttopf im Schlafzimmer wäre gar keine schlechte Idee, wo ich jede Nacht dreimal zum Pinkeln aufstehen muss. Jean Linault sagte, »Non sul vaso da notte, meccino«, mit einem leichten Streicheln, das ihn zum Herunterkommen bewegen sollte. Eduardo war das Schnuppe. Er war mit der Untersuchung von Lidys Körper beschäftigt, der sich genau auf seiner Augenhöhe befand. »Tia fatomale, piccolino mio.« »Jean Linault, Sie sollten wirklich etwas kooperativer sein,« ging Pierre wieder an. »Vielleicht gehen wir ins Wohnzimmer,« schlug ich vor. »Povo, no patatino.« Pierre warf einen Blick aus dem Fenster, dann zog er die Gardinen zu. Mit entenartig gesetzten Füßen in seinen Mokassins und seinen sich bauschenden Boxershorts erklärte er, »Ich muss Ihnen sagen, Jean Linault, wenn Sie die Polizei nicht rufen, dann tun wir das irgendwann.« »Das ist nicht unsere Sache«, wandte ich ein. »Mag sein, aber jemand muss es tun.« »Wir sollten nicht in diesem Zimmer bleiben. Lass uns mal in Ruhe nachdenken.« »Worüber denn nachdenken, Elisabeth?« »Diese Frau ist von ihrem Mann erwirkt worden.« »Eine Tat im Affekt. Wir fragen nicht nach Details. Die Polizei muss verständigt werden. Und Sie, Jean Linault, kommen bitte wieder auf den Boden zurück.« »Und sagen Sie etwas, und zwar in einer verständlichen Sprache. Das Romgesäusel mit diesem bescheuerten italienischen Kater geht mir allmählich auf den Sack.« »Er steht unter Schock. Er steht unter Schock. Ja, wir stehen alle unter Schock.« »Wir sollten versuchen, einen klaren Kopf zu bewahren, Pierre. Jean Linault, was schlagen Sie vor?« »Jean Linault?« Pierre setzte sich in den gelben Samtsessel. Jean Linault zog das Chesterfield-Päckchen aus der Tasche und steckte sich einer an. Der Rauch breitete sich über Lidie aus, und er versuchte sofort, ihn wegzuwedeln. Und dann sagte er mit einem, wie mir schien, trauervollen Blick auf seine Frau, »Könnte ich Sie wohl ganz kurz unter vier Augen sprechen, Elisabeth?« »Was wollen Sie ihr denn erzählen?« »Zwei Sekunden, Pierre.« Ich gab ihm ein kleines Zeichen, à la alles unter Kontrolle, und nahm Jean Linault beim Arm, um ihn aus dem Zimmer zu führen. Er eilte ins Bad und schloss die Tür hinter mir. Dann fragte er, mit maximal gedämpfter Stimme und ohne Licht anzumachen, »würden Sie mir helfen, sie in den Fachstuhl zu schaffen?« »Aber, äh, äh, wie denn?« »In einem Koffer.« »In einem Koffer? Sie ist klein, sie ist nicht schwer. Sie müssen sie nur bis unten begleiten. Ich kann nicht mit dem Aufzug fahren.« »Warum Sie begleiten? Damit jemand bei der Ankunft dabei ist, falls unten einer steht.« »Das kam mir logisch vor.« »Was wollen Sie mit ihr machen? Ich weiß, wo ich Sie hinbringen kann.« »Wollen Sie sie mit dem Auto wegschaffen?« »Es steht direkt vor der Tür.« »Helfen Sie mir einfach, sie runterzubringen, Elisabeth. Um den Rest kümmere ich mich.« Es herrschte ein Waschmittelgeruch, dem mir vertraut war. Wir standen in völliger Dunkelheit da. Ich konnte ihn nicht sehen, hörte die Verzweiflung und Dringlichkeit in seiner Stimme. Ich dachte, man würde auch überprüfen müssen, ob der Parkplatz wirklich menschenleer war. Da flog die Tür auf. »Du willst diesem Verrückten helfen, seine Frau in den Fachstuhl zu verfrachten, Elisabeth?« Pierre ergriff meinen Arm wie mit einer stählernen Zange. Er hat schöne, starke Hände. »Wir gehen wieder runter, und ich rufe die Polizei.« Er zog an mir. Ich hielt mich an Morgenmänteln fest, die an einem Haken hingen. Mit anderen Worten, es dauerte nur drei Sekunden. Dann muss jemand an den Schalter gekommen sein. Eine Neonlampe an der Wand sprang an und tauchte alles in ein gelbes Licht, dieses altmodische Gelb, das wir früher auch in Pytho hatten. »Gehen Sie, Elisabeth! Gehen Sie wieder runter, meine liebe Elisabeth! Ich bin verrückt! Ich muss allein sein!«, flehte Jean-Lineau, die Arme nach vorn ausgestreckt. »Was wollen Sie denn tun, Jean-Lineau?«, fragte ich. Er nahm den Kopf zwischen die Unterarme und setzte sich auf den Rand der Badewanne, wo er sich sacht vor- und zurückwiegte und ohne einen Blick auf uns ächzte. »Ich muss mich fassen! Ich muss mich fassen!« Er tat mir wahnsinnig leid, wie er da in dem überfüllten Bad, zusammengekauert, die Haare strubbelig, unter dem Wäschetrockner an der Wand saß. Pierre zog wieder an mir. Ich sagte, »Hör auf, an mir herumzuzerren! Du willst wohl in den Knast wandern! Willst du uns alle in den Knast bringen?« »Was ist denn passiert, Jean-Lineau? Sind Sie ausgerastet?« Jean-Lineau murmelte etwas. Pierre sagte, »Reden Sie deutlich!« »Immer noch ohne einen Blick auf uns und beflissen wie ein getadeltes Kind«, sagte Jean-Lineau, »sie hat Eduardo einen Fußtritt gegeben.« »Liddy hat Eduardo einen Fußtritt gegeben,« wiederholte ich. »Seine Frau hat dem Kater einen Fußtritt gegeben, und er hat sie erwürgt. Und wir verduften jetzt hier.« »Aber sie liebt Tiere,« sagte ich. Jean-Lineau zuckte mit den Schultern. »Noch heute Nachmittag hat sie mich eine Petition unterschreiben lassen.« »Was für eine Petition hast du unterschrieben?« »Gegen die Kükenschredderung!« »Los, los, das reicht jetzt!« Pierre schob mich restlos entnervt Richtung Wohnungstür. Mit gesträubtem Fell und gebleckten Zähnen war Eduardo durch die Badezimmertür geschlüpft. »Nana del paolo tesoro!« »Er hat Nierensteine, der Ärmste.« »Rufen Sie jetzt die Polizei, Jean-Lineau?«, fragte ich. »Sie sollten es selber tun.« »Das ist die einzige Lösung«, sagte Pierre. »Ja.« »Die einzige Jean-Lineau.« »Ja.« Pierre riss die Wohnungstür auf und schleuderte mich auf den Treppenabsatz. Bevor er die Tür wieder schloss, schrie ich, »Sollen wir bei Ihnen bleiben?« »Weg ruhig das ganze Haus auf!«, flüsterte Pierre und zog sachte die Tür zu. Dann zerrte er mich die Treppe hinunter, immer noch mit dem stählenden Griff. Unten bei uns brachte er mich zunächst ins Wohnzimmer, als müssten wir darauf achten, nicht gehört zu werden. Dort versuchte er, die Vorhänge zuzuziehen, die aber bloße Dekoration sind, bis einer davon einriss. »Was treibst du denn da, dämliche Gardinen?« Er kippte einen Schluck Kognak. »Wolltest du ihm wirklich helfen, die Leiche verschwinden zu lassen, Elisabeth?« »Du hast an der Tür gelauscht, das gehört sich nicht.« »Du wolltest mit einer Leiche Aufzug fahren?« »Du kannst dir vorstellen, vier Etagen mit einer Totenrunde runterzufahren.« »Antworte bitte.« »In einem Koffer.« »Ach so, dann entschuldige.« »Du wüsstest die Antwort, wenn du noch ein bisschen gewartet hättest.« »Ist dir klar, worüber wir hier reden?« »Das ist wirklich schlimm, Elisabeth.« Auf einmal wurde mir kalt und ich bekam Kopfweh. Ich legte mir ein Schultertuch um und ging in die Küche, Wasser aufsetzen. Als ich mit meinem Kräutertee zurückkam, kauerte ich mich in die entgegengesetzte Sofa-Ecke von der, wo die Manuscrivis gesessen waren. Pierre tigerte auf und ab. Ich sagte, »Ich finde es schrecklich, dass wir ihn da oben allein lassen.« Er setzte sich neben mich und massierte mir die Schulter, unklar, ob er das tat, um mich zu wärmen oder um einen verstörten Geist wieder etwas zu sich zu bringen. Das Haus auf der anderen Seite des Parkplatzes war vollkommen unbeleuchtet. Offenbar waren wir die einzigen, die der Nacht nicht nachgegeben hatten. Wir und die Mieter über uns. Liddy lag neben dem toten Wache haltenden schwarzen Kater ausgestreckt in ihrer Abendgarderobe. Jolino saß einsam unter der zum Trocknen aufgehängten Wäsche. In einem Märchenbuch, das ich früher einmal besaß, stach die Prinzessin sich mit einer Spindel und fiel in einen tiefen Schlaf. Man legte sie auf ein mit Silber und Gold besticktes Bett. Sie hatte ebenso rotes Haar wie Liddy, und ihre Lippen waren rosig. Auf meinem Handy traf eine SMS ein. Pierre sagte, »Auf gar keinen Fall antwortest du ihm.« »Das ist dein Sohn.« Immanuel schrieb »Super Frühlingsfest, Mama«, begleitet von einem Smiley und einem Schneemann. Es tritt mir die Tränen in die Augen, ich weiß gar nicht recht, warum. Diese Nachricht mitten in der Nacht. Der Schneemann, diese kleine Freudengestalt, die einen sofort an alles Vergängliche gemahnt, an den Verlust. Die Kinder sind weit voraus, so wie der Nachwuchs von Etienne und Merle auf den Berg fahren, so wie ich selbst mich weit, sehr weit von meinen Eltern entfernt habe. Nicht durch einen großen Verrat wird die Wehmut verursacht, sondern durch die vielen kleinen Verluste. Als Kind hatte Immanuel einen Kaufmannsladen. Er saß in der Ecke seines Kinderzimmers, hinter einem kleinen, niedrigen Tisch, auf dem er seine Ware feilbot, kleine, selbstgemachte Basteleien, allerlei dekorativ bemalte Papprollen von Küchenkrepp oder Toilettenpapier, Dinge, die er draußen gefunden hatte, Eicheln, Halme, ebenfalls bemalt, kleine Figuren aus Knete. Aus kreuz- und querzerissenem Papier hatte er eine eigene Währung fabriziert, ausschließlich Papiergeld, die Pestos. Jeden Tag aufs Neue verkündete er in seinem Zimmer, »Der Laden hat geöffnet!« Weder Pierre noch ich reagierten auf den Satz, wir kannten ihn zu gut. Da er ihn nicht wiederholte, folgte ausgedehnte Stille. Dann kam immer ein Moment, in dem mir bewusst wurde, dass ich ihn gehört hatte, und in dem ich mir vorstellte, wie er, der kleine Kaufmann, Mutterseelen allein hinter seinem Verkaufstresen hockte und auf Kundschaft wartete. Dann nahm ich das Portemonnaie mit den Pestos und ging hinüber. Wenn er mich sah, war er froh, blieb aber ziemlich professionell. Wir siezten einander. Ich traf meine Wahl, zahlte und ging wieder, mit meinem Tütchen Flusskiesel und bemalter Kastanien, mit lächelnden oder fratzenziehenden Gesichtern auf dem hellen Fleck. In der Liste der Leerfloskeln hatten wir der Gedenkpflicht einen der oberen Plätze eingeräumt. Was für eine untaugliche Worthülse! Das Vergangene, ob es nun gut war oder schlecht, ist nichts als ein Arm voll dürren Laubs, das man verbrennen sollte. Auch die Trauerarbeit hatte einen Spitzenplatz erhalten. Zwei vollkommen sinnentleerte Begriffe, die einander überdies widersprechen. Ich fragte Pierre, was soll ich ihm schreiben? Du kannst ihm ja schreiben, dass unser Nachbar eine Stunde später seine Frau kalt gemacht hat. Egal, er denkt sowieso, wir schlafen. Wir breiteten das Schultertuch über uns beide, als ob wir die ganze Nacht auf diesem Sofa verbringen wollten. Unvermittelt stand er auf, ich hörte ihn im Eingang herumstöbern. Dann kam er mit dem Werkzeugkasten und dem Klapptritt, den er vor dem Fenster platzierte. Ich beobachtete, wie er ihn in seinem Boxershortsröckchen und den Mokassins erklomm. Mit fieberhafter Energie wollte er die Gardinenaufhängung reparieren. Die Röllchen hatten sich in der Schiene verkantet, der Saum des Stoffes war eingerissen. Er bastelte daran herum. Während er im Werkzeugkasten kramte, fragte er mich, ob wir Ersatzröllchen hätten. Ich antwortete, keine Ahnung. Er wurde nervös, zog am Band, zerrte an dem Leinenstoff, bis die Aufhängung nachgab. Schließlich riss er das Ganze verbittert herunter. Von mir keinerlei Reaktion. Gebeugt, das Bäuchlein vorgestreckt, ließ Pierre sich auf der obersten Stufe der Trittleiter nieder, die Unterarme auf die Schenkel gestützt, die Hände gefaltet. So saßen wir eine eigenartige kleine Weile da, ohne zu reden. Dann bekam ich einen Lachanfall, so ganz hinten im Hals, den ich mir schlecht als recht mit einem Kissen erstickte. Er kam herunter, klappte seinen Tritt zusammen und brachte ihn mitsamt dem Werkzeugkasten zurück in den Eingang. Als er wiederkam, sagte er, ich gehe ins Bett. Ja. Komm, wir gehen ins Bett. Ja. Jean-Lineau's kleiner lila Rosenstrauß stand in ein Wasserglas gezwängt auf einem Bord im Bücherschrank. Ich hatte nicht einmal das Bändchen aufgemacht. Jetzt suchte ich ein anderes Gefäß und stellte ihn am Ende in einen Parfümflakon. Als wir seine Tante im Heim besuchten, hatte Jean-Lineau einen Strauß Anemonen gekauft und zu mir gesagt, hier, schenken Sie sie ihr. Ich hielt den Strauß, während wir in einem Flur auf die Tante warteten. Zu beiden Seiten waren Geländer an der Wand. Eine Frau mit Stock und dicken Kompressionsstrümpfen ging vor uns her. Die Tante tauchte mit ihrem Rollator auf und ging schnurstracks weiter Richtung Cafeteria. Die Blumen überreichte ich ihr nicht sonderlich geschickt und die Tante scherte sich nicht weiter um Pariser Schnittblumen. Sie blieben dann in einem Glas im Gemeinschaftsraum stehen. Ich stellte den Flakon auf den Couchtisch. Die Röschen wirkten künstlich. In dem matten Kristallgefäß sah das Ganze aus wie der Schmuck auf einer Grabplatte. Vielleicht lag es auch an dem fremden Gefühl, das sich wegen der Tageszeit und der Situation eingestellt hatte. Was machte Jean-Lineau wohl da oben so ganz allein? Pierre rief aus dem Schlafzimmer nach mir. Ich sagte, ich komme. Wir hatten wir ihn bloß alleine lassen können. Einmal hatte er uns ins Courrette du Temple mitgeschleppt, eines dieser Cafés, die sich dreimal wöchentlich in einen Jazzclub verwandeln. Er hatte alles vorausgeplant, auch dass wir eine halbe Stunde vor der Zeit dort ankamen, als bis auf ein paar Musiker an der Bar noch kein Mensch da war. Aus Wandlautsprechern erschallten Jazz-Standards. Davor waren kleine runde Tische aufgebaut. Jean-Lineau, ganz casual gekleidet, hatte uns dicht am Rande des winzigen Podiums platziert, auf dem Piano, Bass und Schlagzeug warteten. Die sagten so nah? Wir sollten freie Sicht auf Liddy haben, ohne dass Pfeiler oder andere Zuhörer uns den Blick verstellten. Ich glaube viel eher, dass er sich jedes Mal wieder auf seinen Platz setzte, den vom allerersten Mal. Er rief sofort den Wirt herbei, stellte uns mit dem Gestus des Stammgastes vor, orderte, ohne uns zu fragen, drei Glas Bohle. Nach und nach kamen Gäste aller Altersstufen, eher unmodisch gekleidet. Ich erinnere mich an einen Mann mit hochgegelltem Silberhaar, der in einer Jacke mit Lammfellaufschlag und einem roten Hemd hin und her lief. Manche der Ankömmlinge schrieben ihren Namen auf ein Schiefertäfelchen, das am Mikroständer hing. »Sie melden sich fürs Jammen an«, erläuterte Jean Linault. Liddy rauschte strahlend herein und stürzte sich auf das Täfelchen, noch bevor sie uns begrüßte. Anfangs spielten nur die Musiker, dann sang der Trompeter »I fall in love too easily«. Ganz schön lang her, dass ich mich easily verlieben konnte, dachte ich, und ebenso lang, dass ich mich freiwillig mit lauter Unbekannten in so einer Affenhitze zusammenpferchen ließ. Dann traten nacheinander die Sänger auf, ihre Noten in der Hand. Wir applaudierten allen freundlichst, egal was geboten wurde. Jean Linault klatschte am lautesten. Eine Frau mit gepunktetem Kleid sang »Mäcki Messer« auf Deutsch und verhunzte den Song gnadenlos. Der Mann mit dem Lammfellkragen, den ich am besten fand, ich erinnere mich gern an ihn, vom Trompeter als Greg angesagt, trat mit einer Eigenkomposition auf. Er streckte die Hände wie zur Abwehr nach vorn, betete das Mikro an, nickte mit diskreter Zustimmung zu den Trompetenklängen. Er ging darin auf, als wäre er allein auf der Welt, mit schillernder Haarpracht, einen halben Meter vor unserer Nase. Jean Linault klatschte in die Hände, Lidie zappelte schier, so ging sie mit. Sie kannte ihn, er war Stammgast, im normalen Leben Schaffner bei der Bahn. Gerade legte sie neues Lipgloss auf, da sagte der Trompeter, »Und jetzt hören wir Lidie!« Jean Linault drehte sich zu Pierre hin, zu dem er nie irgendeinen besonderen Kontakt gehabt hatte, und packte ihn bei der Schulter. Er war ganz rot im Gesicht, vielleicht wegen der Bohle, und vor lauter Lampenfieber oder Stolz spähte er zu den anderen Tischen hinüber, um das Aufmerksamkeitsniveau zu ermitteln. Lidie begann »Les Moulins de mon cœur«, voller Selbstvertrauen, fast murmelnd, holte dann Tiefluft und sang »Vom Ring de Saturn« und »Vom Luftballon im Karneval«. Im Spotlight glitzerten ihre rehbrauner Haarpracht und die Ohrringe. Sie hatte eine zarte Stimme mit einem Tambre, das sich recht jugendlich fand, eine etwas naive Deklamation, die in einem gewissen Widerspruch zu ihrer körperlichen Erscheinung stand und zu der zähen Energie, die von ihr ausging. Sie sang den Song, ohne die Wörter zu verschleifen, wie ein Kinderlied am Straßenrand, zum Zeitvertreib auf dem Weg ins Nirgendwo. Eine sehr seltsame, berührende Frau, die man sich ganz woanders und in einer anderen Epoche vorstellen konnte. Jean Linault musste man gesehen haben. Von Freude hin und her gerissen, schwebte er geradezu über seinem Stuhl. Sie sah ihn nicht an, vielleicht war er ihr auch ganz egal. Sie sang die entsagungsreichen Worte von den aus dem Nest fallenden jungen Vögeln und den im Sand sich verwischenden Schritten mit kindhafter Leichtigkeit, wippte dabei von einem Fuß auf den anderen, sodass ihre Anhänger hin und her schwangen. Sie lebte den Augenblick in souveräner Weltvergessenheit. Jetzt saß Jean Linault von übergebeugt da, bewachte sein Idol mit seinem Körper, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Einmal spürte er, dass ich ihn beobachtete, und richtete sich auf, wie ertappt, glücklich und verwirrt lächelte er mich an. Um nicht so außer sich zu wirken, machte er eine Aufnahme mit dem Handy, das vor ihm auf dem Tisch lag. Einen Schnappschuss, ohne auf den Ausschnitt zu achten, denn der reine Zauber des Augenblicks bedurfte keines Aufwandes. Wir applaudierten krachend, alle drei. Ich wusste, dass Pierre sich tödlich langweilte, aber er machte gute Miene. Ich hatte den Eindruck, dass die anderen Tische Liddy ebenfalls applaudierten. Sie blieb noch kurz hinter dem Mikro stehen. Schwankend ließ sich Zeit, bevor sie den Platz räumte, anders als alle anderen Teilnehmer, die gleich nach dem Ende ihrer Darbietung scheue von der Bühne flohen. Bevor er zum Rauchen rausging, bestellte Jean Leneau vier Gläser Rum, St. James. Pierre versuchte verzweifelte Handzeichen, über die ich mich schief lachte. Liddy setzte sich beschwingt zu uns, schlug sich mit der Hand auf das Dekolleté. Der Trompeter sagte, »Und jetzt sind wir bereit für Jean-Jacques!« Es war ein wohlgesinnter, froher Abend, dem Vergessen geweiht, der Unbestimmtheit zahlloser Abende im Leben. Wie fern mir dieser Abend im Courrette du Temple jetzt vorkommt. Die Frau im gepunkteten Kleid. Der Mann, der so tat, als würde er Fly Me to the Moon auf der Mundharmonika spielen. Wir vier sturzbetrunken auf dem Bürgersteig, wie wir uns in ein Taxi drängten, aber wieder hinausgeworfen wurden, denn es war schon besetzt. Ein Typ, der als einer der Ersten aufgetreten war, hatte mich gefragt, »Bist du öfter hier?« »Zum ersten Mal.« Beim ersten Mal traut sich keiner. Wie rasend schnell die Vergangenheit zerfällt. Sie wird kreidebröselig, wie die Wand der Vergessenen auf dem Friedhof San Michele bei Venedig, an den ich oft zurückdenke. Pierre, Bernard und ich waren eines nebligen Novembertags so gut wie die einzigen Besucher dort. Ein unüberschaubares Durcheinander von Grabstellen, Einzelgräbern, Parzellen, Feldern. Eine ganze Insel voller Gräber. Die Gänge des Kolumbariums, Wände voller Fotos neben Wandvasen, aus denen künstliche Blumen ragen. Hunderte Fotos von wohlgekleideten, feinfrisierten Gestalten, die schelmisch in sich hineinlachen. Wir verliefen uns, wie wir so ziellos herumwanderten, ohne einer Menschenseele zu begegnen. Es war unter der Woche zur Mittagszeit. Auf einer Stele stand die Inschrift, »Du wirst immer bei uns sein, in Liebe, deine Emma.« Die Kühnheit des Satzes beeindruckte mich, als ob manche für ewig auf der Erde blieben, als existierten beide Welten getrennt voneinander. Innerhalb des Urnenhauses gab es eine Wand der Vergessenen, eine schmutzig-graue Fassade, Namen und Daten fast unlesbar. Auf einer etwas helleren Plakette konnte man noch 1905 entziffern. Kein Foto, nirgends. Es gab nichts außer ein, zwei an die Wand geschraubten, aus der Wand sprießenden Porzellanblumen. Diese Leute waren bei niemandem mehr auf dieser Welt. Das weißlich-schwärzliche dieser Wand ist in meinen Augen die eigentliche Farbe der Vergangenheit. Sobald wir die Erde betreten, müssen wir alle Gedanken an ein Bleiben fahren lassen. Nahe der Rialto-Brücke schenkte mir Pierre an demselben Nebeltag ein kurzes Cape aus braun-blau-meliertem Kaschmir, das ich in einem schlecht beleuchteten Schaufenster auf einer Schneiderbüste entdeckt hatte. Die Tür ging nur schwer auf, ein Mann mit halbgelähmtem Arm kam uns zu Hilfe. Ein gewaltiger Verkaufstresen beherrschte das Innere des Ladens. Auf Wandregalen lag die Ware, fast alles noch verpackt. Mit seinem heilen Arm zog er aus einer Schublade verschiedene Capes in Klarsichthüllen, keines in der gewünschten Farbe. Als ihm klar wurde, dass er das Stück aus der Auslage holen musste, knurrte er etwas in Richtung Hinterzimmer. Eine Frau tauchte auf, auch nicht liebenswürdiger als er, eingezogener Kopf, wie für draußen gekleidet. Drinnen war es auch wirklich kühl. Sie schaffte eine Trittleiter her, um an das Schaufenster zu kommen, und zog die Nadeln heraus, mit denen das Cape an der Büste befestigt war. Ich legte es vor einem Spiegel an, in dem man nichts sehen konnte, drehte mich dann zu den Männern um. Pierre fand es nicht schlecht, Bernard meinte, ich sehe daran aus wie ein biederes Mutchen. Das Ehepaar sagte nichts. Sie wirkten alt und desinteressiert. Wir kauften das Cape zu einem gar nicht zu teuren Preis. Die Frau legte es sorgfältig zusammen und steckte es in eine hübsche Tüte, die ich immer noch habe. Sie trägt die Beschriftung »Cashmere made in Italy«. Die beiden ließen keinerlei Freude über diesen Verkauf erkennen, der vielleicht der Einzige an dem Tag bleiben würde. Sie mussten schon seit vielen Jahren hier sein, hatten nach und nach ihre Kundschaft verschwinden sehen, die eleganten Leute des Viertels, die weggezogen oder gestorben waren. Wenn sie eines Tages zumachen, werden Chinesen den Laden übernehmen und Handtaschen verkaufen, dieselben bunten Ledertaschen, die alle hundert Meter in der ganzen Stadt hängen, oder ein Eiskaffee mit greller Neonbeleuchtung, oder aber, auch wenn die Chancen schlecht stehen, jüngere Leute machen eine Modeboutique auf. Aber die Modeboutique gehört zur selben vergänglichen Welt wie die Taschen. Das unerfreuliche Paar gehörte zu einem langsameren Menschenschlag. Ich sage langsamer, nicht beständiger. Sie standen irgendwo in der Landschaft. In meiner Erinnerung leben sie noch ein wenig weiter. Unsere Abteilung im Estitut Pasteur ist im früheren Krankenhaus untergebracht, einem denkmalgeschützten Gebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert. Wie der historische Teil des Komplexes ist es aus rotem Backstein gemauert. Ein Park liegt zwischen beiden Gebäudeteilen, die ein wunderbares Gewächshaus verbindet, allerdings stillgelegt, weil das Glas nicht mehr bruchsicher ist. Trotzdem wuchern die Pflanzen darin weiter wie in einem kleinen Dschungel. Das Fenster meines Büros im Erdgeschoss geht auf Hecken und Bäume hinaus. Dahinter steht ein modernes Gebäude mit einer Glasfassade. An sonnigen Tagen spiegelt sich unsere Fassade darin. Ich träume vor mich hin, ich platziere mich hier und dort, versetze mich in frühere Zeiten, stelle mir die Isolierstation vor, die hölzernen Bettgestelle, die Krankenschwestern mit Häubchen oder weißem Nonnenschleier. Ich sehe Dinge, die ich früher nicht sah. Nach einer Weile war aus dem Schlafzimmer nichts mehr zu hören. Ich ging nachschauen. Pierre hatte sich auf seine Seite des Bettes gekuschelt und schlief. Er schlief, wurde doch gerade über uns, jenseits der Zimmerdecke. Ich setzte mich auf den Bettrand und betrachtete sein sachtgrau werdendes Haar. Ich mag sein Haar sehr. Es ist dicht und wellig. Ich streichelte es. Er schlief. Ich war konsterniert. Er selbst erklärte diesen Durchhänger später mit den zu vielen, zu schnell getrunkenen Schnäpsen, die er in all der Panik und dem Durcheinander des Abends gekippt hatte. Egal. Er hatte sich hingelegt, die Decke bis zum Kinn gezogen, in der Position eines Mannes, der sich dem Schlaf überlässt. Mich hatte er allein gelassen. Unbewacht. Hatte mich mit seinen stählernen Fingern umsonst hergebracht. Ich war durchaus bereit, der väterlichen Stimme zu folgen, wenn sie denn fest blieb. Die strenge Stimme hatte zwei Sekündchen lang gegrollt und dann locker gelassen. Wer schläft, hat dich verlassen. Er sorgt sich nicht mehr um dich. Ich hatte ihn ein wenig lächerlich gefunden, wie er den Moralapostel gab, kurz davor, die Polizei zu rufen. Aber ich hatte gedacht, er hat um mich Angst. Er beschützt mich. In Wirklichkeit hatte er mich ins Trauter Heim zurückgebracht und sich dann verabschiedet, unbekümmert, ohne Sorge um den anderen. Noch ein nicht gehaltenes Versprechen. Und was, so dachte ich im Dunkeln auf dem Bettrand, hat es mit seinem völligen Mangel an Neugier auf sich? Pierre hat sich nie für die vermischten Nachrichten über Verbrechen, für das Elend der gewöhnlichen Menschen interessiert. Er sieht die Dimension des Verhängnisvollen darin nicht. Für ihn ist das anrührig oder die Leute sind Widerlinge. Auf eine Weise bin ich Jeannette Anissé näher als meinem Mann. Ich ging ins Bad hinüber, setzte mich auf den Toilettendeckel und untersuchte die Pröbchen, die ich zu Gwyneth Paltrows Anti-Aging-Creme dazubekommen hatte. Darunter eine tote Meernährmaske, die man die ganze Nacht lang einwirken lassen kann. Versonnen trug ich sie auf. Nicht ein klarer Gedanke. Neulich hörte ich im Fernsehen einen gar nicht so alten Typen sagen, Gott leitet mich. Jeden Tag frage ich ihn um Rat, gerade eben noch, bevor ich ins Studio kam. Gott rät einem viel heutzutage. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ein derartiger Satz viel Heiterkeit ausgelöst hätte. Heute findet alle Welt so etwas normal, sogar in Sendungen mit intellektuellem Anspruch. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn mir jemand in meiner Situation etwas vorgeschrieben oder erklärt hätte. Aber ich hatte hier im Badezimmer niemanden bei mir. Nicht einmal ein Dubel, das mich meine Beste nennen würde. Ich ging zur Wohnungstür und schaute durch den Spion. Tiefe Fensternis. Dann kehrte ich ins Wohnzimmer zurück, löschte die Lampe und öffnete das Fenster. Ich stellte mich in eine Ecke des Balkons, der menschenleere Parkplatz, der Laguna der Manuscrivis da unten. Ich lauschte der Stille der feuchten Nacht, etwas Wind, ein Motor. Dann machte ich das Fenster wieder zu. Kein Geräusch von oben, nichts. Ich begann durchs Wohnzimmer zu kreisen, zeichnete mit meinen Kunstpelzpantoffeln Schrittfolgen und überraschte mich dabei, wie ich zwischen den Möbeln kleine Hüpfer vollführte. Etwas tanzte in mir trotz allem. Schon früher hatte ich in Momenten, in denen das Unglück nicht mit vollem Peitschenheb zuschlägt, eine solche nicht zu unterdrückende Leichtigkeit erlebt. Ist das der Rausch der Gnadenfrist? Das Gefühl, noch aufrecht zu stehen, so sehr das Boot auch schwankt, oder ganz banal, wie für Ginette Alicé, schon wieder sie, das Gefühl der Leere zu entkommen? Im Programm dieser Nacht gab es auf einmal die Möglichkeit, von der geplanten Straße abzubiegen. Nachdem mein Mann mich allein gelassen hatte, konnte ich ebenso gut wieder ins Treppenhaus gehen. Es ist nichts Schlechtes, wenn ein Versprechen nicht gehalten wird. Erst im Freiraum der Enttäuschung kann unser faustisches Gen Wirkung entfalten. Dem großen Biologen Svante Päbu zufolge unterscheiden wir uns vom Neandertaler nur durch eine winzige Modifikation auf einem bestimmten Chromosom. Mehr nicht. Eine ungewöhnliche Mutation des Genoms, die angeblich den Aufbruch ins Ungewisse erlaubte, die Überquerung der Weltmeere ohne sicheres Land am Horizont, den ganzen fieberhaften Hang der Menschheit zu Forschung, Kreativität und Zerstörung. Kurz und gut ein Verrücktheitsgen. Ich ging noch einmal in unser Schlafzimmer. Pierre schlief tief und fest. Ich griff mir einen herumliegenden Pullover, nahm im Eingang die Wohnungsschlüssel und schlüpfte leichtfüßig hinaus. Oben klopfte ich und flüsterte Jean Lino's Namen. Er öffnete mir, ohne jedes Erstaunen, eine Einwegspritze in der Hand. Es roch nach Rauch. »Ich gebe ihr gerade ihre Arznei«, sagte er. »Eine Sekunde lang dachte ich, er meint Liddy. Jetzt ist er durchgedreht. Aber als ich ihm in die Küche folgte, wurde mir klar, er meinte die Katze. Eduardo hat Nierensteine. Er muss jeden Tag sechs Tabletten einnehmen und neuerdings solche Kroketten fressen, die ihm leider gar nicht bekommen, sagte Jean Lino, während er herumhantierte. »Setzen Sie sich, Elisabeth.« Der Arme. »Am ersten Tag habe ich eineinhalb Stunden gebraucht, bis er eine einzige Tablette von dem Antibiotikum geschluckt hatte. Der Tierarzt hat gesagt, sie stecken ihm die Pille ins Maul und halten es ihm dann zu. Von wegen. Sobald ich loslasse, spuckt er das Ding wieder aus. Dann habe ich begriffen, zum Schlucken muss eine Katze die Kiefer bewegen, wie zum Kauen. Aber das Schlimmste, sagte Jean Lino, das Schlimmste ist die Hefe. Währenddessen füllte er den Inhalt einer Kaffeeschale, den er zuvor mit dem Löffel umgerührt hatte, in eine Säuglingsfertig-Spritze. Von den Kroketten kriegt er Durchfall. Der Tierarzt sagt, es liegt nicht an den Kroketten, aber ich sage, das sind diese Jurinäristress-Kroketten. Er futtert sie im Handumdrehen weg, er liebt sie, aber er kriegt Dünnschiss davon. Für die Antibiotika und das Zeug gegen die Nierensteine habe ich eine Methode gefunden. Die Pillen sind ganz klein, nicht größer als eine Linse, aber die Ultradia-Kapsel, die muss ich in Wasser auflösen und ihm mit dieser Säuglingsspritze einflößen. So, wo steckt der Diavolo? Ich suche ihn mal. Kurz saß ich allein in der Küche. Auf dem Tisch lag ein Faltblatt mit Lydis Foto drauf. Lydie Gambinet, Musiktherapie, Ultraschalltherapie, tibetanische Klangschalenmassage. Innen war ein Gong abgebildet und darunter stand folgender Satz. Stimme und Rhythmus sind wichtiger als Wörter und Sinn. Ich betrachtete das Weidenkörbchen auf der Arbeitsplatte mit seiner Rüsche aus Baumwollstoff. Ich benannte jeden einzelnen Bestandteil des Kräuterstraußes darin. Knoblauch, Thymian, Zwiebel, Oregano, Salbei, Lorbeer. Von sorgfältiger Hand neckisch dekoriert, dachte ich. Für ein bestimmtes Gericht oder einfach, um dem Leben eine theatralische Note zu verleihen. Jean Linault kam, Eduardo, im Arm. Er setzte sich hin und flößte ihm das Gebräu ein, als gäbe er einem Neugeborenen das Fläschchen. Ich habe mich in Gegenwart dieses Katers noch nie wohlgefühlt. Eduardo ist eine wilde kleine Kanalie. Aber hier wirkte er ergeben und ließ sich die demütigende Prozedur widerstandslos gefallen. »Das ist der schwierige Teil«, sagte Jean Linault. »Man muss sehr darauf achten, dass er sich nicht verschluckt«, war es dieser Satz, die fast pädagogische Körperhaltung. Kurz beschlich mich das Gefühl, er bereite gerade Eduardos unmittelbare Zukunft vor. Kurz vielleicht plante er, ihn bei uns unterzubringen. Das entsetzte mich. Ich sagte, »Was haben Sie jetzt vor, Jean Linault?« »Vorgestern hat er zu schnell getrunken und musste ganz fürchterlich husten. Um's Haar wäre er mir erstickt. Was haben Sie mit Lidie vor? Ich werde die Polizei rufen. Ja, natürlich. Wo ist Pierre geblieben? Der schläft. Der Kater trank ruhig die Hefelösung. Die Schachtel mit den Kroketten stand auf dem Küchentisch. Aus dem Namen schloss ich, dass sie wohl auch ein Beruhigungsmittel enthielten. Jean Linault neigte weiter das Gesicht über die Schnauze seines Katers. Seit er bei uns aufgetaucht war, hatte seine Stimme sich wieder gefestigt, ebenso die Konsistenz von Gesicht und Mund. Den Weltmeister des Mundes auf der Suche nach einer Form hatte ich schon früher getroffen. Michel Chemama, meinen Englischlehrer im Auguste Renoir-Gymnasium. Ein Juden aus Uran, der für mich auf immer und ewig mit dem Wort Arvestingmaschine verbunden bleiben wird. Ausgesprochen mit einer nach vorn verdrehten Lippe. Jahrelang, auch heute noch, fragte ich mich, warum jungen städtischen Schülern so dringend das englische Wort für Mähdrescher beigebracht werden muss. Jean Linault legte die Spritze auf den Tisch. Eduardo ließ sich zu Boden gleiten und verschwand aus der Küche. Wir sagten nichts. Ich konnte Michel Chemama gut leiden damals, immer in grauer Flanellhose, marineblauem Bläser, einem Zweireiher mit Metallknöpfen. Vielleicht gibt es ihn noch immer. Als Kind kann man das Alter seiner Lehrer nicht beurteilen. Sie wirken alle alt. Es ist nett, dass Sie wieder hochgekommen sind, sagte Jean Linault. Was ist passiert, Jean Linault? Ich war nur ungern so direkt, aber ich wusste nichts anderes zu fragen. Die Sprache drückt nichts anderes aus, als die Unfähigkeit, sich mitzuteilen. Zu normalen Zeiten spürt man das mehr oder weniger stark und arrangiert sich damit. Jean Linault schüttelte den Kopf. Er beugte sich vor, um eine Mandarine von der Arbeitsplatte zu nehmen. Mir bot er auch eine an. Ich wollte keine. Er machte sich daran, seine zu schälen. Ich sagte, bei uns unten haben Sie beide glücklich gewirkt. Nein. Nein? Doch, also ich war glücklich. Fühlen Sie sich zunächst verpflichtet? Er legte die Mandarine auf ein Stück von der Schale, brach eine Spalte heraus und zupfte die weißen Fädchen ab. Ich fühle nichts mehr. Bin ich ein Ungeheuer, Elisabeth? Sie sind betäubt. Im ersten Augenblick habe ich geweint. Ich weiß aber nicht, ob aus Trauer. Noch nicht. Ah ja. Ja, stimmt. Noch nicht. Eine nach der anderen nahm er die Mandarinen-Spalten zur Hand und putzte sie, aß aber nichts. Ich hatte größte Lust, ihn zu fragen, was wollen Sie mit Eduardo machen? Aber ich fürchtete, dass es ihm durch meine Frage gleich zu behaglich würde. Auch nach der neuen Brille wollte ich mich erkundigen. Man wechselt ja nicht grundlos und unschuldig von der dunklen, rechteckigen, zu einer sandfarbenen Halbrunden. Dickrandige Gestelle rufen immer eine Erinnerung an das Kindergesicht wach. Das Gesicht ist eines der unergründlichen Elemente, deretwegen man sich von jemandem angezogen fühlt und ihn liebt. Aber kein Gesicht lässt sich beschreiben. Ich betrachtete die lange Nase, die am Ende steiler und breiter wurde, die lange, komplett senkrechte Partie von den Nasenlöchern zum Mund. Ich dachte an seine Zähne, die wüst durcheinander standen, im Gegensatz zu heutigen Gebissen. Während er an der Haut der Frucht herumfingerte, registrierte ich für immer die drei Dinge, die Jean Linots Gesicht gleichzeitig ausdrückt. Güte, Kummer, Fröhlichkeit. Ich sagte, die Brille habe ich noch nie gesehen. Sie ist neu. Sie steht Ihnen. Wir lächelten einander an. Mit Sicherheit hatte Lydie die Brille ausgesucht. Nie im Leben wäre er von sich aus auf diese ausgefallene Farbe gekommen. Da hörten wir ein Gerumpel vom Schlafzimmer her. Ich sprang auf und drückte mich an den Kühlschrank. Jean Linot ging nachsehen. Ich schämte mich für meine Reaktion. Falls Lydie zu sich gekommen sein sollte, wäre das ja eine gute Nachricht, warum Angst haben. Nein, nein, der wiedererwachende Tote war schon immer schreckenerregend. Die Literatur ist voll davon. Ich stellte mich in den Spalt der Küchentür und lauschte. Undramatische Geräusche. Jean Linots italienische Stimme. Ich hörte, wie er die Schlafzimmertür schloss. Er tauchte im unbeleuchteten Flur wieder auf. Eduardo hatte vom Nachttopfdeckel aus auf den Nachttisch springen wollen. Aber da der Deckel gekippt war, hatte er eine Bruchlandung hingelegt und die Bettlampe umgerissen. Jean Linot setzte sich wieder, ich ebenfalls. Er holte eine Chesterfield heraus. Darf ich? Natürlich. Er findet sich nicht zurecht. Eigentlich darf er nicht ins Schlafzimmer. Dann tat ich etwas, was ich schon seit über dreißig Jahren nicht mehr gemacht hatte. Ich nahm eine Zigarette und steckte sie mir an. Rauchte sie direkt auf Lunge. Es brannte mir in der Kehle und es schmeckte grässlich. Manchmal hatten Joelle und ich im Departement Indre in der Nähe ihrer Verwandten unsere Ferien verbracht. Wir durften in einem kleinen Bauernhaus in der Nähe von Leblanc wohnen. Wir sagten immer, wir fahren zu den Landeiern. Eines Tages führte mein rechter Arm beim Abendessen auf einmal einen Feiztanz auf, unmöglich, die Gabel stillzuhalten. Ich hatte tagsüber zwei Päckchen Camel geraucht. Ich war dreizehn. Später habe ich noch mit Denner ein bisschen geraucht. Jean Linot nahm mir die Zigarette aus der Hand und drückte sie in seinem Werbeaschenbecher aus. Dann traute ich mich noch etwas, das ich sonst keinesfalls je gewagt hätte. Ich strich ihm über die narbige Wange. Ich sagte, wovon kommt das? Die Narben? Ja. Akne. Ich hatte das ganze Gesicht voller Pickel. Er betrachtete beim Rauchen die Küche. Woran dachte er? Ich rief mir die tote Lidie im Zimmer nebenan vor Augen. Es war ungeheuerlich und zugleich nichts. Im Haus war es still. Der Kühlschrank brummte unverdrossen. Als wir die Wohnung meiner Mutter auflösten, fanden wir in einer Schublade ihr ganzes Büro Kleinzeug. Es war uralt und stammte noch aus der Zeit, als sie bei Sunny Schoof das Kassenbuch geführt hatte. Ein Mäppchen mit Lineal, vier Farbkugelschreiber, Heftklammern, einem jungfräulichen Papierblock, einer Schere, die noch hundert Jahre lang schneiden könnte. Die Dinge sind Schweinehunde, sagte Jean. Ich fragte Jean Linot noch einmal, was passiert war. Als sie hochgingen, hatte Lidie ihm vorgeworfen, sie vor aller Augen lächerlich gemacht zu haben. Dass er den Vorfall im Restaurant hervorgekramt und mit der Hühnerkarikatur garniert habe, sei bereits ein Fall von Verrat gewesen. Und dazu noch der Umstand, dass er Rémy ins Spiel gebracht habe. Also Rémy hätte er nicht erwähnen dürfen, sagte Lidie. Und schon gar nicht, um zu erzählen, dass er sie, seine Großmutter, ausgelacht habe, was überdies nicht einmal zutreffe. Jean Linot, immer noch in aufgekratzter Stimmung, antwortete leicht hin, er habe sich nichts Böses gedacht, habe das alles erzählt, um etwas Lustiges zum Gespräch beizutragen, wie es bei solchen Einladungen doch üblich sei. Und es hätten doch auch alle gutherzig gelacht. Er erinnerte sie daran, dass sie irgendwann selbst über Rémy und seine Hühnernummer gelacht hatte. Jetzt geriet Lidie erst recht außer sich, behauptete, sie habe damals nur gelacht, falls überhaupt, um ihn zu schützen, ihn, Jean Linot, damit das Kind, das Übersensible, nicht bemerke, wie unterirdisch diese Hühnerimitation war. Nie hätte sie sich vorstellen können, fügte sie hinzu, diese Demütigung dann auch noch vor anderen Leuten wiedererleben zu müssen, und sie wies darauf hin, dass der Applaus vor allem von einem besoffenen und bösartigen Typen gekommen sei. Sie warf ihm vor, weder bemerkt zu haben, wie sie erstarrte, noch ihre diskreten Zeichen gesehen zu haben, und überhaupt fehle es ihm ihr gegenüber an Fingerspitzengefühl. Jean Linot wollte etwas entgegnen, denn wenn es einen aufmerksamen, ja übervorsichtigen Mann gab, dann ihn, aber Lidie war dermaßen in ihren Vorurteilen befangen, dass sie nichts dergleichen hören wollte. Nein, dass er diese Hühnergeschichte erzählt habe, und dazu leider Gottes auch noch mit dem einzigen Zweck dämlicher Belustigung, das zeige seine Gefühllosigkeit, wenn nicht gar Armseligkeit. Sie habe immer damit leben können, dass sie ihre Lebensweise nicht übernahm, solange sie sich verstanden und respektiert gefühlt habe, was aber offensichtlich nicht der Fall sei. Ja, manche Lebewesen haben eben Flügel anstelle der Arme, und folglich flattern und fliegen sie. Jedenfalls tun sie das, sagte sie so, als meine sie damit, Jean Linot ganz im Speziellen, wenn die Gleichgültigkeit und Herzensträgheit der Menschen sie nicht daran hindert, was daran bitte zum Lachen sei. Ihr sei unbegreiflich, wie man auf Kosten von Lebewesen lachen könne, deren Dasein von der Geburt bis zum Schlachthof ein einziges Elend sei, und wie man in dieses Lachen einen Sechsjährigen hineinziehen und zu einem künftigen Folterknecht machen könne. Die Tiere wollen nichts als leben, herumpicken, das grüne Gras der Wiesen fressen. Doch die Menschen kerkern sie ein, verbannen sie in Todesfabriken, wo sie sich kaum bewegen, nicht mal richtig umdrehen können und ihr Leben lang kein Tageslicht zu sehen bekommen, sagte sie. Das solle er dem Kind vor Augen führen, wenn er sein Bestes wolle, statt sich bei ihm mit derlei Niveaulosigkeiten einzuschmeicheln. Die Tiere haben keine Stimme, sie können ihre Interessen nicht vertreten. Doch zum Glück, rühmte sie sich, gibt es auf der Welt Menschen wie Oma Lidie, die an ihrer Stelle Anklage erheben können. Genau das hätte er Rémy beibringen können, statt sie zu behandeln wie eine Idiotin. Und ganz allgemein warf sie ihm vor, sich auf ihre Kosten bei dem Kind einzuschleimen. Über das Wort empörte Jean Lino sich, es sei ganz und gar daneben, sagte er, und nur dazu gedacht, ihn unnötig zu demütigen. Ein anderer Trick sei ihm wohl nicht eingefallen, um wenigstens den Keim einer Verbrüderung mit dem Kleinen hinzubekommen. Sie sagte, sein Verhalten dem Kind gegenüber sei mitleiderregend, denn er bedeute Rémy nichts, schlank weg nichts, er werde nie Opa Lino für ihn sein. Sie zeigte sich empört, dass er unser Enkel zu sagen wagte. Dabei sei er ein Niemand, das Kind habe echte Großeltern, auch wenn der eine Großvater tot sei und es zu dem anderen keinen Kontakt habe. Diese Anmaßung, noch dazu in ihrer Gegenwart und vor anderen Leuten, sei üble Gewalt. Schließlich kenne er ihren diesbezüglichen Standpunkt genau, aber dann mache er sie obendrein in einer Situation lächerlich, in der sie sich nicht einmal wehren könne. Weiterhin verrät sie ihm, dass das Kind ihn verachte, ohne dass er es bemerke. Denn Kinder hätten nun einmal keinen Respekt vor Leuten, die ihnen unbedingt gefallen wollten und ihnen in allem zu willen seien. Schon gar nicht ein Kind wie dieses ergänzte sie, das durch seine Lebensumstände gereift und von überragender Intelligenz sei. Als Jean Lino ihr Remis jüngste Liebesbeweise entgegenzuhalten versuchte, scheute sie sich nicht zu sagen, alle Kinder seien kleine Huren, Remis nicht weniger als andere. Und sie nutzte gleich die Gelegenheit, um ihn gespielt verständnisvoll daran zu erinnern, dass er in diesen Dingen ja keinerlei Erfahrung habe. Und dann sagte sie, ein Mann, der langsam wieder zum Kind werde, verliere in den Augen einer normalen Frau jeglichen Sexappeal. Und was er mit Eduardo veranstalte, habe ihr schon gereicht. Widerwillig habe sie sich da reingefügt, im Privaten seine Regression mit ansehen zu müssen. Aber sie habe nicht damit gerechnet, dass er das jetzt auch vor aller Augen treibe. In einem Paar, sagte sie, muss jeder von beiden sich bemühen, dem anderen Ehre zu erweisen. Die Art, wie einer sich nach außen gibt, wirkt sich doch darauf aus, wie die Leute den anderen sehen. Was helfen ein Pfeilchenblaues Hemd und eine schicke Brille, wenn einer Stummel Arme hat und herumgaggert? Wenn ich meine roten Korallenohrringe und die roten Pumps von Gigi Dohl anziehe, wenn ich zwei Patienten die Termine absage, sagte sie, um mir morgens noch die Haare nachtönen und die Maniküre machen zu lassen, dann nur, um mich mit dem Bild in Einklang zu bringen, dass ich als deine Frau zu sein habe, und zwar dir zu ehren. Das gilt für alle Lebensbereiche. Stattdessen, fuhr sie fort, säuft mein Mann wie ein Loch, wo wir uns ausgerechnet in Gesellschaft von feinen und intellektuellen Leuten befinden, äfft ein Huhn nach, erzählt munter herum, dass mein Enkel mich verspottet, dass der Kellner mich verspottet, stimmt, den hatte ich noch ganz vergessen, und macht mich selbst zum Gespött, indem er eine Geschichte verzerrt erzählt, zu einem Thema, das durchaus keinen Anlass zum Lachen bietet und dessen Tragweite offenbar kein Mensch erkennt. Jean Linault merkte an, oder wollte es tun, dass mehrere Gäste ihm beigepflichtet hätten. »Nein, nein, nein«, sagte Liddy, »eine einzige, und das war bloß diese eiskalte Forscherin. »Hast du gesehen, was für eine Fresse die gezogen hat, als ich sagte, dass ich singe? Nicht mal deine liebe Elisabeth, deine liebe Freundin Elisabeth hat was gesagt. All diese Leute, die angeblich was mit Wissenschaft machen oder so, die scheißen darauf. Die sind völlig seelenlos. Ihr Hirn reicht nicht weiter als ihr Fach. Kann gut sein, dass einer von denen die Antibiotika marktreif gemacht hat, die jetzt in den Schweine-KZ eingesetzt werden. Der durchgeknallte Da hat er nicht mehr Unrecht. Den Leuten geht es nur darum, in die eigene Tasche zu wirtschaften. Die furchtbaren Schlachthöfe sind denen scheißegal. Sie vernichten die Natur, es ist ihnen scheißegal. Und dich interessiert das auch nicht. Du willst doch nur runtergehen und deine verkackten Chesterfields rauchen. Jean Linault weiß nicht, was tun. Sie mit ihrem Groll allein lassen? Und rauchen gehen? Oder bleiben und eine Versöhnung versuchen? Sie hatte sich an ihrem Schreibtisch niedergelassen, einem kleinen, altertümlichen Sekretär im Wohnzimmer, und die Brille aufgesetzt. Jetzt las sie auf dem Laptop ihre Mails mit der Miene einer Frau, die sich wieder beachtenswerteren Dingen zuwendet. Er hatte noch nie gesehen, dass sie nachts ihre Mails abrief. Das würde offenbar kein leichter Gang werden. Er beschließt erst mal eine zu rauchen, zieht die Lederjacke an und geht die Treppe hinunter. Aus unserer Etage hört er Stimmen. Einige unserer Gäste sind im Aufbruch und plaudern noch, während sie auf den Fahrstuhl warten. Er nimmt an, dass meine Schwester und Serge dabei sind. Er hört Gelächter, er erkennt meine bezaubernde Stimme. Das Wort benutzt er. Obwohl die Tür zum Treppenhaus geschlossen ist, geht er einige Stufen zurück, um nicht gesehen zu werden. Ihm ist alle Selbstsicherheit abhandengekommen. Er schämt sich. Vor einer Stunde noch war er ein Teil dieses fröhlichen Haufens, fühlte sich zugehörig, in manchen Augenblicken vielleicht sogar gemocht. Jetzt will er nicht einmal mehr riskieren, einem von ihnen unten über den Weg zu laufen. Wenn die hier weg sind, könnten immer noch andere kommen. Als er hört, wie der Fahrstuhl anfährt und unsere Wohnungstür sich schließt, geht er wieder hoch in den Fünften. Er setzt sich auf die letzte Stufe auf den abgewälzten Läufer und zündet sich die Zigarette an. Zum ersten Mal raucht er im Treppenhaus. Darauf wäre er bislang nie gekommen. Er lässt den Abendrevue passieren. Er lächelt, wenn er an all die schönen Momente denkt. Er hat nichts Spöttisches verspürt, als die anderen über seine Geschichte lachten, aber vielleicht ist er ja naiv. Eigentlich gehen sie nie aus, jedenfalls nicht zu dieser Art Abendgesellschaften. Aber nach dem anfänglichen Lampenfieber haben sie sich bald wohlgefühlt. Jetzt gibt es keinerlei Sicherheiten mehr für ihn. Er weiß nur, dass er glücklich war, und jetzt ist er es nicht mehr. Jemand hat ihm seine Fröhlichkeit weggenommen. Ich konnte das besser verstehen als irgendwer sonst. Bei mir war er gerade an die Richtige geraten. Mein Vater musste jedes Mal Schläge austeilen, wenn er sich ärgerte. Eines Tages, als ich ganz vergnügt war, hatte ich beim Essen eine Kartoffel mit dem Messer aufgespießt und zum Mund geführt. Die Abreibung folgte auf dem Fuße. Ich spüre noch heute, wie sie brannte. Nicht, weil er mich geschlagen hatte, daran war ich gewöhnt, sondern er hatte meine Fröhlichkeit auf dem Gewissen. Jean Linault fühlt sich ungerecht behandelt. Er sieht sich im schauderhaften Licht des Treppenhauses ganz geknickt in seiner Jacke auf dieser Stufe sitzen. Jetzt fällt ihm ein, was Lidie über Rémy gesagt hat. Er hatte sich bemüht, es zu überhören. Er hatte getrunken, das half. Aber jetzt war alles weg, die Freude, die Euphorie. Verachtete das Kind ihn wirklich? Jean Linault konnte sich nicht vorstellen, dass ein Junge in Rémy's Alter dieses Gefühl überhaupt kannte. Aber Lidie hatte ja auch gesagt, dass er keine Ahnung von all dem habe. Er hatte auf Opa Linault verzichtet. Er hoffte auf etwas anderes, etwas Gewachsenes, Tieferes. Als Rémy das letzte Mal bei ihnen war, an einem Wochentag während der Winterferien, da ging er mit ihm in den Jardin d'Aklimatation. In der Metro kaufte er ihm bei einem fliegenden Händler einen Laserstift. Es war eine lange Fahrt, sie mussten mehrmals umsteigen. Erst malte Rémy mit dem Stift Zickzackfiguren auf Boden und Wände, dann griff er die Passagiere an. Jean Linault ermahnte ihn, sich auf die Füße zu beschränken, aber er ließ den Strahl verstohlen bis zu den Gesichtern wandern und tat dabei so, als sähe er nicht hin. Die Leute schimpften und Jean Linault musste ihm den Stift bis zum Aussteigen wegnehmen. Rémy zog einen Flunsch. Sogar im Jardin d'Aklimatation trödelte er noch. Im Spiegelkabinett wachte er dann auf, wackelte hin und her vor den absurden Formen, die sein Spiegelbild und vor allem das von Jean Linault annahm. Jean Linault war in seinem Leben noch nicht hier gewesen, er staunte mehr als der Junge. Sie fuhren mit dem Boot auf dem verzauberten Fluss, dann Autoscooter und Achterbahn. Es waren nicht viele Besucher da, sie brauchten nirgends lange zu warten. Rémy steuerte Flugzeuge. An den Buden gewannen sie einen Plüschaffen, eine Wasserpistole, Seifenblasen und einen Flummi. Rémy aß eine Crêpe mit Schokolade, sie teilten sich noch eine Portion Zuckerwatte. Dann wollte Rémy auf einem Dromedar reiten. Er hatte am Eingang ein Foto gesehen. Sie suchten die Dromedare, fanden sie aber nicht, und jemand erklärte ihnen, dass sie erst im Frühling zurückkämen, wie die Ponys. Wieder zog Rémy einen Flunsch. Sie gingen zum Spielplatz. Jean Linault setzte sich auf eine Bank, Rémy daneben. Jean Linault fragte, ob er nicht auf dem Riesenspinnennetz herumklettern wolle. Rémy wollte nicht. Er kauerte sich in seinen Anorak und ließ seine neuen Spielsachen ringsum verstreut liegen, als wären sie ihm wurscht. Jean Linault sagte, er werde jetzt noch aufrauchen, dann würden sie gehen. Ein Junge kam an ihnen vorbei, etwa gleichaltrig mit Rémy, er spielte Eisenbahn, und zeichnete mit einem Ast eine Linie in den Sand. Rémy blickte ihm nach. Der Junge kam wieder und blieb stehen. Er deutete auf die Bank und sagte, das ist der Bahnhof von Maleficia. Rémy fragte ihn, wo er den Ast gefunden habe, und sie zogen gemeinsam los zu einem kleinen Gebüsch. Zwei Minuten später rauschten sie im Eiltempo an Jean Linault vorbei. Rémy war jetzt auch ein Zug. Nach einigem Gekurve ließen sie die Äste liegen und kletterten von der unteren Öffnung her in die Röhrenrutschbahn. Kichernd tauchten sie oben wieder auf und brachten nebenbei beim Abstieg noch die kleineren Kinder aus dem Gleichgewicht, die über die Leiter heraufkamen. Sie stellten alles Mögliche in dem Park an, buddelten im Sand bis zum Betonuntergrund, palaverten an den Eckpfosten einer Blockhütte gelehnt, kletterten über das Riesenspinnennetz und baumelten gewagt daran herum. Jean Linault hatte Rémy noch nie Strahlen sehen. Noch von Weitem konnte er die Glut des Kindes spüren, das bringende Bedürfnis nach Verbrüderung mit seinem neuen Freund und seine Sehnsucht, sich anzupassen, sich einzufügen. Jean Linault war kalt. Dann und wann winkte er Rémy, der es nicht merkte. Allmählich hatte er es satt, auf der harten Bank zu warten. Es wurde langsam dunkel. Und er empfand etwas, das er sich selbst nicht eingestehen konnte. Eine Art Verlassenheit. Als er allein auf der Treppe sitzt und an diesen Nachmittag im Jardin d'Aclimatation denkt, befällt ihn wieder ein melancholisches Gefühl. Er erinnert sich an das Spielzeug, das er selbst einsammeln und in einen extra am Kiosk gekauften Stoffbeutel stopfen musste. Rémy hatte ihn nicht nehmen wollen, also musste er ihn sich selbst an die Schulter hängen und nach Hause schaffen. Außer den Seifenblasen hat es kein Teil seither aus der Tasche heraus geschafft. In der Metro war Rémy an seiner Schulter eingeschlafen. Und auf dem Weg von der U-Bahn nach Hause hatte er auf der Straße seine Hand genommen. Was Lydie gesagt hat, nimmt diesen Bildern allen Glanz. Er weiß nicht mehr, was er denken soll. Ihre Worte sind in seinen Körper eingedrungen und lassen ihn unstillbar verbluten. Jean Linot zerdrückt die Kippe auf dem Betonboden und schiebt sie unter den Läufer. Er findet seine Füße in diesen Mokassins lächerlich klein. Überhaupt fühlt er sich klein, körperlich und auch sonst. An manchen Tagen springt mich schon beim Aufwachen mein Alter an. Unsere Jugend ist tot. Nie wieder werden wir jung sein. Dieses Nie-Wieder ist das Schwindelerregende. Gestern habe ich Pierre vorgeworfen, er sei schlapp, gleichgültig, gebe sich mit wenig zufrieden. Schließlich sagte ich, du lässt das Leben einfach so verstreichen. Er erwähnte einen Kollegen, Lehrer im Fach Wirtschaft, der letzten Monat nach einem Herzanfall gestorben war. Er sagte, Max, der hat die Zähne ins Leben geschlagen, ein Projekt nach dem anderen, und was hat es ihm gebracht? Das macht mich wirklich fertig. Wie soll das gehen, sich selbst nicht mehr als Projekt zu sehen? Aber vielleicht ist allein schon das Konzept von Zukunft schädlich. In der Grammatik mancher Sprachen gibt es diese Zeit nicht einmal. Seit einer Weile liegt »The Americans« auf meinem Nachttisch. Jetzt, wo ich es wiederentdeckt habe, blättere ich jeden Tag ein wenig darin. In Savannah geht eines Nachmittags im Jahre 1955, dem Entstehungsjahr aller Fotos in dem Buch, ein Paar über eine Straße. Er ist Soldat in Uniform, Hemd und Mütze. Er mag in den Fünfzigern sein, weife zwischen den Zähnen, amerikanisch entspannt, obwohl er in die enge Kleidung gezwängt ist und der Hosengürtel tief in den Schmierbauch einschneidet. Die Frau ist trotz ihrer Absätze deutlich kleiner und hat sich bei ihm eingehakt, nach alter Manier, die Hand in der Ellenbogenbeuge. Robert Frank hat sie von vorn aufgenommen. Beide blicken ins Objektiv. Sie hat sich herausgeputzt mit einem hübschen, ihre Formen betonenden dunklen Kleid, das an den Taschen und am Kragen mit Borda abgesetzt ist, dazu Lackschülchen. Sie lächelt den Fotografen an. Sie wirkte älter als er, Entbehrungen haben ihr Gesicht gezeichnet, jedenfalls meine ich das zu sehen. Sofort vermutet man, dass sie nicht alle Tage am Arm eines Mannes spazieren geht, dass sie einen grandiosen Tag erlebt mit ihrer neuen Handtasche, ihrer jugendlichen Dauerwelle, dem schneidigen Typen mit der Offiziersmütze an ihrer Seite. Es ist für sie ein Sonntag des Lebens, wie man es manchmal erlebt, wenn das Glück über einen kommt. Als ich Lydie das erste Mal sah, durchquerte sie den Hauseingang an Jean-Linots Arm und trat nach draußen. Mitten am Nachmittag, ebenfalls tutschig herausgeputzt und kerzengerade, stolz auf sich selbst, auf das Leben, auf ihren kleinen, pocken-narbigen Mann. Sie waren gerade eingezogen. Vielleicht ist sie nie wieder so strahlend zufrieden über diese Schwelle getreten. Wir tun das alle, ob Männer oder Frauen. Wir stolzieren an jemandes Arm einher, als hätten wir als einziger Mensch auf Erden das Große losgezogen. Man muss sich mit diesen strahlenden Ausnahmemomenten zufrieden geben. Man kann im Leben nicht darauf hoffen, dass etwas andauert. Ich habe mit Jean telefoniert. Ihre Affäre lahmt. Der Rahmenbauer ist immer weniger bei der Sache und weicht immer öfter aus. Als unsere Mutter starb, wollte Jean das Unglück nutzen, um so etwas wie Gefühle in die Beziehung zu bringen. Der Typ erwies sich aber als weitgehend gleichgültig und in den Tagen danach bombardierte er sie mit versauten Nachrichten. Er möchte sie zu Swingerpartys mitnehmen und anderen Männern anbieten. Wenn sie sich sträubt, wird er aggressiv. Fast täglich ruft Jean mich an, den Tränen nahe. Sie sagt, er hat mir Bilder in den Kopf gesetzt. Jetzt würde ich mir das ganz gern mal ansehen. Aber ich bin nämlich gewachsen. Ich bin verletzlich. Ich bin einsam. Ich habe keine Rettungsleine. Für eine Rutschpartie in die Hölle braucht man eine Rettungsleine. Aber wenn ich rutsche, bleibe ich unten. Jean Linault steht wieder in seiner Wohnung. Er zieht die Lederjacke aus und hängt sie im Eingang auf. Lidie sitzt immer noch am Laptop. Jean Linault geht zu ihr ins Wohnzimmer. Sie hat die Schmetterlingsbrille aus Schildpad auf der Nasenspitze und dreht sich nicht um. Er würde sie gern spüren lassen, dass eine radikale Veränderung stattgefunden hat und ein paar endgültige Worte sagen. Aber er schwächelt, seine Gedanken sind verworren, ihm fällt nichts ein. Auf dem gläsernen Beistelltisch stehen neben den Schnäpsen die Seifenblasen aus dem Jardin d'Aclimatation. Rémy liebte es, die Seifenblasen vom Balkon fliegen zu lassen. Bei Wind rannte er los, um nachzuschauen, ob sie es ums Haus geschafft hatten und an dem kleinen Eckzimmer vorbeiflogen. Nach der Rückkehr von jenem Ausflug hockte er bis zum Abendessen zwischen den Balkonpflanzen, den Kopf zwischen den Geländerstehen. Er ist ein echter Profi, er kann riesen Blasen zaubern und ganz winzige, traubenweise, schwangere und groteske. Bald war das Röhrchen leer und Jean Linault füllte eine Mischung aus Spülmittel und Wasser nach. Es war aber zu viel Spülmittel darin. Die Blasen waren zu schwer und brannten auf der Haut. Rémy goß die Flüssigkeit den Passanten unten auf den Kopf. Die Leute fluchten. Rémy versteckte sich kichernd. Jean Linault mußte ebenfalls lachen. Lydie hatte rasch die Balkontür geschlossen und Rémy gefragt, warum er solche Dummheiten mache, dafür sei er zu groß. Rémy sagte, er habe die Flüssigkeit weggegossen, weil Jean Linault's Mischung auf der Haut und in den Augen brenne. Also schnauzte Lydie Jean Linault an. Der Kleine wartete ohne erkennbare Regung ab, daß sich das Unwetter legte. Jean Linault erinnert sich an Rémy's gleichgültige Haltung. Er hatte sie für Beschämung gehalten, kindliche Scheu angesichts des Zangs und der Erwachsenen. Aber vielleicht war es ja schlimmer. Gleichgültigkeit, Verachtung. Was Lydie gesagt hat, nagt an ihm. Ihre Haare sind von derselben Farbe wie der Lampenschirm. Er findet, sie sieht ein bisschen aus wie eine Wahrsagerin. Sie hält sich kerzengerade vom Hohlkreuz bis zu den Schulterblättern, strahlt sie Feindseligkeit aus. Jean Linault gießt sich einen Fernet Branka ein und trinkt ihn gleich im Stehen, mitten im Wohnzimmer. Einen Augenblick lang fliegt ihn die Idee an, die Lampe zu packen und sie ihr über den Schädel zu ziehen. Lydie beschäftigt sich intensiv mit dem Bildschirm, macht daneben Notizen auf einem Block. Jean Linault geht näher hin, er will mal sehen. Sie befindet sich auf einer Seite zum Schutz von landwirtschaftlichen Nutztieren. Er erkennt einen Text über das Martyrium der Puten. Hier packt er den Deckel des Laptops und klappt ihn zu. Er sagt, du gehst uns auf den Sack mit deinen Hühnerhöfen, ich hab das alles so satt. Sie will den Laptop wieder aufklappen, aber er hält ihn zu. Verächtlich auflachend sagt sie, ich weiß, das ist dir alles scheißegal. Ja, absolut scheißegal, sagt Jean Linault. Ich scheiß total auf deine Hühnerputenschweine. Ich scheiß auf alle diese Leute. Ich scheiß darauf, wie die Hühner leben. Ich esse gern ein bescheuertes Biohuhn, einfach weil es besser schmeckt, aber abgesehen davon scheiß ich drauf. Ich scheiß drauf, ob es unglücklich war. Was weiß man schon darüber? Ich scheiß drauf, dass es kein Tageslicht gesehen hat und nicht auf den Bäumen rumgehüpft ist wie eine Amsel. Und dass es sich nicht im Staub gewälzt hat. Ich glaube nicht an ein Bewusstsein der Hühner. Das Huhn ist dazu da, aufzuwachsen und dann geschlachtet und verputzt zu werden. Fertig! Komm jetzt ins Bett! Sie versucht sich zu wehren, aber er drängt sich zwischen den Tisch und sie. Er mag weder groß noch kräftig sein, aber er ist stärker als sie. Schließlich gibt sie auf. Sie schiebt den Stuhl nach hinten, um ins Schlafzimmer zu gehen. Sie sagt, das ist also dein wahres Gesicht. Genau! Das ist mein wahres Gesicht, jawohl! Endlich bemerkst du das auch mal! Du denkst, wo du hast für mich Ehre eingelegt, als du so süßsäuerlich gefragt hast, wo das Hühnchen in dem Hühnergeg her war. Als du gesagt hast, dass du nur noch Hühnchen isst, bei dem du weißt, wie es aufgezogen wurde. Als ob wir beim Chinesen wären und es könnte womöglich Rattenfleisch sein. Du hättest ja einfach nichts davon essen können. Aber nein, du musst das Thema aufs Tapet bringen, musst dich aufspielen und uns unbedingt deine kleine Moralpredigt halten, damit ja auch alle wissen, wie tugendhaft du bist. Er folgt ihr Richtung Schlafzimmer. Sie will verhindern, dass er es betritt. Unmöglich! Sie setzt sich aufs Bett und nimmt die Haarspangen heraus. Mit minutiöser Sorgfalt legt sie eine nach der anderen in ein Etui, als würde das ihre Aufmerksamkeit voll und ganz beanspruchen. Ich habe diese ständigen Einschränkungen so was von über, sagt Jean Lino, den ihr manisches Hantieren wahnsinnig macht. Diesen Terror habe ich so was von satt. Wenn ich jeden Tag Huhn essen will, will ich jeden Tag Huhn essen, ohne dass du und deinesgleichen mich anscheißen. Wenn ihr nur Körner und Salat fressen wollt, dann macht das meinetwegen, aber lasst andere damit verdammt noch mal in Ruhe. Geh aus meinem Schlafzimmer raus. Das ist auch meins. Du bist völlig besoffen. Eins verstehe ich nicht. Wo nimmst du die Zeit hier für das ganze Mitleid? Wenn man schon Mitleid aufbringt, warum dann nicht für Menschen? Die Welt ist schrecklich. Die Leute krepieren vor unserer Tür und du machst dir Sorgen um Geflügel. Es gibt eine Grenze für Mitleid. Du kannst dir nicht um alles Sorgen machen, es sei denn, du bist eine Heilige oder Abipierre. Abgesehen davon war der ein Arschloch. Ein großes Herz für Kloschars, aber auf die Juden hat er geschissen. Nicht mal der war ein Heiliger. Weißt du, was uns von den Tieren unterscheidet, schreit Liddy? Nicht so viel! Und sie schnipst mit den Fingern. Und jeden Tag wird es weniger. Frag mal deine Wissenschaftler, Freunde. Lass mich mit deinen Theorien in Ruhe. Die sind nicht von mir. Ja, los, los, zieh deine angewiderte Grimasse, verzieh den Mund, diese ganzen Fratzen, mach nur. Geh raus, Jean Lino. Das ist mein Schlafzimmer hier. Ich will allein sein. Dann geh doch selbst raus. Sag dem Kater, er soll rausgehen. Nein, warum? Der wohnt auch hier. In meinem Schlafzimmer wohnt der nicht. Lass ihn doch. Er ist traurig, wenn er ganz allein ist. Diese Diskussion hatten wir schon. Der Ärmste. Warum hast du mit ihm gar kein Mitleid, wenn die Rechte der Tiere dich so beschäftigen? Fuori, Eduardo! Du brauchst ihn nicht gleich anzuschreien. Hau ab, du Idiot! Der Kater beäugt Liddy herablassend und regt sich keinen Millimeter. Liddy streckt das Bein aus und tritt heftig nach ihm. Der spitze Absatz ihres Gigi-Dol-Pumps trifft Eduardo an der Seite. Er kreischt vor Schmerz auf. Laut Jean Lino erschüttert sein Maunzen sie beide, aber es ist zu spät. Als Liddy sich nach dem Tier bückt, greift Jean Lino ihr in den von den Haarspangen befreiten Schopf und biegt ihr den Kopf nach hinten. Sie will sich umdrehen, sich losmachen, aber er weiß schon nicht mehr, was er tut. Er hat ihre Haare in beiden Händen und schüttelt sie hin und her. Sie bekommt es mit der Angst zu tun. Er findet sie hässlich. Aus ihrem verzerrten Mund kommt kein verständliches Wort, nur schrilles Kreischen, das ihn zusätzlich irritiert. Jean Lino will Ruhe. Aus dieser Kehle soll kein Ton mehr kommen. Er packt den Hals. Liddy strampelt. Sie bäumt sich auf. Er hat zu viel getrunken. Er dreht durch. Wer weiß. Er drückt ihr den Hals zu mit den Daumen. Sie soll nachgeben. Sie soll sich hinlegen. Er drückt zu, bis sich nichts mehr regt. Er braucht einige Zeit, bis ihm klar wird, was gerade passiert ist. Erst denkt er, sie stellt sich tot. Das wäre ja typisch. Sie hat früher schon kleine Anfälle oder Ohnmachten gespielt. Er schüttelt sie behutsam. Er spricht sie mit ihrem Namen an. Er sagt, sie soll aufhören mit dem Scheiß. Er lässt einen Moment in völliger Stille vergehen, damit Liddy denkt, er wäre aus dem Zimmer gegangen. Eduardo spielt das Spiel mit, bleibt absolut reglos, wie Raubtiere das können. Liddy verharrt in ihrer Erstarrung. Und dann machen ihre Augen ihn stutzig. Sie stehen offen. Er glaubt nicht, dass man diesen starren Blick unverändert so lange beibehalten kann. Der Gedanke an den Tod durchzuckt ihn. Sollte Liddy etwa tot sein? Er hält ihr einen Finger unter die Nasenlöcher. Nichts zu spüren. Weder Wärme noch ein Hauch. Dabei hat er doch gar nicht so fest zugedrückt. Er nähert sich ihrem Gesicht. Völlige Stille. Er kneift sie in die Wange, hebt eine Hand hoch. All das tut er scheu und voller Entsetzen. Die Tränen kommen. Er bricht zusammen. Ich bin weinend über ihr zusammengebrochen, sagte er zu mir. Jetzt war der Ticker in seinem Mund wieder da, stärker als vorher. Er entblößte sein Gebiss und bildete mit der Unterlippe ein U. Draußen war es noch dunkel. Ich konnte es durch das Fenster sehen. Ihr Küchenfenster geht auf den leeren Himmel hinaus. Ich fragte mich, ob Liddy irgendwo da draußen schwebte und uns durchs Fenster beobachtete. Manchmal beschleicht mich diese alte Angstvorstellung, die Toten könnten uns sehen. Die Schwester meines Vaters war nach ihrem Tod zurückgekommen und hatte den Kronleuchter im Wohnzimmer kaputt gemacht. Wir wussten, dass sie es war, denn sie hatten einander versprochen, dass derjenige, der als erster starb, danach beim anderen etwas zerschlagen würde, um zu zeigen, dass er im Jenseits weiterlebte. Tante Micheline hatte zu dem Lüster aufgeblickt und gesagt, eins von den Schirmchen da würde ich mir gern mal vornehmen. Am Abend ihrer Beerdigung lag einer der Glasschirme in Scherben auf dem Tisch, ohne jeden Grund. Wahnsinn, das ist Tante Micheline. Aber wo ist sie jetzt? Hatten Jeanne und ich gefragt. Sie sind da. Sie sehen alles, sagte meine Mutter. In der Folgezeit verdarrt mir Tante Micheline alle meine Heimlichkeiten. Wo auch immer ich mich versteckte, sie war da. Eine Schulfreundin und ich verkochen uns im Gebüsch, um uns gegenseitig unsere Muschis zu zeigen und anzufassen. Meine Tante beobachtete uns entsetzt. Kein Gebüsch der Welt konnte mich für Tante Micheline schützen. Ich glaube, mein Vater treibt sich auch noch irgendwo herum. Aber bei seinem Tod war ich erwachsen, da störte mich das nicht mehr. Er war in den letzten Jahren milder geworden. Er hatte etwas Unvollendetes an sich. Kurz nach seinem Tod machte ich meinen Doktor in Biologie. Ich freute mich, dass er das sah. Ich hob sogar das Manuskript meiner Arbeit hoch, damit er es betrachten konnte. Ich sagte, Jean Linault, und was wollten Sie mit Lidys Leiche anfangen? In Ihre Praxis bringen. Ist die weit weg? In der Rue Jean-Restand, zwei Minuten mit dem Auto. Ihre Psychotherapie-Praxis. Ja, da hat sie gewohnt, bevor wir hier eingezogen sind. Pause. Und dort, was wollten Sie dort tun? Da ist ein Fahrstuhl. Da hätten Sie sie reingetan? Ja. Ganz allein? Die Praxis liegt im ersten Stock, da kann ich schnell hochlaufen. Und sie wäre angeblich in Ihrer Praxis erwürgt worden. Jemand hätte sie auf der Straße verfolgt. Pause. Ihr deutet das, was dann passiert wäre, mit unkoordiniertem Gefuchtel der Arme an. Mitten in der Nacht soll sie allein in Ihre Praxis gegangen sein, nach der Einladung bei uns? Wir hätten Streit gehabt, sie wäre weggegangen. Das hat es schon gegeben. Um dort zu schlafen? Ja. Aber sie kam jedes Mal wieder. Das hatte er unbedacht gesagt. Es löste bei uns beiden ein bedrücktes Gefühl aus. Meine Mutter hatte in ihrem Bett auf einmal ganz flach gewirkt, wie ein erschossener Vogel. Bei Vögeln glaubt man an keine Metamorphose. Man stellt sich bei ihnen keine allerletzte Wanderung vor, sondern akzeptiert das Nichts. Ich stand auf, ging zum Fenster und blickte in die Nacht von Deuilalouette hinaus. Nicht viel zu sehen. Laternen, Dächer, die Schatten der Gebäude, halb entlaubte Bäume. Eine banale Aussicht, die ebenso gut in zwei Sekunden hätte ausgelöscht werden können. Mir fiel Pierre ein, der uns allein gelassen hatte. Ich drehte mich um und fragte, sollen wir? Was? Lidie in Ihre Praxis bringen. Ich möchte Sie da nicht reinziehen. Wir bringen Sie runter, ich helfe Ihnen, Sie ins Auto zu laden und verschwinde. Nein, wir haben keine Zeit lang rumzureden, jetzt oder nie. Sie fahren mit ihr runter, das genügt. Sie können Sie nicht allein ins Auto laden. Wo haben Sie den Koffer? Er stand auf. Ich folgte ihm in das kleine Zimmer, wo vermutlich Rémy sonst schlief. Bei uns unten war es Emmanuels Zimmer gewesen. Er schaltete die Deckenlampe an, die ein bläuliches Licht verbreitete. Auf dem Bett lag allerlei Spielzeug. Jean Linot nahm einen Hartschalenkoffer aus dem Schrank, ein Samsonite-Imitat. Ich fragte, haben Sie keinen größeren? Nein, da passt sie auf keinen Fall rein. Der Koffer ist groß. Machen Sie mal auf. Er legte den Koffer auf den Boden und öffnete ihn. Ich stieg hinein, versuchte mich hinzusetzen, konnte mich aber nicht einmal ansatzweise hineinfalten. Sie sind viel größer. Haben Sie keinen anderen? Ich glaube, Lydie würde reinpassen. Ganz sicher nicht. Ich nahm den Koffer und wir gingen in das Schlafzimmer hinüber. Lydie lag noch ebenso da, ausgestreckt mit ihrem Schal um den Kopf. Wir klappten den Koffer auf, einen Blick, und es war klar, dass sie nicht hineinpassen würde. Mir fiel unser großer roter Stoffkoffer im Keller ein. Ich habe einen, der könnte passen, sagte ich. Jean Linot schaute verstört rein und schüttelte den Kopf. Er ging mir etwas auf die Nerven. Keinerlei Initiative. Soll ich ihn holen? Ich kann das nicht annehmen. Das Problem ist nur, der Koffer steht im Keller, und der Kellerschlüssel liegt in der Wohnung. Nein, Elisabeth, lassen Sie. Ich versuch's. Wenn Pierre nicht aufwacht, ist es gut. Ich ging über die Treppe in meine Wohnung hinunter und öffnete sacht die Tür. Ohne Licht zu machen, sah ich nach, ob Pierre noch schlief. Er schnorchelte. Ich schloss die Schlafzimmertür. Im Eingang zog ich die Schublade mit den Schlüsseln auf. Ich wühlte. Der Kellerschlüssel war nicht da. Ich dachte ganz ruhig nach. Dann fiel mir ein, dass ich tagsüber unten gewesen war, um den Hocker zu holen. Dabei hatte ich einen Pullover mit Taschen getragen. Jetzt lag der Pullover im Schlafzimmer auf einem Stuhl. Ich ging wieder zurück, schnappte mir den Pullover, vorsichtig, damit der Schlüssel nicht herausfiel, und hastete die Treppe hinunter. Unser Keller liegt am Ende eines Ganges. Der Boden dorthin ist etwas sandig. Es ärgerte mich, dass ich mit meinen Fellpantoffeln da drüber musste. Ich ging auf Zehenspitzen. In dem Koffer steckten noch ein anderer und ein paar Taschen. Ich lehrte alles aus. Auf dem Rückweg durch den Gang erlosch das Licht. Ich machte es nicht wieder an. Blind stieg ich die steile Kellertreppe hoch und öffnete die Tür zum Hauseingang einen Spalt weit. Kein Licht. Kein Mensch. Der Fahrstuhl war da. Ich fuhr hoch zu Jean Lino. Die Wohnungstür stand offen. Das Ganze so schnell wie ein Profi. Ich war ganz schön stolz, wie kaltblütig ich war. Jetzt lag der rote Koffer aufgeklappt am Fuß von Lidys Bett. Den anderen hatte Jean Lino weggeräumt. Der rote war größer, nachgiebiger. Jetzt schien es kein unmöglicher Plan mehr zu sein. Auf dem Nachttisch brannte eine hübsche Kerze. Er hatte sie angemacht, während ich unten war. Da standen wir beide, ohne ein Wort zu sagen. Jean Lino wieder mit hängenden Armen und vorgestrecktem Kopf. Worauf warten wir noch? Nach einer Weile fragte er, Sind Sie katholisch, Elisabeth? Ich bin gar nichts. Er machte die Hand auf, in der ein Kettchen mit einem vergoldeten Medaillon der heiligen Jungfrau lag. Das möchte ich ihr umlegen. Bitte, ich kriege den Verschluss nicht auf. Geben Sie her. Die Schließe hatte sich in ein paar Kettengliedern verfangen. Das dauert Stunden, sagte ich. Er rupfte mir den Anhänger aus der Hand und machte sich mit seinen ungeschickten Fingern verbissen daran zu schaffen. Wir haben für sowas keine Zeit. Er hörte nicht mehr hin. Genervt fummelte er an der Kette herum, die Hände zwei Millimeter vor der Brille in einer krebsartigen Haltung, den Mund angewidert verzerrt. Was machen Sie denn, Jean Lino? Er dachte außer sich. Ich versuchte, seine Hände aufzuwiegen. Am Ende schlug ich ihn. Ich will etwas tun. Ja, was denn? Ein Ritual. Was denn für ein Ritual? Sie haben eine Kerze angezündet. Das ist doch sehr schön so. Ich habe den Anfang des Schmar Yisrael gesprochen. Des was? Des jüdischen Gebets. Na bitte, aber Lydie ist katholisch. Das höre ich zum ersten Mal. Sie hat auch an andere Dinge geglaubt, aber es war ihr wichtig, katholisch zu bleiben. Dann schlagen Sie ein Kreuz. Ich weiß nicht, wie das geht. Kommen Sie, Jean Lino, wir tun Sie jetzt in den Koffer. Gut, ich reiße mich zusammen. Ich stellte mich ans Fußende. Jean Lino griff unter Lydies Schultern durch. Er sagte, wir müssen Sie sozusagen in die Hocke bringen und dann runterschieben. Mir war es sehr lieb, dass er so schnell wieder technisch dachte. Ich hatte noch nie einen Toten bewegt. Berührt und auf die Wange geküsst, das ja. Bewegt nicht. Sie trug keine Nylonstrümpfe. Der Kontakt mit der bloßen Haut erschütterte mich, dass sie noch warm war. Wir drehten Sie ohne Mühe auf die Seite. Dann rollte sie halb auf den Bauch und streckte sich dabei wieder aus, als wollte sie uns necken. Bevor wir sie in den Koffer kippen konnten, mussten wir sie wieder in Hockstellung bringen. Ich spürte, dass Jean Lino die Operation allein bewältigen wollte. Er kam um den Koffer herum, hob die Oberschenkel an, indem er unter dem Rock hindurch griff, und zog sie nach vorn, sodass die Knie einknickten. Dann griff er um die Taille, damit auch sie nachgab. Schließlich beugte er ihren Oberkörper nach vorn. Das alles rasch und behutsam. Lydie ließ ihn ohne Gegenwehr gewähren, mit ihrem Schal um den Kopf und dem friedlichen Bäuerinnengesicht. Am Ende hätte man sie für ein kleines Mädchen halten können, das in Embryostellung auf dem Bett schlief. Ich spürte, dass Jean Lino zögerte, sie hinunterzukippen. Also bot ich meine Hilfe an, damit sie nicht allzu unsanft in den Koffer fiel. Schließlich lag sie zerzaust und zerknittert darin. Wir mussten sie neu arrangieren und alles in den Koffer zwingen, was über den Rand quoll. Der Eindruck kindlicher Unbeschwertheit war verloren. Lydie war verdreht und zusammengedrückt. Auf dem roten Innenfutter sah das aus dem Schalquellen der Lockenhaar aus wie eine merkwürdige Traube Beeren. Wir hatten ihr die Schuhe ausziehen und sie in die Ritzen stecken müssen. Ich sah, wie Jean Lino litt und übernahm es, den Reißverschluss zuzuziehen. Um den Koffer aber vollends zu schließen, mussten wir drücken und uns draufsetzen. Das tat ich. Ich spürte, wie die nachgiebige Masse des Körpers unter meinem Hintern zusammensackte. Ich sagte, helfen Sie mir. Er nahm den zweiten Verschluss und zog zu. Das ist so grässlich. Sie ist tot, Jean Lino, es macht ihr nichts aus. Er ging nicht ganz zu. Auf der Seite blieb eine klaffende Öffnung. Jean Lino setzte sich ebenfalls auf den Koffer. Ich stand auf, um mich so schwer wie möglich auf den Hintern fallen zu lassen. Jean Lino desgleichen. Wir standen auf und ließen uns fallen und gewannen so einen Zentimeter Reißverschluss nach dem anderen. Am Ende legte ich mich der Längenachter rauf. Jean Lino in der Gegenrichtung auch. Beide fuhrwerkten wir auf den Beulen herum wie mit Nudelhölzern auf Teig. Als der Reißverschluss über die letzten Zähne glitt, waren wir völlig erledigt. Jean Lino stand vor mir auf. Zehnmal hintereinander strich er seine Haarsträhnen glatt. Jetzt noch Handtasche und Mantel, sagte er und setzte seine Brille wieder auf. Ich folgte ihm ins Wohnzimmer. Gliedis Tasche stand weit geöffnet neben dem Sekretär am Boden. Ich warf einen Blick auf den Notizblock neben dem Laptop, entzifferte die Wörter »Geschwüre, Kannibalismus«, gefolgt von »25.000«, dann einem Pfeil mit unterstrichener Beschriftung »Leben und Sterben eines Vogels«, »Frankensteinartige Manipulationen«, »genetisch bedingtes Leiden«. Der Stift lag schräg darüber. Die Lampe mit dem safrangelben Schirm brannte. Ich hatte ihre Schrift noch nie gesehen. Diese aus dem Gedächtnis geschriebenen, leicht geneigten Wörter ließen mich Gliedis Existenz intensiver spüren, als jemals irgendein Moment ihres physischen Daseins. Die Bewegung des Aufschreibens, die Worte als solche und der unbekannte Adressat. Geheimnisvoller noch das Wort »Vogel«, das Wort »Vogel« für ein Geflügel. Jean Lino hockte vor der Handtasche und kontrollierte den Inhalt. Er nahm das Mobiltelefon vom Tisch und tat es hinein. Eduardo war hergekommen und schaute zu. Mich befiel auf einmal eine schreckliche Angst. Ich begriff absolut nicht mehr, was wir da trieben. Ich hatte das Bild vor Augen, wie ich hier nur ein paar Stunden war es her, die Petition gegen die Kükenschredderung unterschrieb, einen Stuhl in der Hand, und Liddy Gambinet öffnete Schubladen auf der Suche nach Dingen, die sie mir geben konnte. Mir schwindelte, angesichts des so kurzen Übergangs zwischen Leben und Tod, eine Bagatelle. Jean Lino holte den grünen Mantel, den ich gut kannte, aus einem Schrank. Ein langes Modell russischer Schnitt, schmale Talie und nach unten hin ausgestellt. Ich hatte sie immer in diesem Mantel und in Stiefeletten über den Parkplatz laufen sehen. Alle Winter wieder tauchte irgendwann dieser Mantel auf, das gehörte zum Wechsel der Jahreszeiten in Deuilalouette. Ich hatte auch einmal einen knöchellangen Mantel getragen, zu Zeiten der Maximode, an die ich mich aber nie ganz hatte gewöhnen können. Einmal war mir der untere Saum zwischen zwei Stufen einer Rolltreppe in dem Galerie Lafayette hängen geblieben. Die Mechanik hatte sich sofort verhakt und einen Notstopp ausgelöst. Ich stand in meinem Mantel da und wartete, dass mich jemand befreite, ohne auf die Idee zu kommen, dass ich ihn ja ausziehen könnte. Jean Lino ging wieder ins Schlafzimmer. Es rumpelte, dann war aus dem Flur das Geräusch von Rollen zu hören. Mein roter Koffer tauchte in der Tür auf. Gebläht, monsterhaft, der Teleskop griff maximal ausgezogen. Fragt man Etienne, wie es mit seinen Augen steht, sagt er, alles unter Kontrolle. Den Ausdruck hat er von seinem Vater, einem Polizeipräfekten. Ich habe ihn immer sagen hören, alles unter Kontrolle, auch wenn nichts funktionierte. Die Sache mit seinen Augen ist absolut nicht unter Kontrolle. Er hat feuchte Makuladegeneration, also die schlimme Form, bei der die Spritzen nichts helfen, anders als bei der trockenen. Wir fragen Etienne nicht oft nach seinen Augen. Wir wollen nicht, dass das zum ständigen Thema wird. Andererseits können wir auch nicht umhin, uns Sorgen zu machen. Eine subtile Balance zwischen Zurückhaltung und Aufdränglichkeit. Als er letztes Wochenende allein zu Hause war, meinte Etienne, er könne den Thermostaten der Heizung nach Gefühl regeln, ohne Brille oder Taschenlampe. Er drehte das Rädchen in die falsche Richtung. Als Merl zurückkam, war die Wohnung ein Glutofen. Alles unter Kontrolle dient dazu, ein gerade geöffnetes Kapitel zu schließen. Der Satz sagt überhaupt nichts über die Realität aus, nicht einmal über die seelische Befindlichkeit dessen, der ihn äußert. Es ist eine Art existenzielle Habachtstellung. Letztlich recht praktisch und auch lustig. Der Körper tut, was er will. Die Zellen benehmen sich nach Gutdünken. Was ist am Ende wirklich ernst? Jüngst haben wir uns gemeinsam an einen Vorfall aus der Zeit erinnert, als ihr Ältester noch auf dem Gymnasium war. Irgendwann erhielten Merl und Etienne eine Vorladung zum Direktor, in der stand, Paul Dinesmann hätte sich in Auschwitz unmöglich benommen. Etienne ließ seinen Sohn antreten und sagte, sitzend, mit tief ernstem Gesicht, wir lachen immer noch darüber, »anscheinend hast du dich in Auschwitz unmöglich benommen?« Genauere Nachfragen ergaben, dass Paul in dem Bus von Krakau nach Birkenau den Kasper gegeben und damit bei seinen Kameraden ein dem Gedenken und der inneren Einkehr nichtdienliches Klima hergestellt hatte. Das Wort »innere Einkehr« habe ich gefressen, das Prinzip ebenso. Seit die Welt mit Riesenschritten auf ein unbeschreibliches Chaos zusteuert, ist es schwer in Mode. Politiker und Bürger, noch so ein genial hohles Wort, ergehen sich unablässig in innerer Einkehr. Ich ziele frühere Zeiten vor, als man noch den Kopf des Feindes auf einen Stecken gespießt nach Hause trug. Nicht mal die Tugend ist ernsthaft. Heute früh rief ich, bevor ich ins Pasteur ging, im Altenheim der Tante an, um mich nach ihr zu erkundigen. Nach dem Gespräch dachte ich, »du bist wirklich aufmerksam, du denkst an andere.« Zwei Sekunden später dachte ich, »wie jämmerlich, wegen einer solchen Selbstverständlichkeit so selbstzufrieden zu sein.« Und dann sofort, »schau mal, wie selbstkritisch, bravo!« Das letzte Wort behält stets der große Beglückwünscher. Wenn Denere als Kind nach der Beichte aus der Kirche St. Joseph de Sepinette trat, sog er auf dem Vorplatz immer tief die Luft ein und dachte, »ha, jetzt bin ich ein Heiliger!« Und dann sofort, während er noch die Stufen hinabschritt, »oh, scheiße, Todsünde, Stolz!« Wie man es auch sieht, die Tugend bleibt nicht intakt. Sie kann nur ohne unser Wissen existieren. Dener fehlt mir. Auf einmal fehlt mir ein Mann, der vor 30 Jahren gestorben ist. Einer, der nichts von meinem Leben weiß, weder meinen Beruf kennt, noch meinen Mann oder meinen Sohn, noch den Ort, an dem ich wohne oder Orte, die ich gesehen habe, nicht mal mein Aussehen nach all den Jahren und auch alles Mögliche andere nicht, das wir uns damals nicht hätten träumen lassen. Wenn er heute auftauchte, wir würden uns gemeinsam schieflachen, über alles. Ob es wohl irgendwo am Himmel einen kleinen Dener-Stern gibt? Manchmal bilde ich mir ein, ich könnte ihn kurz erspähen. Joseph Dener war vier Jahre älter als ich, groß, muskulös, anarcho und säufer. Sein Vater war Koch. Mit 14 war er Tellerwäscher am Bahnhof von Colmar. Ich weiß das noch, weil Dener es gern erwähnte. Joseph liebte und bewunderte seinen Vater, aber nicht seine Mutter, die für ihn ein kleinbürgerliches und knickeringes Ungeheuer war. Sie wohnten in drei miteinander verbundenen Dienstmädchenkammern in der Rue Le Gendre. Das Badezimmer diente auch als Küche. Sie legten ein Brett auf die Badewanne als Arbeitsfläche. Ich erinnere mich an ein winziges Wohnzimmer mit schrägen Wänden, dahinter, abgeteilt durch ein stets geschlossenes, vergoldetes Gitter, das ebenso winzige Elternschlafzimmer. Dort drin stand in einem Schrank der Schnaps. Über dem Gitter wölbte sich der Türbogen. Der Zwischenraum war offen. Mit übernatürlichen Kriechkunststücken glitzten er horizontal darein und Claude Whisky. Er hatte zwei Jahre Militärdienst bei einem Strafbataillon in Deutschland abgeleistet. Jetzt schlug er sich als Gitarrist beim Paxquartett durch, einer mehr oder weniger katholischen Band, die ihn aus Nächstenliebe behielt. Er glaubte an das Abenteuer. Während wir im Pub Miquel unsere Karlsbergbierchen schlürften, träumten wir gemeinsam vom Bergsteigen, vom Machu Picchu und kamen nie weiter als bei nächtlichen Eskapaden mal ans Meer. Er war schnell beleidigt und launisch dazu. Niemand von uns wagte ihm zu widersprechen. Wir waren alle jünger als er. Ich habe noch ein paar von seinen Büchern. Vian, Genet, Puzzatti. Er liebte diese Autoren. Ich habe die Bücher immer aufgehoben, egal wo ich war, abseits in einer Ecke. Neben der kleinen Sammlung Fotobücher, die wir gemeinsam angelegt hatten. Frank, Kertes, Cartier-Bresson, Winogrand, Ouija, Weiss, Arbus. Die klauten wir im Buchhandel, in der Librarie Pererre. Der Nere hatte bei einer Geschäftsauflösung einen Jagdrock mit großer Rückentasche ergattert. Auf manchen Fotos von Gary Winogrand gehen die jungen Frauen mit Lockenwicklern im Haar auf die Straße, darüber ein Kopftuch. Das verleiht ihnen eine schicke Schlagseite ins Nonchalante, Edelnottenhafte, wirklich sehr sexy. Eine Zeit lang machte ich das auch. Frisuren haben mich immer interessiert. Man kann sich die Welt nicht als solche vorstellen, auch nicht die Menschen. Eine Vorstellung von den Dingen kann man sich nur bilden, wenn man sie berührt hat. Alle großen Ereignisse nähren das Denken und den Geist, wie es das Theater kann. Aber leben kann man nicht von großen Ereignissen oder großen Ideen, nur von alltäglichen Dingen. Ich selber habe in meinem Inneren nur das wirklich behalten, was ich einmal in Reichweite hatte, mit meinen Händen berühren konnte. Alles unter Kontrolle. Jean-Lineau? Der Koffer war wie von allein bis in den Eingang gelangt. Stille. Ich ging nachsehen. Jean-Lineau stand im Flur ein wenig wie Schattentheater vor dem Licht aus dem Schlafzimmer. Alles in Ordnung? Elisabeth? Sie machen mir Angst. Wenn mir irgendwas passieren sollte. Sie sind nicht wieder zu mir hochgekommen. Sie wissen von nichts. Gut. Und der Koffer ist meiner. Gut. Er zog seine Zara-Lederjacke über und setzte den Hut vom Pferderennen auf. Handtasche und Mantel legte er auf den Koffer. Der Typ hätte sicher den Geldbeutel mitgehen lassen. Ja, ich schaffe ihn weg. Armer Männchen. Er ging noch einmal ins Schlafzimmer und kam mit ein paar Lammfellhandschuhe heraus. Gehen wir. Wir traten aus der Wohnung. Jean-Lineau zog die schwere Fracht. Ein paar Augenblicke standen wir regungslos auf dem Treppenabsatz vor der Wohnung und lauschten, um sicherzugehen, dass wir niemanden überhört hatten. Ich rief den Fahrstuhl. Er war sogar noch auf der Etage. Wir schoben den Koffer hinein. Jean-Lineau öffnete die Tür zur Seitentreppe. Kein Laut. Wir verabredeten flüsternd, dass ich mit dem Hinunterfahren ein wenig warten würde, sodass wir gleichzeitig unten ankamen. Er schaltete das Licht an und hastete die Treppe hinunter. Ich stieg in den Fahrstuhl, ließ die Tür noch ein wenig offen. Die Kabine ist sehr eng, ich hatte kaum Platz. Der grüne Mantel fiel zu Boden. Ich hob ihn auf und klemmte inzwischen die Stäbe des ausgezogenen Koffergriffes. Ich wollte die Riemen der Handtasche über den Griff ziehen, aber das ging nicht. Ich ließ die Tür zugleiten und drückte auf Erdgeschoss. Ich betrachtete meine Füße, meine karierte Schlafanzughose, meine Kunstfeldpantoffel. Ich fuhr hinunter, allein mit einer Leiche. Keinerlei Panik. Ich fand mich irrsinnig toll. Ich mochte mich. Ich dachte, dir ist ein Platz in der Armee im Schatten oder in der Aktionsdivision des Geheimdienstes sicher. Elisabeth ist wieder da. Erdgeschoss. Jean Linaud erwartete mich schon. Schwer atmend und konzentriert. Genauso umwerfend wie ich. Er griff sich den Koffer. Der Mantel fiel wieder hin, ich hob ihn auf. Jetzt trug ich die Handtasche und den Mantel. Auf den Fliesen veranstalteten die Kofferrollen einen grässlichen Lärm. Der Wagen stand gleich draußen, ich sah ihn hinter dem Mäuerchen. Ich hatte den Weg genau geplant, bis hin zum Umrunden der Büsche. Ich drückte auf den Türöffner, Jean Linaud zog die Tür auf und blockierte sie mit dem Koffer. Hinter dem Haus wurde ein Motor gestartet. Dann hörten wir von draußen ein leises Geräusch, schmatzende Absätze auf dem nassen Boden und sahen von rechts mit gegen den Wind gesenktem Kopf die Tochter von den Leuten aus dem zweiten ankommen, wohl von einer Party. Jean Linaud machte einen Schritt rückwärts, trat beiseite, um sie durchzulassen. Die Tochter sagte guten Abend, wir erwiderten den Groß. Sie sprang in den wartenden Aufzug. Was hatte diese blöde Kuh bemerken können? Alles. Die große Dürre aus dem vierten hielt einen Mantel und eine Handtasche im Arm, dabei trug sie Fellpantoffeln und einen Hello Kitty Schlafanzug. Bei ihr war der Typ aus dem fünften, mit Filzhut und Handschuhen, und er zog einen riesigen Koffer. Wer weiß, wohin dieses Duo morgens um drei unterwegs war. Alles. In dem Augenblick, wo er der jungen Frau begegnet, will Jean Linaud so tun, als ob nichts wäre, als könnte diese restlos banale Begegnung keinerlei Störungen in seinem Bewegungsablauf verursachen. Nachdem er sie durchgelassen hat, schiebt er den Koffer weiter Richtung Ausgang. Draußen hat er schon fünf Meter zurückgelegt, als ich mich an ihn klammere. Sie hat uns gesehen. Was hat sie gesehen? Uns mit dem Koffer. Man darf ja wohl mit einem Koffer rausgehen. Es regnet wieder, ein scheußliches Geniesel. Aber nicht heute Nacht. Heute Nacht sollten sie zu Hause geblieben sein. Ich spüre, dass ich ihm auf die Nerven gehe. Er ruckt am Koffer, will weitergehen. Ich halte ihn zurück. Wer soll sie ausfragen? Die Polizei. Wie sollen die auf sie kommen? Ich winde den Mantel wieder um die Stäbe des Griffes und ziehe am Koffer, um ihn zurück ins Haus zu bringen. Er blockiert ihn. Weil es Ermittlungen geben wird. Sie werden natürlich die Nachbarn vernehmen. Gehen Sie hoch, Elisabeth. Ich komme schon zurecht. Aber sie hat mich auch gesehen. Unser Plan ist im Arsch. Und was sollen wir tun? Er ist verstört. Erstmal wieder reingehen. Wegen der blöden Schlampe sitzen wir jetzt in der Scheiße? Er schreit. Er tickt aus. Die steche ich ab. Jean-Lineau, kommen Sie. Er lässt los. Ich packe den Teleskopgriff und ziehe. Der Mantel fällt zu Boden. Der Koffer rollt darüber. Bremst mich aus und hätte mich fast zu Fall gebracht. Dieser Scheiß-Mantel, der alle zwei Minuten runterfällt. Zurück in den Hauseingang. Der Mantel ist total versaut. Alles ist nass. Jean-Lineau hat nichts mehr in den Händen und sieht aus, als hätte er sich als Trapper verkleidet. Er zieht ein plattgedrücktes Päckchen aus seiner Jacke und zündet sich eine Zigarette an. Er sagt, was hatte die blöde Kuh, um die Tageszeit hier zu suchen? Wir können hier nicht endlos rumstehen. Ich stopfe der Schlampe das Maul. Kommen Sie. Wir gehen ins Treppenhaus und denken nach. Ich zog den Koffer zur hinteren Wand und stellte ihn in die Ecke neben dem Eingang zur Treppe. Kommen Sie, Jean-Lineau. Ich faßte ihn beim Ärmel seiner Lederjacke und schob ihn Richtung Treppe. Er ließ es geschehen und ging die wenigen Schritte steifbeinig wie ein Roboter. Ich setzte mich auf die untersten Stufen, dorthin, wo er sich für Rémy hatte fallen lassen. Jean-Lineau sog tief den Rauch ein, wieder diese Mundbewegung, und starrte dabei den Koffer an. Im nächsten Augenblick wankte er zu ihm und streichelte ihn mit seinem Lammfellhandschuh. Von links nach rechts mehrmals ein stummes Gedicht. Dann sank er wimmernd auf die Knie, schlang die Arme rechts und links um den Koffer und presste die Wange an den Stoff. Er fabrizierte verzerrte Küsse, halb ins Leere. Zwischen uns lag der Türrahmen. Durch diese Umgrenzung erhielt das Bild erst seine ganze Dimension. Abgrund und Sinnlosigkeit. Warum hatte nicht irgendeine Hand diese junge Frau aufgehalten? Ein kleiner Schubs des Himmels, um ihren Aufbruch um eine Minute zu verzögern, sie noch kurz im Auto sitzen zu lassen, noch für einen Satz? Statt Jean-Lineau Manuscrivi, den sanftesten aller Männer und Lydie Gambinet, klein und zusammengekrümmt in ihrer Festkleidung, hier im kalten Hauseingang im Stich zu lassen. Wer da glaubt, das Leben sei Teil eines geordneten Ganzen, ist fein raus. Mir war kalt, und ich legte den grünen Mantel wie eine Decke über meine Beine. Jean-Lineau hatte den Koffer losgelassen. Er hockte zusammengekauert auf seinen Beinen am Boden, mit hängendem Kopf, die Hände im Nacken gefaltet. Ich wartete eine Weile, dann ging ich zu ihm, legte ihm die Arme um die Schultern und half ihm auf. Dann hob ich seinen Hut und die Brille auf, die auf die Bodenfliesen gefallen waren. Wir begaben uns zu den Stufen, also zwei Meter weiter, setzten uns dahin, wo ich gesessen hatte. Jean-Lineau stand sofort auf, um den Koffer zu sich zu holen. Er passte gerade so durch die Tür und nahm dann den gesamten Raum am Fuß der Treppe ein. Wir saßen eng beisammen, wir drei. Ich hatte den Mantel zum Schutz über uns gebreitet. Das erinnerte mich an die Hütten, die man als Kind baut. Alles muss ganz dicht bei einem sein, Decke, Wände, Dinge, Körper. Der Raum muss so klein sein, wie es geht. Die äußere Welt, in der Sturm und Gewitter toben, ist nur noch durch einen Spalt sichtbar. Er musste mal pinkeln. Das war der erste Satz, den er sagte. Ich muss dringend mal pinkeln. Dann gehen Sie raus. Er rührte sich nicht. Ich habe zu viel getrunken. Ich habe mich aufgeführt wie der letzte Idiot. Gehen Sie nur, Jean-Lineau, ich bleibe hier. Das Treppenhauslicht ging aus. Wir saßen ein wenig im Dunkeln, dann schaltete ich es wieder an. Ich hatte die Eingangshalle noch nie in diesem Licht gesehen und auch die Details nicht. Das Lüftungsgitter, die schmutzigen Scheuerleisten, ein jämmerliches Fegefeuer. Mir kam ein Satz aus einem Buch von Bill Bryson in den Sinn. Kein Raum ist im Laufe der Geschichte so tief gesunken wie der Hauseingang. Jean-Lineau ging hinaus, ich weiß nicht wohin. Ich blieb bei dem Koffer sitzen. Ich zog den Mantel über. Er war mir viel zu eng. Die Ärmel reichten mir bis zum halben Unterarm und er ließ sich nicht zuknöpfen. Er war ungefähr von derselben Farbe wie der Läufer. Ich überlegte, was jetzt? Hochgehen und Lidia aufs Bett legen, als ob nichts wäre. Den Koffer nehmen und in meine Wohnung gehen und Jean-Lineau ruft die Polizei. Zerklos. Die junge Frau aus dem Zweiten hatte uns zusammen gesehen. Was auch immer in dem Koffer gewesen sein mochte, Jean-Lineau war aus dem Haus gegangen, nachdem er seine Frau erwürgt hatte, und ich war in die Sache verwickelt. Ich überdachte den Ablauf der Ereignisse. Jean-Lineau war zu uns heruntergekommen. Er informierte uns über das Unglück. Wir wollten es nicht glauben. Pierre und ich gingen hoch, um Lidys Leiche zu sehen. Pierre zwang mich, wieder runterzugehen und mich nicht weiter einzumischen. Jean-Lineau hatte seine Frau umgebracht. Wir hatten nichts damit zu schaffen. Er sollte die Polizei rufen und sich stellen. Pierre war eingeschlafen, ich wieder hinaufgegangen. Und wenn ich nicht hinaufgegangen wäre? Wenn ich stattdessen zu Hause geblieben wäre, voller Angst und Neugier, und aus dem Fenster und durch den Türspion nach der geringsten Bewegung gespäht hätte? Warum durch den Türspion? Aus Angst vor einer Irrsinns-Tat von Jean-Lineau Manuscrivis? Nein, nein. Einfach, weil ich nicht die ganze Zeit am Fenster hängen wollte. Dann und wann sah ich durch den Spion, falls ich draußen etwas verpasst haben sollte. Und so sah ich den Fahrstuhlknopf blinken. Ich öffnete die Tür, hörte jemanden die Treppe hinunter galoppieren, rief meinen Freund Jean-Lineau, schnappte mir meine Schlüssel und rannte selbst eilig die Treppe hinab, kam unten an, als er gerade einen dicken roten Koffer zum Ausgang schleifte, und beschwor ihn, diese Dummheit zu unterlassen. Da kam die Frau aus dem zweiten Stock herein. Immerhin war ich in Pantoffeln und Schlafanzug durchaus nicht erwartbar, bei einer, die möglicherweise plante, in Nacht und Regen hinauszugehen. Das war plausibel. Das sollte glaubwürdig klingen. Auch für Pierre. Nein, er kannte den Koffer. Den Koffer kannte er bestens. Der gehörte sogar mehr oder weniger ihm. Wie sollte man Pierre erklären, was der rote Koffer herzusuchen hatte? Ganz zu schweigen von der Fracht. Hatte ich ihn den Manuscrivis für eine bevorstehende Reise geliehen, oder um etwas zu transportieren? Ja, sehr gut. Ich hatte ihn ihnen geliehen, um etwas in Lidys Praxis hinüber zu schaffen. Ohne Pierre Bescheid zu sagen? Natürlich. Ich setze ja meinen Mann nicht eigens in Kenntnis, wenn ich einen Koffer verleihe. Oder besser, besser, wir wussten von gar nichts. Jean-Lelot ist nie zu uns heruntergekommen, wir waren nie oben. Ich hatte eine Party veranstaltet. Ich gehe runter, um Müll wegzubringen. Und wem laufe ich da über den Weg? In der Eingangshalle? Jean-Lelot Manuscrivis. Er schleppt den Koffer hinter sich her, den ich Lidys geliehen hatte. Um den Inhalt schere ich mich nicht? Nein. Jean-Lelot sagt, er wolle den Koffer für den nächsten Tag schon ins Auto tun. Da kommt die Nachbarin aus dem zweiten nach Hause. Sie sieht uns, wie wir gerade aus dem Haus wollen. Ich aber nicht. Ich will nicht aus dem Haus. Ich bin rein zufällig dabei und begleite meinen Freund nur zur Haustür. Ganz einfach. Ich brauche nur noch Pierre zu briefen. Er wird verstehen, dass das so zu unserem Besten ist. Er kam zurück. Ich hörte die Haustür und erkannte seinen Schritt. Er setzte sich wieder neben mich an den beengten Platz mit pitschnassem Schädel. Er hatte den Hut hier gelassen. Es musste jetzt aus Eimern gießen. Seine Haarsträhnen fielen ihm in die Stirn und standen ab. Er sagte, wie lautet jetzt die Ansage? Wir können wieder hochgehen. Wie sollte ich ihm weichen, in welchem Ausmaß ich ihn im Stich lassen wollte? Aber es hilft nichts. Wir werden ja niemals erklären können, was wir beide hier unten wollten. Er hatte die Handschuhe ausgezogen. Sie lupten aus den Seitentaschen der Lederjacke hervor wie zwei wollige Ohren. Tief gebeugt saß er auf der Stufe. Seine Stirn berührte fast den roten Stoff. Mit den Fingern beschrieb er rätselhafte Kurven. Seine hageren Wangen leuchteten. Erst dachte ich, es sei das Regenwasser. Aber er weinte. Als er klein war, nahm sein Vater dann und wann nach dem Abendessen das Buch der Psalmen hervor und las eine Passage laut vor. Wegen des Lesebändchens ging das Buch immer an derselben Stelle auf. Sein Vater kam nie auf die Idee, es woanders einzulegen, und so las er immer dieselben Verse, die vom Exil handelten. An den Wassern zu Babylon saßen wir und weineten, wenn wir an Zion gedachten. Jean Linault erinnerte sich gut an das Buch. Die goldbraune Farbe, das zerfasernde Bändchen und vor allem den Stich auf der Titelseite. Menschen mit ermatteten Gesichtern, halbnackt, sie drängten sich übereinander am Rande eines lauen Gewässers, am Ast eines Baums hängt eine Harfe. Er hatte mir erzählt, dass er nie den Zusammenhang zwischen der Textstille und der Illustration erkannt habe. Wenn sein Vater die Worte aussprach, hörte Jean Linault das Grollen des Plurals, den Wassern. Er sah dürre Äste, die unter dem Himmel der Niederlage peitschend aneinander schlugen. Sich hinsetzen und weinen, das bedeutet für ihn, auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, allein zu sein und zu warten. Er hatte keine religiöse Bildung erfahren. Die Manuscrivis begingen mit der Familie seiner Mutter manche Feiertage, sahen sie aber vor allem als Gelegenheit, gefilte Fisch zu essen. Jean Linault begriff den Sinn der vom Vater gelesenen Verse kein bisschen, sein Vater ebenso wenig, meinte er. Aber er hörte diese Sätze aus der Vergangenheit gern. So fühlte er sich sogar in der Cour parmentier als Teil der Geschichte der Menschheit und verbunden mit den herumgestoßenen, Vertriebenen. Was hatte diese blöde Kuh im Grunde wirklich wahrnehmen können? Ich rief mir die Szene ins Gedächtnis, sah mich selbst dicht hinter der Glastür, hinter Jean Linault. Handtasche und Mantel im Arm. Liedis Handtasche und den langen grünen Mantel, den das ganze Viertel kannte. Die Version mit dem Müll konnte ich vergessen. Zurück zur vorherigen Fassung. Ja, ich hielt die Handtasche und den Mantel. Ich hatte Jean Linault beides Interessen, um ihn an einer Dummheit zu hindern. Jean Linault murmelte ich, wir müssen die Polizei rufen. Ja. Ich habe eine bestimmte Idee, wie wir erklären könnten, dass ich auch dabei war. Ja. Ich erläuterte die Geschichte. Warum Liedis den Koffer hatte, wie er völlig aufgelöst zu uns runterkam, unser Besuch oben, um festzustellen, ob sie wirklich tot war, mein Spähen durch den Spion, die Beschwörung im Hauseingang. Er zeigte keinerlei Reaktion, ihm war das alles wurscht. Es ärgerte mich, dass es ihn nicht weiter interessierte, mich aus der Affäre zu ziehen. Er bringt seine Frau um, ich tue alles, um ihm zu helfen, und jetzt, wo es schiefgegangen ist, ist ihm alles wurscht. Ich schüttelte ihn. Hören Sie mich, Jean Linault. Es geht jetzt nicht mehr um Sie, es geht um mich. Es ist wichtig, dass wir dieselbe Version der Sache erzählen. Ja, das ist wichtig. Er wühlt in einer Brusttasche, fördert Fahrscheine und Kugeln aus bunter Alufolie zutage. Und ein undurchsichtiges Blatt mit selbstklebenden Pfeilen, das er mit allem anderen auf den Boden schmeißt. Können Sie wiederholen, was ich eben gesagt habe? Was sage ich, wenn ich in den Hauseingang komme und Sie mit dem ganzen Zeug sehe? Sie reißen mir die Handtasche und den Mantel weg. Und? Und Sie sagen, Sie sind verrückt. Nein, das sage ich nicht gleich. Erst sage ich, was tun Sie da, und was ist in dem Koffer? Er blickt zu Buden und auf die Papierfetzen. Ja. Hören Sie mir überhaupt zu, Jean Linault? Sie sagen, und was ist in dem Koffer? Und danach sage ich, Sie sind verrückt, tun Sie das nicht. Ja, ja, natürlich, Elisabeth. Ich entlaste Sie. Völlig. Ganz und gar. Er schüttelt den Kopf. Der Ticker an seinem Mund ist wieder da, und zwar gründlich. Nicht gerade dazu geeignet, mich zu beruhigen. Haben Sie Ihr Handy dabei? Nein. Ich öffne Lidys große Handtasche und nehme Ihr Mobiltelefon heraus. Wir können das hier nehmen. Wozu? Um die Polizei zu rufen. Er betrachtet das Ding. Ein Android mit gelber Klappe und einem Strassstein, an dem eine Feder baumelt. Sofort tut es mir leid, dass ich das so unsanft gesagt habe. Alles ist aus den Fugen. Hätte ich nur auf Pierre gehört und wäre in unserer Wohnung geblieben. Jean Linault wirkt, als wäre er ganz woanders. Eine Zeit lang ist er stumm. Dann sagt er, mit erloschener Stimme, »Ich werde also nie das Mückenlabor zu sehen bekommen.« »Eines Tages schon.« »Wann?« »Wenn Sie zurückkommen?« Er zuckt mit den Schultern. Ich hatte versprochen, ihn ins Institut Pasteur mitzunehmen und ihm das Museum zu zeigen, vor allem aber das Insektarium. Jean Linault war neugierig auf die magischen Orte des Wissens. Er wollte dorthin gehen, wo mein Leben studiert. In seinem Einkaufsmarkt verkümmerte er in den Gängen zwischen den großen kalten Biestern. Waschmaschinen, Dunstabzüge, Herde und Tiefkühler bargen keinerlei Geheimnis. Er träumte davon, in die Welt des lebendigen, gefährlichen Eingang zu finden. Ich hatte ihm vom Insektarium erzählt, ein paar stickig warmen Räumen im Tiefgeschoss, wo hunderte Larven in weißen Becken lebten und noch mal so viele Mücken aus der ganzen Welt in mit Gase verschlossenen Schachteln. Halb Labor, halb Waschküche, aller möglicher Trödel und eine Nähmaschine für die Gase-Tücher. Ich hatte ihm erzählt, dass wir die Larven mit Katzenkroketten füttern und dass die männlichen, adulten Exemplare Zuckerwasser saugen und nicht stechen. Die Weibchen hingegen, hatte ich ihm erklärt, die stechen sehr wohl und larben sich alle drei Tage am Blut einer armen Maus, die wir in ihren Käfig tun. Jolino hatte gerufen, kein Wort davon zu Lydie. Ich hatte erläutert, dass die Maus betäubt war, aber das interessierte ihn schon nicht mehr. In Wirklichkeit wollte er das Privileg eines Besuches in der Höhle der Stechmücken ganz für sich allein genießen und nicht teilen. Wir hätten längst hingehen sollen. Das holen wir nach. Wahrscheinlich arbeiten Sie dann nicht mehr dort. Dann kann ich trotzdem noch hingehen. Wahrscheinlich leben wir bis dahin nicht mehr. Gut, das reicht. Wir können nicht die ganze Nacht hier sitzen. Wie geht die Nummer von der Polizei? Nochmal 17? Ich nahm die Diesmobil-Telefon wieder zur Hand und öffnete direkt die Notruffunktion. Da schrie Jean Lino auf. Eduardo! Na logisch. Eduardo ließ sich nicht bis in alle Ewigkeit umgehen. Um Eduardo wird sich jemand kümmern. Wer denn? Der Tierschutzverein? Auf gar keinen Fall. Auf gar, gar keinen Fall. Außerdem ist er krank. Wir nehmen ihn. Sie lieben ihn nicht. Aber wir können ihn pflegen. Und wenn er bei uns nicht glücklich ist, geben wir ihn in gute Hände zu Leuten, die ihn lieben. Sie wissen doch gar nicht, wie Sie mit ihm umgehen müssen. Ich warf das Handy auf den Koffer, stand auf und versuchte, mich aus dem Mantel zu wenden. Was machen Sie? Ich lasse Sie hier sitzen. Er stand ebenfalls auf. Gut. Dann bringen wir Eduardo jetzt zu Ihnen. Seine Wangen hatten sich gerötet. Die Augen hinter dem gelben Brillengestell waren weit aufgerissen. Mir war klar, alles Gute zureden würde hier nichts helfen. Und ich sagte, gut, aber dann schnell. Wir schlossen die Tür zum Treppenhaus, damit der Koffer nicht zu sehen war. Für wen eigentlich morgens um drei? Und gingen zu Fuß hoch, immer mehrere Stufen auf einmal. In seiner Wohnung angelangt, eilte Jean Leno direkt in das kleine Zimmer, aus dem er ebenso rasch mit einer Stoffreisetasche wieder herauskam. Wir gingen in die Küche. Er steckte eine Packung Kroketten in die Tasche und erläuterte, dass das nicht diejenigen seien, die Durchfall verursachten. Seiner Meinung nach war der Kater geheilt oder wenigstens aus dem Gröbsten raus. Nur noch zwei Tage Medizin. Die Hefe und die Kapseln gegen die Nierensteine konnte man vergessen. Nicht aber das Revigor 200. Das Rezept und ein Zettel mit Namen und Adresse des Tierarztes kamen auch in die Tasche. Dann holte er einen Feliway-Zerstäuber aus dem Schrank und warf ihn in die Tasche. Das Spray sollte, sagte er, während wir ins Wohnzimmer eilten, die Wohlfühlpheromone ersetzen, sodass das Tier sich in seinem neuen Zuhause geborgen fühlen konnte. Ich verstand nicht mal die Hälfte. Im Wohnzimmer sammelte er Spielzeug auf, Bälle und Gummimaus. Dann drehte er sich im Kreise, bis er endlich einen langen Stecken entdeckte, an dessen Ende ein Schwanz aus Leopard-Imitat und Federn befestigt waren. Er liebt seine Angelrute, sagte er, und stopfte alles in die Tasche. Er ist ein Jäger, man muss mindestens dreimal täglich mit ihm spielen, befahl er auf dem Rückweg in die Küche. Können Sie das Katzenklo nehmen? Ich griff mir die Kiste. Jean-Lineau hob Eduardo hoch, der zwischen seinen Beinen herumstrich. Und auf einmal sah ich den Tisch. Ich sagte, Moment! Meine Zigarette lag im Aschenbecher. Meine kaum angerauchte, lange Zigarette. Ich hatte zu viele Gerichtsschoß gesehen, um nicht zu erkennen, dass sie mir zum Verhängnis werden konnte. Ich steckte die Zigarette in eine Tasche des Mantels und blickte mich um, ob ich noch weitere Spuren hinterlassen hatte. Eduardo miaute und bläckte seine Katzenzähne. Wir gingen die Treppe hinunter, Jean-Lineau voran, ich hinter drein. Ich öffnete die Wohnungstür. Kein Geräusch. Dann stellte ich das Katzenklo in die Küche und schloss die Flurtür, die zum Schlafzimmer führt. Im Eingang setzte Jean-Lineau, Eduardo und die Tasche ab. Er entdeckte eine Wandsteckdose und steckte sofort den Feliwayzer-Stäuber ein. Er blieb auf allen Vieren mit krummem Rücken in seiner engen Lederjacke, nahm die Schnauze des Katers in die Hände und flüsterte auf ihn ein. Dabei rieb er die Nase an seinem Fell. Ich drängte zum Aufbruch. Getrieben von der schrecklichen Vorstellung, Pierre könnte auftauchen. Kurz erwog ich, mir andere Schuhe anzuziehen, verwarf das aber als rettungslos idiotisch. Als wir schon gehen wollten, zog Jean-Lineau noch ein T-Shirt aus der Tasche, das wohl ihm selbst gehörte, und legte es zusammengedreht vor Eduardo. Wir nahmen wieder die Treppe. Er ließ seine Füße auf die Stufen, sacken wie ein Schlafwandler, saft und kraftlos. Unten angekommen, setzten wir uns an dieselbe Stelle. Ich nahm Lidys Mobiltelefon zur Hand, und obwohl ich in der ganzen Situation nicht mehr sonderlich durchblickte, sagte ich, »Jean-Lineau, es muss sein.« Außerdem ist der Akku fast alle. »Wo wollte ich angeblich mit dem Koffer hin?« »Nirgendwohin.« »Sie wollten nirgendwohin. Sie wissen nicht mal, warum Sie sie in den Koffer getan haben. Sie haben einen Filmriss.« »Filmriss.« Ich wählte die 17 und hielt ihm das Telefon hin. Eine Stimme vom Band sagte, sie sind mit dem polizeilichen Notruf verbunden. Darauf folgte eine kurze, furchterregende Ansage. Dann läutete es. Es läutete ohne Antwort. Jean-Lineau legte auf. »Da nimmt keiner ab.« »Unmöglich. Versuchen Sie es noch einmal. Und was soll ich sagen? Ich habe meine Frau umgebracht? Nicht, ich habe meine Frau umgebracht, nicht einfach so. Was dann? Machen Sie es etwas förmlicher. Sagen Sie, ich rufe an, weil mir etwas furchtbar Dummes passiert ist.« Er ruft wieder an. Erneut die Ansage. Ihr Anruf wird aufgezeichnet. Missbrauch wird verfolgt. Gleich meldet sich eine echte Frau. »Polizeilicher Notruf, ja bitte.« Jean-Lineau starrt mich entsetzt an. Ich vollführe eine jener Gesten, die das Gegenüber beruhigen sollen. Völlig zusammengekrümmt, den Kopf dicht auf den Knien, sagt Jean-Lineau, »ich rufe an, weil mir etwas furchtbar Dummes passiert ist.« »Und was?« fragt die Stimme. »Ich habe jemanden umgebracht.« »In welcher Gemeinde befinden Sie sich?« »Deuil-Aluet.« »Ist Ihnen die Adresse bekannt, an der Sie sich aufhalten?« Jean-Lineau antwortet leise. Die junge Frau lässt ihn den Namen der Straße wiederholen. Sie fragt, ob es seine eigene Wohnadresse sei. Sie wirkt ruhig und freundlich. »Befinden Sie sich in einem Gebäude oder auf öffentlichem Gelände?« Hinter Ihrer Stimme ist das Klickern einer Tastatur zu hören. »Ich bin im Hauseingang.« »Im Eingang des Hauses, in dem Sie wohnen?« »Ja.« »Gibt es einen Türcode?« »Ich weiß nicht mehr.« »Sind Sie allein?« Jean-Lineau richtet sich auf. Kopflos erschrecken. Ich bedeute ihm, er solle mich erwähnen. »Nein.« »Wer ist bei Ihnen?« Meine Lippen artikulieren stumm. »Nachbarin.« »Meine Nachbarin.« »Nur eine Person.« »Ja.« »Monsieur, was ist passiert?« »Ich habe meine Frau umgebracht.« »Ja. Und?« »Er dreht sich zu mir um.« »Mir fällt nichts ein, was ich ihm soufflieren könnte.« »Wo ist Ihre Frau?« »Ist sie in diesem Moment bei Ihnen?« Er versucht zu antworten, aber kein Laut kommt heraus. Seine Unterlippe hat sich wieder in Bewegung versetzt. Ein ununterbrochenes Wabbeln. Wie der Unterkiefer eines Molchs. »Wie heißen Sie, Monsieur?« Jean-Lineau Manuscrivi. »Jean-Lineau?« »Ja.« »Sind Sie bewaffnet, Jean-Lineau?« »Nein.« »Ihre Nachbarin auch nicht?« »Nein.« »Haben Sie Alkohol oder Drogen zu sich genommen?« »Nein.« Er sieht, dass ich pantomimisch darstelle, mit ein paar Freunden ein Gläschen zu trinken. Ein wenig Alkohol. Nehmen Sie Medikamente zur Behandlung einer psychischen Erkrankung?« Das Gespräch brach ab. Der Akku war leer. Jean-Lineau blickte das schwarze Display an, dann klappte er die Hülle zu und zog das Kettchen des Strasssteins um das gelbe Plastikgetui, um die Feder an den rechten Platz zu bringen. Ich legte ihm den Arm um die Schultern. Jean-Lineau setzte seinen Hut auf, als säßen wir wartend in einer Ecke auf dem Bahnhof, mit dem langen, zu engen Mantel, den Pantoffeln aus Kunstfell und dem unförmigen Koffer. Zigeuner auf der Durchreise. Bereit, sonst wohin verfrachtet zu werden. Er sagte, »Die Frau war aber nett.« Ich sagte, »Ja, die war nett.« Und er, »Was soll ohne mich nur aus ihr werden, also aus meiner Tante? Sie hat nur mich, sonst niemanden.« Niemanden haben. Die Helden von »The Americans« wirken, als hätten sie niemanden. Das kennzeichnet sie. Sie befinden sich am Rande der Straßen, der Bänke und Säle, auf der Suche nach etwas, das sie nicht finden werden. An uns wann einmal stehen sie strahlend in einem vergänglichen Licht. Sie haben niemanden. Der Zeuge Jehovas hat niemanden. Er geht mit seiner Aktentasche durch die Straßen. Sie ist randvoll mit Zeitschriften. Die Tasche lässt ihn erwachsen aussehen und dient ihm als Ziel. Wenn man mit der Gewissheit aufwächst, dass man niemanden hat, kann man sich später nur schwer umgewöhnen. Selbst wenn jemand deine Hand nimmt und sich um dich kümmert, kommt es kaum jemals vor. An Sonn- und Feiertagen schickten Jean-Lenots Eltern ihn in der Avenue Parmentier auf den Hinterhof. Da schlug er dann die Zeit tot, hockte auf dem Pflaster und grub Rinnen, wo Gräser sprossen, oder bastelte mit Kleinteilen herum, die der Uhrmacher weggeworfen hatte. Andere Kinder waren nicht da. Niemand haben, das bedeutet nicht einmal sich selbst haben. Wenn dich jemand liebt, liefert er dir damit einen Existenznachweis oder Konsistenznachweis. Auch wenn man sich allein fühlt, kann man nicht ohne eine gewisse soziale Fabel leben. Als ich zwölf wurde, erwartete ich, dass die Liebe mir meine verlorene Hälfte wiedergäbe, die wir angeblich besaßen, bevor Zeus uns in zwei Hälften zerteilte. Da ich aber ungewiss war, ob so etwas hier eintreten würde, setzte ich außerdem noch auf Ruhm und Ehre. Ich war ziemlich gut in Naturwissenschaften, also entwarf ich für mich eine Zukunft als Forscherin. Mein Team hatte ein revolutionäres Mittel zur Epilepsiebehandlung entwickelt, und ich erhielt eine weltweite Auszeichnung à la Nobelpreise. Jeanne war meine Managerin. Sie saß auf dem Bettsofa, neben sich Rosa, eine Puppe, die Therese Barmentolo darstellte, eine Mitschülerin, die unter dieser Krankheit litt, lauschte meiner Ansprache und unterbrach sie bisweilen durch Applaus. Hinterher kam Therese Barmentolo, die ich ebenfalls darstellte, zu mir, um sich zu bedanken. Manchmal frage ich mich, ob nicht alles, was wir sind, auf einer Abfolge von Imitationen und Projektionen beruht. Obwohl ich dann doch keine Forscherin wurde, sondern zu etwas Zuflucht genommen habe, das mir Sicherheit versprach, höre ich oft, ich hätte mich aus meiner Gesellschaftsschicht hochgearbeitet oder sei über meine Lebensbedingungen hinausgewachsen. Wie idiotisch! Ich bin einfach bloß vor der Inkonsistenz geflohen. Die Leute rufen beim Polizeinotrufe an, um sich zu unterhalten, weil sie sonst niemanden haben. Das hat mir ein Gesetzeshüter verraten, wortwörtlich. Das betrifft sogar die Mehrzahl der Anrufe bei der 17. Sie hatten eine Frau, die mehrmals pro Woche anrief. Vor dem Auflegen sagte sie jedes Mal, grüßen Sie die Truppe von mir. Joseph Dener spielte mir immer melancholische Stücke auf der Gitarre vor. Céline von Hugo Frey oder Elinor Rigby von den Beatles, das er mit seiner schwachen Stimme beinahe völlig zersang, schlechte Aussprache und ohne ein Wort zu verstehen. »All the lonely people, where do they all belong?« »Ich war all diese Heimatlosen.« »Grüßen Sie die Truppe von mir.« »Als wäre sie jemand, der zu dieser Truppe dazugehören könnte.« »Dann sagt Jean Lino, wir hätten Rémy zu den Mücken mitnehmen können.« Er holt sein Päckchen vor, schüttelt eine Zigarette heraus und nimmt sie mit den Lippen. Er ist klein und zart. Die lange Nase zeigt spitzgen Boden, die gelbe Brille passt nicht zum Hut. Man könnte immer noch über ihn lachen. Der Rauch steigt am Koffer entlang und hüllt uns ein. Hüllt das narbige Gesicht ein, hüllt die Gedanken ein. Die Welt wird zu einer riesengroßen, dunstigen Masse. Dann hörten wir von draußen Stimmen. Jemand schlug an die Glastür. Ich stand auf. Ich trat über die Schwelle der Tür zur Seitentreppe. Sie waren da. Drei Typen hinter der Eingangstür. »Ich glaube, sie sind da«, sagte ich und ging aufmachen. Drei Männer kamen herein, gekleidet mehr oder weniger wie Jean Lino, nur weniger poetisch. Polizei. Sie sprachen sofort Jean Lino an, der von hinten aufgetaucht war. Er hatte seinen Hut abgenommen, trug ihn in der Hand, den Arm hielt er peinlich berührt, abgeknickt vor dem Leib. »Sie sind Monsieur Manuscrivi?«, fragte einer der Beamten. »Ja.« »Sie haben den Notruf angerufen?« »Ja.« Uniformierte Polizisten drängten hinter dreien. Eine Frau und zwei Typen mit ihren Mützen. »Sie haben Ihre Frau umgebracht?« »Wo ist Ihre Frau jetzt?« »In dem Koffer.« Er deutete zum Treppenhaus, und zwei der Männer gingen nach dem Koffer sehen. »Sie rühren sich nicht von der Stille. Sie kommen mit auf die Wache. Und Sie auch, Madame.« Sie legten uns Handschälen an. Die Frau tastete mich am ganzen Körper ab und durchsuchte die Taschen von Lidys Mantel, Münzen, ein Stofftaschentuch und die Zigarette, die ich bei Jean Lino geraucht hatte. Oh Gott! Aber nein, nicht weiter schlimm. Die kannst du hier unten auf der Treppe geraucht haben, während wir auf die Polizei gewartet haben. Einer der Gesetzeshüter sagte zu mir, »Kommen Sie, Madame. Unterhalten wir uns ein wenig.« Er nahm mich beim Arm, um mich aus dem Haus zu führen. Ich sagte, »Wo gehen wir hin?« »Zum Einsatzfahrzeug.« »Kann ich mich umziehen?« »Im Augenblick nicht, Madame.« Die Frau sprach in ein Walkie-Talkie. Ich hörte, »Wir haben den Hauseingang betreten.« »Der Verdächtige hat bestätigt, dass er seine Frau getötet hat.« »Die Leiche soll sich in einem Koffer befinden.« »Eine weitere Person war bei ihm.« »Wir haben die Befragung beider Personen begonnen und werden beide mitbringen.« »Wir bräuchten hier vor Ort noch wen von der Kripo.« Ich sagte, »Wo werden wir hingebracht?« »Auf die Wache.« »Zusammen?« Ich deutete auf Jean Lino. Ohne eine Antwort zog der Polizist mich mit. »Ich habe gar keine richtigen Schuhe an.« »Das macht nichts, dann brauchen wir Ihnen keine Schnürsenkel abzunehmen.« Jean Lino verschwand beinahe zwischen den Männern. »Sehe ich ihn dort wieder?« »Kommen Sie, kommen Sie, wir müssen jetzt los.« »Aber nachher sehe ich ihn, das weiß ich nicht, Madame.« Er wurde immer ungeduldiger. Ich rief mit einer Stimme, die ich von mir selbst nicht kannte, in einem schrillen, reißenden Ton, der nur mit ungewohnter Mühe herauskam und mir regelrecht wehtat, »Jean Lino, bis gleich!« Der Bulle drehte mich um, schob mir die Hand unter den linken Arm und stieß mich an der Schulter nach draußen. Mir war so, als würde ich bei den Männern hinten eine Bewegung wahrnehmen, als sähe ich flüchtig Jean Lino's Gesicht, hörte vielleicht sogar meinen Namen, aber sicher bin ich nicht. Mit gesenktem Kopf ging ich im Griff des Mannes über den regennassen Parkplatz. Die karierte Pyjama-Hose rutschte, sie war mir etwas zu weit, aber ich konnte sie nicht hochziehen. Da stand auch schon das Polizeiauto, quer in der Einfahrt. Er ließ mich hinten rechts einsteigen und setzte sich auf die andere Seite. Dann nahm er Stift und Notizbuch heraus. Er fragte mich nach Namen, Adresse, Geburtstag und Ort. Er notierte das alles sorgfältig und langsam. Ein Drittel der Seite wurde von einer Illustration eingenommen, weiß auf schwarzem Grund. Sie zeigte einen Schlüssel und den Schriftzug Brouillet, Schlosser Glaser. Ich sagte, »Und wer benachrichtigt meinen Mann?« »Wir werden sie in Gewahrsam nehmen und sie über ihre Rechte belehren.« Ich begriff nicht ganz, was das heißen sollte oder was es mit Pierre zu tun hatte, aber ich war zu müde, um es verstehen zu wollen. »Sie haben eine Partnerschaft mit einer Schlosserei?« »Die geben uns gratis Notizbücher, um Reklame für sich zu machen.« »Aha. Eigentlich arbeiten wir mit Vertragsunternehmen, aber das hindert sie nicht daran, uns ständig welche rüberzuschieben.« »Wozu brauchen Sie einen Glaser?« »Schon nichts. Diese Unternehmen machen beides Glaserei und Schlosserei. Wir kriegen auch Kugelschreiber und Kalender von Ihnen. Die Kalender sind gut gemacht. Man kann sie auch als Notizblock nehmen. Gar nicht dumm.« Er griff sich in die Brusttasche und zog einen blau-weiß-roten Kugelschreiber mit einem anderen Logo heraus. Der kommt von der Konkurrenz. »Ich gebe Ihnen Ihnen nicht. Das wäre sinnlos. Auf der Wache wird Ihnen sowieso alles abgenommen.« »Die wollen wohl öffentliche Aufträge bekommen?« »Psch, keine Ahnung. Die machen eben Reklame.« »Hier, da habe ich noch einen.« »Die wollen damit auf sich aufmerksam machen. Uns kommt das zu Pass. Wir sind so mies ausgestattet. Da steht die moldauische Polizei noch besser da.« Mir gefiel, wie ruhig der junge Mann war, wie gelassen gegenüber meiner Situation. Ein etwas rundlicher Junge in Emmanuels Alter, bartloses Gesicht, kurzrasierte Haare. Große, helle Augen, sie waren ein wenig gerötet. Er tat mir wohl. Einen Moment lang war ich versucht, den Kopf an seine Schulter zu lehnen. Dann versuchte ich, durch die Glasscheibe in den Hauseingang zu spähen, aber der Winkel war ungünstig, das Licht der Straßenlaterne störte. Ich sah zu unserer Wohnung hoch. Bei den Manuskrivies brannte noch Licht. Bei uns war alles dunkel, aber ich konnte das Schlafzimmer nicht sehen. Es geht zur anderen Seite hinaus. Mir fiel der Kater ein, der irgendwo stecken musste, und fragte mich, wo ich wohl die überzelligen Gläser unterbringen sollte, die jetzt noch auf der Truhe aufgereiht standen. Dieser Wahn mit den Gläsern, das konnte man doch keinem erklären. Nachdem ich mich in Sachen Stühle beruhigt hatte, musste ich durch Deux-la-Louette zum Bus laufen, zum Discounter fahren und fünf Schachteln Ballongläser anschaffen, davon zwei in Sondergröße als Burgundergläser ausgewiesen. Außerdem zwei Schachteln Champagnerflöten. Dabei hatte ich ja schon die Eleganzflöten. Diese Gläser standen jetzt alle in Wartestellung auf einem lächerlichen Deckchen. Diese Gläser für verschiedene Zwecke, als hätten wir Gäste, die in diesen Dingen pedantisch sind und die ich in meiner Verspießerung zufriedenstellen wollte. All diese Gläser würden in keinen Schrank passen. Dazu kamen auch noch die aus der Spülmaschine. Und der Gedanke an sie suchte mich heim. Sie ballten sich zu einem monströsen Bild und bildeten Knäuel der Panik. Aber das sind, so dachte ich, während ich durch die regennasse Scheibe auf den Parkplatz spähte, das sind wahnhafte Sorgen und Erwartungen, wie sie alten Menschen zu schaffen machen, sich von einem hypothetischen Problem stressen lassen. Meine Mutter holte schon zweihundert Meter vor der Bushaltestelle ihren Fahrschein hervor. Sie ging weiter, den Fahrschein gezückt, fest mit ihrem Wollhandschuh gepackt. Dasgleichen mit dem Geld, egal in welcher Kassenschlange beim Einkaufen. Das kann mir auch passieren. Man muss sich für jede Eventualität rüsten, das Gelände sichern. Wenn meine Mutter für ein paar Tage nach Aschere, hinter Anier, zu ihrer Cousine fuhr, stand der Koffer eine Woche vorher bereits offen da, die ersten Sachen schon darin. Das mache ich auch so, mit einem kaum vernünftigeren Vorlauf. Fast gleichzeitig trafen zwei Wagen ein. Männer stiegen aus. Eine Art Menschentraube bildete sich vor dem Hauseingang. Ich fragte, wer ist das? Der Kriminarkommissar und die Spusi. Die Spusi? Spurensicherung. Die Traube löste sich auf. Zwei Uniformierte kamen auf uns zu, die anderen gingen ins Haus. Die Typen in Jeans und Lederjacke kamen gleich wieder heraus und eilten zu dem Zivilfahrzeug. Kurz sah ich Jean Lino, kleiner als die anderen, in Zara-Jacke und Buntfaltenhose. Die Türen knallten, der Wagen fuhr los, beleuchtet und geräuschvoll. Trauben bilden sich, Trauben lösen sich auf. So kann man das Leben der Menschen beschreiben. Wir fuhren ebenfalls los mit dem Notrufwagen. Ich sah uns in den Fensterscheiben mit Blaulicht und Sirene. Es hat etwas Irreales, wenn man sich selbst so rasend schnell vorbeifahren sieht, wie wenn der eigene Zug sich in einem anderen spiegelt. Auf der Wache wurde ich ins Untergeschoss verfrachtet und auf eine metallene Bank gesetzt, an der Handschellen festgeschweißt waren. Jetzt war ich nur noch an einer Hand gefesselt. Ich wartete eine Weile, dann wurde ich in ein Büro geführt, wo man mir sagte, ich hätte das Recht zu schweigen, einen Arzt hinzuzuziehen, einen Anwalt und meine Familie zu benachrichtigen. Ich bat darum, dass Pierre angerufen würde. Ich sagte, ich hätte keinen Anwalt. Sie könnten nehmen, wenn Sie wollten. Eine Frau durchsuchte mich nochmals und fuhr mir mit einem Wattestäbchen durch die Mundhöhle. Im Flur fragte sie mich, ob ich auf die Toilette wolle. Bevor ich hinter Gitter käme. Hinter Gitter. Primitiver Hockkloß. Vor wenigen Stunden hast du in deinem schwingenden Rock eine Orangentart geschnitten, dachte ich. Ich betrat die abgeschabte Zelle. Eine Sitzbank an der Rückwand, auf dem Linoleumboden eine Matratze, darauf eine zusammengefaltete orange Decke. Die Frau sagte, ich könne mich jetzt ein wenig ausruhen, bis der Anwalt komme, so gegen sieben Uhr. Sie verschloss die Tür mit einem bemerkenswerten Krachen und Scheppern von Riegeln und Schlössern. Die Wand zum Flur inklusive der Tür bestand aus nichts als Glas und Gitterstäben. Ich setzte mich auf die Bank. Ob Jean Linole hier irgendwo in der Nähe war? Und die arme Lidie in ihrem Koffer. Der Schal schief, die Haare wild durcheinander, der Rock zerdrückt. All dieser Zierat von einer Sekunde auf die nächste unnütz geworden. Die roten Gigi Dohls ins Grab geworfen. Vor einem Monat ist ein Kollege von Pierre gestorben. Etienne rief an, um Pierre zu benachrichtigen, aber ich nahm ab. Er sagte, Max Baudet-Sarieux. Sagt dir das was? Ich erinnere mich an den Namen. Er ist gestorben. In der Metro-Tod umgefallen. Ich sagte, schöner Tod. Ach ja? Wünschst du dir für dich selbst so einen Tod? Ja. Willst du ihn nicht lieber kommen sehen? Dich vorbereiten können, wie bei La Fontaine, der sich nahen fühlt den Tod, rief seine Kinder? Nein, ich habe Angst vor dem Verfall. Am anderen Ende herrschte kurz Stille. Dann sagte er, trotzdem, es ist besser, im Kreise seiner Lieben einzuschlafen. Oder vielleicht besser nicht. Ich legte mir die orange Decke über die Knie. Sie kratzte. Ich schlang mir die Mantelschüsse um die Beine als Trendschicht. Dann wollen wir mal. In dem Verschlag, in dem die Unterredung mit dem Anwalt stattfindet, ist alles grau. Bodenfliesen, Wände, Tisch, Stühle, alles. Die beiden Stühle sind am Boden festgeschraubt, der Tisch auch. Kein Fenster. Grässliches Licht. Vorher hatten sie mir noch einen Karton Orangensaft und einen trockenen Keks gegönnt. Gilles Terneux, Rechtsanwalt. Er hatte langes, nach hinten gebürstetes, meliertes Haar, dazu eine säuberlich getrennte Kombination von Oberlippenbart und Goathe. Ein gepflegter Mann, hätte meine Mutter gesagt, der schon im Morgengrauen auf seine korrekte Erscheinung achtet. Ich schämte mich ein wenig wegen meiner Kittyhose und der Pantoffeln, vor allem aber wegen des Mantels, der nur bis zum halben Unterarm reichte. Er öffnete seine Aktentasche, holte Notizblock und Stift heraus, dann sagte er, gut, Madame, wissen Sie, aus welchem Grund Sie hier sind? So erschöpfte ich auch wahr, das wusste ich immerhin noch. Ich schilderte ihm den Hergang, also das heißt, die minimale, offizielle Version. In was für einer Verbindung genau stehen Sie zu diesem Mann, Madame? Wir sind befreundet. Madame, vergessen Sie nicht, dies ist eine Kriminalsache. Die Ermittler werden peinlich genau nachforschen, auch in Ihrem Privatleben. Glauben Sie nicht, Sie könnten in diesem Stadium etwas verschweigen, es würde doch irgendwann rauskommen. Wir sind befreundet. Befreundet. Er ist ein Nachbar, mit dem ich mich angefreundet habe. Hatten Sie einen Verdacht? Wie meinen Sie? Als Sie durch den Türspion geschaut haben. Als mein Mann zu ihm sagte, er solle die Polizei rufen, da wirkte er so zögerlich auf mich. Sie waren nicht sicher, ob er tatsächlich die Polizei rufen würde. Nein, ich war nicht völlig sicher, dass er die Polizei rufen würde. Und als ich sah, dass der Fahrstuhl hinunterfuhr, ich hatte nichts gesehen oder gehört, auch draußen nicht. Ich schaute auch aus dem Fenster. In Nachtkleidung? Ja. Und Ihr Mann? Hat er nicht gehört, dass Sie hinunterging? Mein Mann schlief. Schläft er immer noch? Ich weiß nicht. Ich habe darum gebeten, ihn zu benachrichtigen. Hat Ihr Mann Zweifel, was die Natur Ihrer Verbindung zu diesem Mann angeht? Nein, nein, nein. Uns steht hier und jetzt nicht viel Zeit zur Verfügung, Madame. Wir haben eine halbe Stunde und nach dieser Unterredung werden Sie von den Polizeibeamten befragt, möglicherweise auch mit Ihrem Nachbarn konfrontiert, Monsieur Manuscrivi, Manuscrivi. Wir müssen natürlich hoffen, dass die beiden Versionen sich nicht widersprechen. Denken Sie, er könnte etwas anderes sagen? Nein, es gäbe keinerlei Grund dazu. Gut, anwaltlicher Rat läuft meist darauf hinaus, gegenüber der Polizei möglichst wenig zu sagen, um nicht unnötig auf eigene Äußerungen festgelegt zu werden. Nun gut, Ihre Version klingt plausibel, vielleicht tun Sie gut daran auszusagen. Ich meine damit, über die Einzelheiten zu sprechen. Aber, Madame, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass alles, was Sie da gleich sagen, Ihnen später als Erst-Aussage entgegengehalten wird. Es entspricht dabei der Wahrheit. Da ist noch eine Sache, von der ich Ihnen nicht erzählt habe. Sie ändert nichts, aber ich will alles erzählen. Eigentlich sind es sogar zwei Punkte. Unten, als ich unten im Hauseingang war und Ihnen überreden wollte, dass er die Polizei ruft, da kam eine Nachbarin. Sie kennen die Frau? Ja, eine junge Frau. Wir grüßen uns. Die Tochter, der war Sie nicht überrascht, Ihnen um drei Uhr früh zu begegnen? Sie grüßte uns. Sie war ganz offenbar ausgegangen. Ist Ihre Freundschaft im Hause bekannt? Das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. War Sie überrascht? Nein, nein, überhaupt nicht. Die Situation war ziemlich banal. Banal. Sie wollte ganz offensichtlich ins Trockene. Sie ging schnell in den Aufzug. Das Ganze hat zwei Sekunden gedauert. Nur eine kurze Begegnung. Und das andere. Bevor er die Polizei rief, wollte Monsieur Manuscrivi seinen Kater in Sicherheit bringen. Also sind wir wieder hochgegangen, haben das Tier geholt und in unsere Wohnung gebracht. Der Kater ist jetzt bei uns. Sie nehmen aber doch sehr regen Anteil am Leben dieses Mannes. Ja. Und Sie bleiben dabei, es ist nichts als Freundschaft. Ja. Denken Sie nicht, Sie haben vielleicht Spuren einer Verbindung hinterlassen, die von einer anderen Natur ist, als Sie es beschreiben? Nein. Sie haben sich nicht vielleicht Mails geschrieben? Ihr Posteingang wird untersucht werden. Nie eine Mail. Und was glauben Sie, empfindet er vielleicht etwas, sind Sie auf derselben Wellenlänge? Dazu kann ich nichts sagen, aber er hat nie etwas derartiges. Es gibt keinerlei materiellen Beweis dafür, dass es eine Liebesbeziehung war, die Sie jetzt umdeklarieren als keinerlei. Ihr Mann zum Beispiel ist nie eifersüchtig auf diese Beziehung gewesen. Niemals. Sie haben keinerlei Grund, diesem Mann bei etwas zu helfen, das man als kriminell bezeichnen müsste. Aber nein. Man wird Sie fragen. Sie erfahren, dass dieser Mann seine Frau umgebracht hat. Wie weit wären Sie gegangen, wenn er Sie um Hilfe gebeten hätte? Er hat mich nicht um Hilfe gebeten. Wenn er Sie gebeten hätte. Was denn für eine Hilfe? Nein, Madame. Darauf müssen Sie antworten. Ich habe ihm nicht geholfen. Der Beweis? Ich habe ihm zugeredet, die Polizei zu rufen. Wer hat bei der Polizei angerufen? Er oder Sie? Wir beide. Was meinen Sie mit wir beide? Wer hat das Telefon gehalten? Er. Ich habe die 17 gewählt und ihm das Telefon gegeben. Ah. Sie haben die 17 gewählt. Ja. Wenn die Nachbarin Sie nicht gesehen hätte, hätten Sie dann die 17 gewählt? Ja, natürlich. Madame, mit dieser Antwort sollten Sie nachher nicht zögern. Ja, natürlich. Das ist wichtig. Ja, ja. Also, Sie wussten, dass er fliehen wollte? Nein, das wusste ich nicht, als Sie hinuntergingen. Als ich den Fahrstuhlknopf blinken sah, habe ich gerufen. Ich habe gerufen, und weil keine Antwort kam, obwohl der Fahrstuhl direkt unter mir war, und ich wusste, dass man mich hören konnte, habe ich die Tür zum Treppenhaus aufgemacht. Da hörte ich schnelle Schritte, und ich weiß, dass Monsieur Manuscrivit die Treppe benutzt, als einziger im Haus. Da dachte ich, was geht da vor? Ich bin runtergegangen, habe die Tür zum Hausangang geöffnet und gesehen, wie der große rote Koffer aus dem Fahrstuhl kam. Da war mir klar, was los war, weil der Koffer so riesig und ausgebeult war. Aber als ich hinunterging, wusste ich nicht, was mich erwartete. Allerdings warteten Sie auf die Polizei, die aber nicht kam. Genau. Aber im Fahrstuhl hätte jemand anderer sein können. Und da haben Sie sofort gesagt, hör auf damit. Ja, nein, ich habe gesagt, was machen Sie da? Was ist in dem Koffer? Schon bevor Sie der jungen Nachbarin begegneten, haben Sie sofort versucht, ihn zu überreden, dass er nicht flieht. Als allererstes habe ich ihm die Tasche weggerissen. Er trug eine Handtasche, und da auf dem Koffer lag ein Mantel. Ich habe beides an mich genommen. Ich habe gesagt, was machen Sie da? Sind Sie wahnsinnig geworden? Und dann kam die Nachbarin. Dass Sie kamen, hat es dann leichter gemacht. Hat er Ihnen gesagt, dass seine Frau sich in dem Koffer befindet? Nein. Ich erinnere mich nicht. Das war irgendwie klar. Und Sie hatten keine Mühe, ihn zu überreden. Ich hatte keine Mühe. Nein. Ich hatte keine Mühe, ihn zu überreden. Aber ohne Ihr Eingreifen wäre er verschwunden. Das kann ich nicht wissen. Die Nachbarin war die für ihn entscheidend. Wenn sie nicht gekommen wäre, dann wäre es Ihnen nicht gelungen, ihn zu überreden. Das kann ich nicht beantworten. Sie wissen es nicht. Nein. Seit wann kennen Sie einander? Seit drei Jahren. Ein freundschaftliches Verhältnis. Ja, wir sind Freunde. Eine sehr nahe, intime Freundschaft? Voller Vertrauen? Nein. Wir siezen einander. Hat er Ihnen von den Schwierigkeiten mit seiner Frau berichtet? Nein, es gab keine. Glaube ich jedenfalls. Er hat nie etwas in der Richtung gesagt. Wie ist Ihr Verhältnis zu seiner Frau? Sehr herzlich. Sie war auch bei meiner Einladung. Es war sehr angenehm. Sie können sie gut leiden. Ja. Wie verhält man sich zu einem Paar, wenn man mit einem von beiden befreundet ist? Sind Sie sicher, dass es nie... Halten Sie es für möglich, dass eine Frau eifersüchtig war angesichts ihres guten Verhältnisses zu dem Mann? Er hat mir ein wenig davon berichtet, was nach der Einladung vorgefallen ist, und das hatte mit mir nichts zu tun. Nein. Nichts? Nichts. Haben Sie das Ehepaar heute zum ersten Mal eingeladen? Ja. Also eine besondere Beziehung zu dem Mann, die aber nicht auf Vertraulichkeiten beruht. Nein. Worauf denn dann? Sie beruht auf Vertraulichkeiten, aber die beziehen sich auf Dinge aus der Vergangenheit, aus der Kindheit, seiner und meiner, auf das Leben im Allgemeinen. Auch über unsere Ehen haben wir nie gesprochen. Wir haben auch schon etwas zu viert unternommen, mit meinem Mann. Lydie trat als Sängerin in Jazzclubs auf, das war ihr Hobby, und Johnny Noe hat uns mitgenommen. Wir haben das alle sehr genossen. Also eine Beziehung ohne alle Heimlichkeiten. Madame, seien Sie mir nicht böse, wenn ich noch einmal nachhake. Sollte man entdecken, dass es sich mit dieser Freundschaft doch nicht so verhält, wie Sie es beschreiben, dann würde es für Sie ab dem Moment sehr schwierig werden. Unsere Beziehung ist geklärt. Ihr Mann wird vernommen werden. Wird er Ihre Aussage bestätigen, was die Natur dieser Beziehung betrifft? Gewiss doch. Sie sind da ganz sicher. Sie schließen aus, dass Ihr Mann in irgendeiner Weise Eifersucht äußert. Sie wissen ja, eine freundschaftliche Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau kann... Nein, keine Eifersucht. Verzeihen Sie die Frage, Madame, aber ist jemals strafrechtlich gegen Sie ermittelt worden? Nein. Und gegen Ihren Mann? Auch nicht. Und Ihren Nachbarn? Nein. Nicht, dass ich wüsste, nein. Sind Sie sicher? Was meinen Mann und mich angeht, ja. Und Sie vertrauen Ihrem Nachbarn voll und ganz? Ja. Wie haben Sie reagiert, als Sie erfuhren, dass er seine Frau getötet hat? Haben Sie sich um ihn gesorgt, Angst um ihn gehabt? Ja. Aber Sie glauben, seine Gründe für die Tat, die er Ihnen angegeben hat, könnten vor Gericht bestehen. Sie dachten, es ist für ihn besser, sich zu stellen. Ja. Ich glaube, da hat sich etwas Irrsinniges abgespielt. Vielleicht hängt es mit dem Verlauf der Einladung bei uns zusammen. Wir hatten ja alle ein bisschen getrunken. Ich halte das für einen ganz schrecklichen Unfall, eine Handlung im Affekt. Er hatte ganz sicher nicht die Absicht, seine Frau umzubringen. Es ist also besser, er sagt aus. Oh, ja. Können Sie sich vorstellen, dass er Sie der Mithilfe zur Flucht beschuldigen könnte oder den Leichnam seiner Frau verschwinden zu lassen? Nein. Madame, in dem Moment, dass Sie beide zusammen gesehen werden, Sie mit dem Mantel der Tasche, kann der Eindruck entstehen, Sie wollten ihm helfen. Diesen Eindruck müssen wir beseitigen. Er kann Sie da tatsächlich nicht beschuldigen. Nein. Wessen könnte die junge Nachbarin Sie beschuldigen? Die Nachbarin kann nur sagen, was sie gesehen hat, und ich werde es bestätigen. Sie hat uns beide im Hauseingang gesehen, er nah an der Tür, ich hinter ihm mit dem Mantel und der Tasche. Und erhielten Sie sich gerade? Nein. Wir hatten Sie kommen gehört. Wir sagten nichts. Ehrlich gesagt waren wir wie versteinert. Ich war versteinert. Immerhin befand sich eine Tote in dem Koffer. In der Tat. Ich war versteinert um seine Twillen, aber auch um meine Twillen, um offen zu sein. Mir war natürlich bewusst, dass das eine Situation war, eine Situation, in der ich mich besser nicht befunden hätte. Umso mehr als der Koffer uns gehört. Der Koffer gehört Ihnen? Ja, ich hatte Ihnen Liddy vor ein paar Tagen geliehen. Sie wollte Sachen in Ihre Praxis bringen. Haben Ihre Nachbarn keinen Koffer? Sie wollte Wäsche und Kissen transportieren, die viel Platz brauchen. Ein zusätzlicher großer Koffer, das sollte ihr einen Weg ersparen. Und wußte Ihr Nachbar von dieser Leihgabe? Keine Ahnung. Er wird den Koffer in seiner Wohnung gesehen haben. Gut. Ich erinnere Sie daran, alles, was Sie gleich der Polizei erzählen, wird protokolliert und für Sie künftig verbindlich sein. Alles hängt von Ihrer Ehrlichkeit ab und von Ihrer Überzeugungskraft. Ihre Darstellung ist schlüssig. Sie wirkt wahrhaftig. Aber ich weise Sie darauf hin, dass die Ermittlungen sehr umfänglich sein werden. Man wird Ihre Wohnung durchsuchen, Ihren Mann vernehmen. Was sind Sie von Beruf, Madame? Ich bin Patentingenieurin am Estitut Pasteur. Sind die Gäste Ihrer Einladung Zeugen irgendeines Vorfalls gewesen, irgendwelcher Differenzen bei dem Ehepaar? Sie werden ganz sicher befragt werden. Ich weiß nicht. Ich habe etwas mitbekommen, aber ich weiß nicht, ob ich es erwähnen sollte. Ich weiß nicht, was er dazu sagen würde. Hören Sie, Madame, wenn Sie den Eindruck vermitteln, nicht kooperativ zu sein und Dinge zu verschweigen, um ihn zu schützen, Dann begeben Sie sich auf ein Terrain, wo gut, also das Gespräch kam irgendwann auf ein Thema, das ihr sehr am Herzen lag. Ich erzähle es Ihnen, Herr Anwalt, obwohl es lächerlich wirken könnte. Es ging um Bio-Hühnchen. Er hat sich über sie lustig gemacht, weil sie mal in einem Restaurant den Kellner gefragt hatte, ob das Huhn auf einem Ast gesessen hat. Also ich meine, ob es ein normales Leben geführt hat, sowas in der Art. Er wollte die Runde mit der Schilderung amüsieren, und danach konnte man spüren, dass es zwischen den beiden etwas frostig war. Sie nehmen an, dass der Konflikt an diesem Punkt begann. Das ist möglich. Als Sie zu Hause waren, hat sie ihm vorgeworfen, sie vor den anderen gedemütigt zu haben. Der Streit wurde hitziger, und irgendwann, ich kann es nicht erklären, er wird das besser können als ich, hat sie dem Kater einen Fußtritt gegeben. Er hat sie gepackt, hat zugedrückt. Sie wollen sagen, die beiden streiten sich, weil sie Tierrechte verteidigt, und dann bringt er sie um, weil sie dem Kater einen Fußtritt verpasst. Ich glaube, dass Tiere mit all dem nichts zu tun haben. Ich meine, sie waren sich im Grunde nicht uneinig. Wenn ein Ehepaar sich streitet, dann dienen Meinungen oft als Vorwand. Ich glaube nicht, dass sie dem Kater wehtun wollte. Er wollte sie angreifen, aber doch nicht umbringen. Vielleicht ist sie ja auch in einem Herzanfall gestorben. Er ist kein Verbrecher, er ist ein sehr sanfter Mann. Sie tun sich keinen Gefallen damit, Madame, wenn Sie ihn so engagiert verteidigen. Ich sage es ja nur Ihnen. Gut, aber es ist nicht notwendig, derart seine Partei zu ergreifen. Sie hatten gut nachbarschaftliche Beziehungen, aus denen freundschaftliche wurden. Sie kommen ihm zu Hilfe, damit er nicht vor seiner Verantwortung flieht, denn das finden Sie noch schlimmer. Punkt. Ihnen muss klar sein, Sie sind der Beihilfe zum Mord verdächtig und darüber hinaus eine Leiche verschwinden zu lassen. Was droht mir dafür? Sie sind nicht vorbestraft, Sie haben eine feste Arbeit. Alles hängt davon ab, was er sagt. Ist Ihr Mann benachrichtigt worden? An sich schon. Und was wird Ihr Mann sagen? Warum haben Sie, als Sie in der Wohnung dieses Mannes waren, nicht sofort verlangt, dass er die Polizei ruft? Wir haben es verlangt, also mein Mann hat es verlangt. Und Sie sind wieder in Ihre Wohnung gegangen, obwohl er die Polizei noch nicht gerufen hatte. Er sagte, er wolle allein sein, er brauche einen Moment. Mein Mann fand auf einmal, wir hätten da nichts zu suchen. Wir hätten unsere Pflicht getan, und es sei nicht unsere Aufgabe, die Polizei zu rufen. Dann gingen wir runter. Warum kam Monsieur Manuscrivier eigentlich zu Ihnen herunter, nachdem er seine Frau umgebracht hatte? Ich glaube, er hielt es allein nicht aus. Wissen Ihre Arbeitskollegen von ihm? Nein. Und Ihr Verhalten während des Abends gab nicht den geringsten Anlass zu... Nein. Die Nachbarin kann nicht von einem zweideutigen Verhalten berichten. Sie standen nicht zu dicht beieinander, als sie sie sah. Nein. Also in normaler Entfernung zueinander. Die Polizei könnte folgenden Verdacht schöpfen. Der Umstand, dass die Nachbarin sie gesehen hat, hat sie gezwungen, die Polizei zu verständigen, was sie eigentlich gar nicht vorhatten. Was können Sie dagegen vorbringen? Was sollte ich denn da wollen, in Schlafanzug und Pantoffeln, ohne alles? Wie viel Zeit lag zwischen dem Moment, als sie hinuntergingen, und dem, als er die Polizei rief? Eine halbe Stunde vielleicht, wenn überhaupt. Gerade so viel, um ihn zu überreden, den Kater zu holen und zu uns zu bringen. Also hat doch das Auftauchen der Nachbarin ihn bewogen, sich zu stellen. Da könnte ich nicht das Gegenteil behaupten. Waren Sie oft in seiner Wohnung? So gut wie nie. Einmal vielleicht. Ja, heute, ich meine gestern, mit Lili, um Stühle zu holen. Sie hat mir für die Einladung Stühle geliehen. Gut. Man wird sie einem Verhör unterziehen. Das wird nicht unbedingt ein Vergnügen. Möglicherweise wird man versuchen, sie aus der Fassung zu bringen. Oder zwei Leute auf einmal befragen sie. Es gibt zwar keinen Verdacht auf Mithilfe bei dem Delikt selbst, aber doch hinterher, also, dass sie versucht haben könnten, den Leichnapf verschwinden zu lassen, und so weiter. In dem Teil sollten sie also wachsam sein, dass ihre Aussagen schlüssig sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sie über die erlaubten 24 Stunden hier behält. Wenn Monsieur Manuscrivie ihre Version bestätigt und ihr Mann nichts äußert, was irgendwie für Verwirrung sorgt, dann sollten sie heute Abend wieder draußen sein. Ich war am frühen Abend wieder draußen. Pierre kam mich abholen. Er war am Nachmittag vernommen worden. Ich gab den grünen Mantel ab. Ich war frei. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte Jean Leno seinen Alleingang bestätigt. Jetzt war er verschwunden, von einem schwarzen Loch verschluckt. Im Auto machte Pierre ein saures Gesicht, statt mich zu trösten. Er wirkte abgespannt und traurig. Er sagte, diese Geschichte gefalle ihm nicht. Ich sagte, kaum vorstellbar, dass die irgendwem gefällt. Er fragte mich, was ich wirklich gemacht hätte. Das, was ich erzählt habe. Niemand versteht, wie du hast einschlafen können, sagte ich. Ich war hinüber, ich hatte zu viel getrunken. Vom Badezimmer hast du nichts gesagt? Du scheinst mich wirklich für saublöd zu halten. Ich hatte Angst, du könntest es tun, um mir aus der Patsche zu helfen. Hast du ihm geholfen? Nein. Dann erklär mir das mit dem Koffer. Gib mir eine gute Erklärung. Den habe ich Lidie geliehen. Die wollte ein paar Sachen in ihre Praxis schaffen. Wann? Ich weiß nicht genau. Vor ein paar Tagen. Er sieht einen Koffer bei sich herumstehen. Er denkt, ach, schau, die Größe passt. Da tue ich meine Frau rein. Das konnte ich nicht vorhersehen. Mein Delci, verdammte Scheiße. Tut mir leid. Und der Kater, na bravo. Ich hätte fast einen Herzschlag gekriegt. Dann hätte es heute Nacht zwei Tote gegeben. Kurz bevor die Polizei ihn anrief, war er aufgestanden, um mich zu suchen. Im Eingang war er auf etwas Weiches getreten. Eduardos Schwanz, der unter einer Kommode hervorschaute. Eduardo stieß einen schrillen Schrei aus. Zu Tode erschrocken betätigte Pierre den Lichtschalter und entdeckte den Kater, der ihn seinerseits entsetzt beäugte, die Schnauze flacher Boden, den Leib unter der Kommode. Als wir auf dem Parkplatz ankamen, blickte ich am Haus hoch. Unser Stockwerk, das darüber. Die Äste der Mimose schwankten sacht. Ich sagte, wer kümmert sich jetzt um die Pflanzen? Was für Pflanzen? Lydys Balkonbepflanzung. Niemand. Die Wohnung ist versiegelt worden. Das fand ich furchtbar. Die Mimose, die Krokusse, die Knospen, das ganze keimende Leben, das ich am Vorabend in den verschiedenen Kübeln gesehen hatte. Und ich sah sie vor mir, Lydie, wie sie sich über ihren kleinen Garten beugt und die unfassbar weiße Krokusblüte zwischen die Finger nimmt, um sie mir zu zeigen. Wir stiegen aus. Der Laguna stand noch am selben Platz. Der Hauseingang war leer. Und persönlich wie gehabt. Wir nahmen den Aufzug. Unsere Wohnung war Picobello. Pierre hatte die Küche geputzt und einen Platz für das Katzenklo freigemacht. Der Tisch war für zwei gedeckt. So etwas Liebes hatte ich nicht erwartet. Und endlich konnte ich weinen. Ich weiß nicht, wie oft ich danach noch verhört wurde. Die Ermittler von der Polizeiwache, die von der Kriminalpolizei, der Persönlichkeitsermittler, ernannte sich anders, ich habe vergessen wie, mir blieb schleierhaft, ob er meine Persönlichkeit erforschte oder die von Jean Linault, der Untersuchungsrichter. Zum Hergang gab es immer mehr oder weniger dieselben Fragen. Mit ein paar Varianten. Warum wir dem mutmaßlichen Täter einen Kognak angeboten hätten, statt seiner Frau zu Hilfe zu eilen. Ob wir den Leichenarm berührt hätten. Gott sei Dank hatte ich ihr den Schal umgebunden. Ich sagte auch, ich hätte ihre Beine berührt, während Pierre den Puls suchte. Der Untersuchungsrichter, ich kann ihn gut leiden, fragte mich wortwörtlich, wie es komme, dass mein Mann nichts Besseres zu tun hatte, als ins Bett zu gehen, wo er gerade die Leiche seiner Nachbarin entdeckt hatte. Und natürlich kehrte, wie vom Anwalt vorhergesagt, in allerlei verschiedenen Formulierungen die Frage wieder, was wir getan hätten, wenn nicht ein Dritter dazu gekommen wäre. Ein Gebiet aber gab es, das Gilles Terneux nicht sondiert hatte und auf dem alle bis zum Erbrechen herumritten, nämlich mein Vorleben. Was steckte hinter der Erzählung dieser Frau, Elisabeth Jouz, geboren als Elisabeth Rangé in Putot? In der Bullensprache nennt man das offenbar das vollständige Persönlichkeitsprofil. Alles, was man sorgfältig begraben hat, wird ans Licht gezerrt. Alles, was man jemals ausradiert hat, muss man fein säuberlich wieder hinschreiben. Kindheit, Eltern, Jugendzeit, Studium, Wege und Abwege. Mit einem lächerlichen Eifer beugten sie sich über mein Leben. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Ein lächerlicher Eifer, um falsches Material zu fabrizieren. Eine kleine soziologische Fingerübung, die sie den Akten beihäften werden und die nichts aussagt, außer, dass die Justiz ordentlich gearbeitet hat. In mir aber rief das bestimmte Bilder wach. Ich wusste gar nicht mehr, dass sie noch irgendwo schlummerten. Das Café in Dieppe, die große schlafende, für das festgeschmückte Film-Jukebox, die wir im Nebel aufweckten. Ich hatte nicht gewusst, dass ich das noch in mir trug. Man kann nicht erkennen, wer die Leute sind, wenn man von der Landschaft absieht. Die Landschaft ist von kapitaler Bedeutung. Die Landschaft ist unsere wahre Herkunft. Das Zimmer und der Stein ebenso wie der Ausschnitt des Himmels. Das in Außenaufnahme zu sehen, hatte De Nair mich gelehrt, wie die Landschaft den Menschen beleuchtet und wie dieser umgekehrt ein Teil von jener ist. Und ich kann sagen, dass ich an Jean Leneau genau das immer so gemocht habe, nämlich die Art, wie er die Landschaft in sich trug, ohne sich jeder gegen zu wehren. Am nächsten Tag ging ich ins Büro, als ob nichts passiert wäre. Ich aß mit Daniele in der Kantine. Am Telefon hatten wir einander nur mitgeteilt, dass es einiges zu erzählen gäbe. Wir fanden einen Platz am Fenster. Wir stellten unsere Tabletts ab. Ich sagte so, wer fängt an? Du. Du wirst auf deine Kosten kommen. Sie war ganz ohr. Erinnerst du dich an das eine Ehepaar von Samstagabend, eine Frau mit orange-roter Mähne und ihr Mann? Ja, eure Nachbarn. Unsere Nachbarn. Er hat sie in der Nacht erwirkt. Sie ist tot? Tja. Jeder andere hätte eine betrübte Mina aufgesetzt. Nur meine gute Daniele nicht, die strahlte. Nein! Sie wußte nichts von meiner freundschaftlichen Verbindung zu Jean Leneau. Ich berichtete von der Nacht. Die offizielle Version versteht sich. Ermutigt von ihrer wohltuenden Oberflächlichkeit, bemühte ich mich um eine effektvolle Schilderung. Das Klingeln, der Kater, der Koffer, der Hauseingang, die Polizisten, die vergitterte Zelle. Hin und wieder sagte Daniele ja Wahnsinn oder etwas in der Art. Sie war hingerissen. Und was habt ihr mit dem Kater vor? Keine Ahnung, ich habe nicht den geringsten Draht zu ihm. Ich könnte ihn meiner Mutter unterjubeln. Deiner Mutter? Sie wohnt in Sucy im Erdgeschoss mit einem kleinen Rasenstück davor. Das Tier wird sich wohlfühlen. Und deine Mutter? Das wird sie ein bisschen von Jean-Pierre ablenken. Sie liebt Katzen. Sie hatte schon öfter welche. Ich hatte den Namen noch nicht ganz ausgesprochen, da überfiel mich schon das Bedauern. Das hier war Klatsch gegen Tratsch als Begleitmusik zur Zitronentat, der durchgeknallte Nachbar gegen den potenziellen Liebhaber. Pardon, Jean-Lineau. Aber Daniele ist feinsinnig. Statt die Nacht von Samstag auf Sonntag en détail zu schildern und dem typisch weiblichen Hang zur farbigen Schilderung einer amorösen Anekdote nachzugeben, bei der noch dem kleinsten Wort oder unbedeutendsten Detail Gewicht verliehen wird, spielte sie die Sache herunter. Etwas, das uns hätte Spaß machen oder eine unerschöpfliche Erzählung hätte sein können, wurde zu einer beinahe traurigen kleinen Geschichte. Sie hatte Mathieu Cross in ihrem Wagen mitgenommen und vor dem Haus, in dem er wohnte, in zweiter Reihe geparkt. In höflicher Zurückhaltung wegen ihrer, so meinte sie, beinahe Trauer, hatte er sie nicht aufgefordert, mit hochzukommen. Von dieser Rücksicht gerührt und nach ein paar unbeholfenen Umarmungen von Autositz zu Autositz hatte sie ordentlich eingeparkt. Er gestand ihr, dass sein 16-jähriger Sohn über das Wochenende bei ihm wohnte. Der Junge war ausgegangen, konnte aber jederzeit nach Hause kommen. Eins ergab das andere, irgendwann saßen sie in der Wohnung wie zwei Einbrecher, voller Angst ertappt zu werden. Gegen vier Uhr morgens kam der Junge, sie musste das Feld räumen und trollte sich mehr oder weniger verwirrt nach Hause. »Gefällt er dir denn?«, fragte ich. »Ich weiß nicht.« »Lügnerin. Ich mag ihn.« Ich informierte sie, dass die Kripo sie, ebenso wie Mathieu und alle anderen Gäste, als Zeugen vernehmen würde. Sie war alles andere als dagegen. Als Einziger legte Georges Vaperot keine Überraschung an den Tag. »Die Frau hat doch geradezu darum gebettelt, dass man sie totschlägt,« sagte er. Claudette Eluardie legte kurz ihre Zurückhaltung ab und meinte, sie habe schon bemerkt, dass bei den Manuscrevis etwas nicht ganz rund laufe. Das sei ihr bereits vor der Tür aufgefallen, als er sich mit einem fast unverständlichen Scherz einführte. Später sei ihr seiner euphorische Begeisterung peinlich gewesen, als Gilles Teodias Mimi aufzog. Seine Darstellung des flatternden Hühnchens habe sie irritiert, weil das so ordinär war, aber auch wegen des Themas. Dass die Sache so furchtbar enden könnte, habe sie zwar nicht gedacht, aber schon gespürt, dass diese Kleinerie von Irrsinn umweht war. All das sagte sie mit unbewegter Stimme am Telefon, und mir wurde klar, wie viel näher ich mich jemandem wie Jean Leneau fühlte als einer Claudette, deren Förmlichkeit ich bislang auf eine Art wissenschaftliche Introvertiertheit zurückgeführt hatte. Jetzt aber erschien sie mir plötzlich beklagenswert konformistisch. Jeanne hatte, bevor sie ein langes Elend wurde und ihre Berufung aufgab, Ballettunterricht genommen. Mit meinen Eltern besuchte ich eine Vorstellung am Schuljahresende. Sie absolvierte vorn auf der Bühne ein kleines Solo, das von allen beklatscht wurde. Danach gab es noch Erfrischungen im Speiserraum des Jugendzentrums. Meine Eltern trafen auf andere Eltern, die ihnen allerlei Komplimente machten. Mein Vater war so etwas nicht gewöhnt. Er wollte sich mit Scherzen aus der Affäre ziehen. Erst lächelten die Leute höflich. Ich spürte, dass seine Witze ziemlich daneben waren, aber er kam immer mehr in Schwung und schien es nicht zu bemerken. Irgendwann lachte er mit roten, geblähten Nasenlöchern, er hoffe, bald könne er sie auf der Straße tanzen lassen und einen Hut dazu stellen. Da wandten die Leute sich ab und wir vier standen allein da. Ein anderes Mal hatte mein Musiklehrer aus dem Gymnasium einen Ausflug ins Olympia zu einem Konzert von Michel Polnareff organisiert. Mein Vater fuhr mich und zwei Klassenkameradinnen mit deren Mutter dorthin. Im R4 von Sunny Schoof, den wir immer benutzten, sagte er, ich wüsste aber ganz gern mal, warum das staatliche Schulsystem euch dahin schickt, dass ihr diese Schwuchtel beklatscht. Als meine Freundinnen in die Pubertät kamen und er einer von ihnen bei uns begegnete, tätschelte er ihr den Hintern oder griff ihr an die Brust, hoho, da wächst ja ganz schön was, bald bist du ein großes Mädchen, Carolin. Die Freundin lachte krampfhaft, ich sagte, na hör mal, Papa. Er kicherte, was denn, ich prüfe die Ware, da ist doch nichts dabei. Heute würde er direkt in den Knast wandern. Ich habe mich oft für meinen Vater geschämt, habe es aber nie über mich gebracht, gegen ihn zu sein. Mich haben allerwelts Menschen noch nie interessiert. Abgesehen von Daniel und danach Emmanuel und Bernard, haben wir niemandem genaueres über die Sache erzählt. Über meine Beteiligung oder meinen Aufenthalt auf der Wache habe ich zu keinem Menschen etwas gesagt, Nicht mal zu Jeanne, die sowieso viel zu sehr von ihrer erotischen Leidenschaft in Anspruch genommen ist. Catherine Musain sagte als einzige, die ärmste, als von Lidid ihr Rede war. Die anderen sahen den Vorfall als abstrakt schrecklich an und interessierten sich vor allem für Details und Beweggründe. Ich muss gestehen, dass es mir ein gewisses Vergnügen bereitete, darüber zu berichten. Übermittler einer Sensationsnachricht zu sein, ist durchaus nicht unangenehm. Aber damit hätte man es bewenden lassen sollen, wieder auflegen und sich in keinerlei Tratsch verwickeln lassen. Es ist nichts Reines in den menschlichen Beziehungen. Die Ärmste Ich frage mich, ob das Wort passt. Eigentlich lassen sich die Kriterien unseres Daseins nur auf Lebende anwenden. Einen Toten zu bedauern ist absurd. Schicksalhaftes allerdings kann man bedauern. Die Mischung aus Leid und wahrscheinlicher Sinnlosigkeit. Ja, in diesem Sinn passt die Ärmste. Die Ärmsten kann ich sagen über meinen Vater, meine Mutter, Joseph de Nair, über das Paar aus Savannah und den Zeugen Jehovas vor der gewaltigen Wand. Über manche Toten, schwarz auf weiß aus meinen Büchern, über die auf San Michele neben den künstlichen Blumen wie Könige herausgeputzten, die zu Lebzeiten, das ahnt man, auch nicht immer auf Rosen gebettet waren. Die zahllosen Unbekannten von früher, all jene, deren Tod von den Gazetten in den absoluten Nonsens gezerrt wird. Mir kommt ein Satz in den Sinn, den Jean Kelewitsch über seinen Vater sagte. Welchen Sinn soll dieser Spaziergang haben, der ihm am Firmament des Schicksals auferlegt wurde? Muss man Lidie Gambinet als Arm bezeichnen? In ihrer bunten Welt hatte Lidie Gambinet über den Scherereien des Lebens gestanden. Wenn ich an sie denke, sehe ich sie unweigerlich in Bewegung. Sie läuft wie eine kleine, eilige Frau von Georges Gross mit schwingender Kleidung über den Parkplatz. Oder sie klopft sich aufs Dekolleté von ihrem Haar umwirbelt. In ihrem Faltblatt hatte sie geschrieben, Stimme und Rhythmus sind wichtiger als Wörter und Sinn. Lidie Gambinet hatte gesungen, gekämpft, ihr Pendel geschwungen. Auf ihre Weise hatte sie das Nichts bemäntelt. Daniels Mutter erklärte sich bereit, Eduardo aufzunehmen. Wir verabredeten, ihn am nächsten Sonntag nach Sussien-Brie zu bringen. Mittlerweile hatte ich auch etwas erledigt, das mir auf dem Herzen lastete. Nach genauer Betrachtung der Fassade unseres Hauses ging ich zu Monsieur Aparicio im sechsten Stock, einem ausgesprochen wortkargen, pensionierten Postbeamten. Als ich an der Tür der Manuscrivis vorbeikam, sah ich die Wachssiegel und den gelben Aufkleber. In der Zeile Vergehen stand Totschlag. Monsieur Aparicio ist weitgehend kahl, aber sein Nackenhaar ist zu einem schütteren Pferdeschwanz zusammengebunden. Ein kleines, modisches Detail, das mich zu meinem Schritt ermutigte. Ich erläuterte ihm meinen Plan, bei ihm einen Gartenschlauch mit Gießpistole anzubringen, um damit von seinem Balkon aus die Pflanzen der Manuscrivis zu gießen. Ich möchte Ihnen nicht zumuten, das selbst zu tun, Monsieur Aparicio, sagte ich. Ich komme selber hoch und erledige das, wenn ich darf, so zweimal die Woche, zu einer Tageszeit, die Ihnen passt, frühmorgens oder abends. Ein paar Minuten später, nachdem er sich meiner Ansprache angehört hatte, bat er mich herein. Wir gingen in sein Wohnzimmer, er öffnete die Balkontür, und wir beugten uns über das Geländer. Schauen Sie mal, sagte ich, wie hübsch diese Bepflanzung ist. Aber der Regen kommt nicht mal an die Mimose. Auf seinem Balkon standen ein Fahrrad und ein Tisch, darauf Werkzeug, in Sachen Grün, zwei, drei erdverschmierte Töpfe und ein alter Farn. »Wo schließen wir den Schlauch an?« fragte er. »In der Küche,« antwortete ich. »Dann brauchen wir mindestens fünfzehn Meter.« »Ja, stimmt.« »Danke, Monsieur Aparicio.« »Er hat mir seither nie auch nur einen Kaffee angeboten, und unser Gespräch beschränkt sich mehr oder weniger auf das Wetter. Dafür bin ich ihm doppelt dankbar. Erstens, weil er nie auf dem Drama herumgeritten ist, auch nicht an dem Tag, als die Ermittler von der Kripo die Nachbarn befragten, und dann, weil er die Bewässerung immer mehr überlässt. Ich kaufte einen dehnbaren Qualitätsschlauch mit Universalanschluss und regulierbarer Sprühpistole, mit der man den Balkon von oben duschen kann. Aparicio stieg ihn selbst auf den Wasserhahn an seiner Spüle und wickelt ihn ab, bevor ich komme. Er könnte es jederzeit selbst tun und sich von der Bindung an unsere Verabredung befreien. Aber offenbar hat er gespürt, dass ich geradezu einen Fetisch daraus mache und respektiert das. Nach seinem Umzug zu uns hatte Eduardo sich in eine feindliche Verdrossenheit zurückgezogen. Er irrte von einem Möbelstück zum anderen, verkroch sich darunter oder duckte sich in dunkle Winkel. Immerhin ließ er sich darauf ein, etwas zu fressen, und Pierre hatte ihm die letzten Revigor 200 Tabletten verabreichen können, indem er sie zerdrückte und mit Thunfischpastete vermischte. Als ich am Vorabend unserer Expedition nach Sussi heimkam, bot sich mir folgende Szene dar. Der lange Stecken ragte aus dem Klo heraus, von wo er bewegt wurde. Im Flur verfolgte Eduardo matten Blickes das Gewiedel des Leopardenschwanzes, floh aber, als er mich kommen sah. Pierre saß nackt auf der Toilette, auf sein magnetisches Schachbrett und die dazugehörige Aufgabe konzentriert, in der Hand den Stock, mit dem er weiter wedelte. In Deuilalouette haben wir eine Tierhandlung, wo man alles an Katzen- und Hundebedarf kriegt. Dort kaufte ich einen Transportkäfig aus Hartplastik für den Umzug zu Daniels Mutter. Größe M für 39 Euro. Er sollte es etwas bequemer haben. Wir stellten alles im Eingang bereit. Jean-Linots Stofftasche mit sämtlichem Zubehör inklusive T-Shirt, dazu das Katzenklo und den neuen Transportkäfig, der mit geöffneter Gitterklappe auf seinen Insassen wartete. Eduardo brauchte den Käfig nur zu sehen, schon verabscheute er ihn. Er wollte abhauen, aber Pierre packte ihn und rief, mach die Türen zu. Er versuchte, ihn vor der Klappe festzuhalten. Wir wollten ihn hineinschieben, aber Eduardo wehrte sich, die Vorderpfoten starr nach vorn gestemmt. Er rutschte ein wenig über das Parkett, gleichzeitig glitt der Käfig weg. Wir versuchten ihm gut zuzureden, ich glaube fast, wir rangen uns ein paar Worte auf Pseudo-Italienisch ab. Eduardo wollte sich mit allen Mitteln befreien, strampelte und wandte sich und biß Pierre in den Arm. Pierre schnautzte mich an. Ein paar Mal ließ er ihn los, und wir mussten von vorne anfangen. Wir taten Spielzeug, den Feliwayzer Stoiber und Kroketten in den Käfig. War dem Tier völlig schnuppe. Nach zwanzig Minuten mühsamen Ringens kam Pierre auf die Idee, den Käfig senkrecht zu stellen, das Gitter nach oben. Schwitzend und entnervt schnappte er sich Eduardo und versenkte ihn von oben in der Öffnung, den Kopf voran. Es war ein fast übernatürlicher Augenblick, als Kopf und Vorderpfoten endlich drin waren. Pierre hielt den Käfig fest und rief, hilf ihm, hilf ihm. Ich stopfte ihn mit geschlossenen Augen hinein, so gut ich konnte. Rasch schlossen wir die Klappe. Der Käfig war voller zerbröselter Kroketten, Eduardo kreischte, aber er war drin. Die Tante erkannte mich nicht wieder. Sie saß in einem nachträglich angebauten, fensterlosen Speisesaal neben ihrem Rollator, einen Sabberlatz um den Hals, allein vor einem Teller Fisch und Quetschkartoffeln. Ich hatte nicht erwartet, sie um 18 Uhr beim Essen anzutreffen. Es kostet mich viel Mühe, diesen menschenverachtenden Zeitplan hinzunehmen. Ich sehe darin eine Abschiebungsmaßnahme. Man kann nur hilflose Leute dazu zwingen, zu einer solchen Uhrzeit zu essen, die man schnellstmöglich ins Bett stecken will. Im Krankenhaus liegt man ja schon drin. Ich stellte mich ihr vor, ich sagte, dass sie schon einmal mit Jean Linault dagewesen sei. Sie musterte mich gründlich. Manchmal liegt im Blick alter Menschen eine gewisse eisige Autorität. Sie hieß Benilde. Ich hatte ihren Namen an der Rezeption erfahren. Benilde Poggio wagte aber nicht, sie so anzusprechen. Am Empfang hatte es geheißen, ah, die Dame aus den Dolomiten. Ich kenne die Dolomiten dank der Bücher von Dino Buzatti. De Nair las Le Montagne di Vetro, Bergsteigerporträts, Klagen über die Verschandelung der Natur, über Hänge, an denen er nicht mehr wandern würde. Es war geradezu De Nairs Nachttischbuch. Er las mir ganze Kapitel laut vor. Manche waren Meisterwerke. Ich erinnere mich an einen Text, anlässlich der Bezwingung des Mount Everest. Ganz oben im Turm der alten Festung gab es einen kleinen Saal, den noch nie jemand betreten hatte. Irgendwann wurde die Tür geöffnet. Der Mann trat ein und er sah. Die Dame aus den Dolomiten hat lange, dicke, etwas knotige Hände. Die Finger bewegen sich gemeinsam, als wären sie aneinandergeklebt. Sie entgrätete mit der Gabel den Fisch, der bereits entgrätet war. Ich fragte, ob ich sie störe. Ich sagte, sie möchten vielleicht in Ruhe essen. Sie schob die Kartoffeln zu einem Teppich zusammen und führte ihn zum Mund. Ihr Kopf schien mir weniger zu zittern, als beim letzten Mal. Sie kaute und beobachtete mich dabei. Dann und wann hob sie den Latz zu den Lippen. Ich fand, dass der Friseur beim Lila ein bisschen zu tief in den Farbtopf gegriffen hatte. Und auch mit der Dauerwelle hatte er übertrieben. Sie hatten wohl einen hauseigenen Friseur im Heim. Ich begriff selbst nicht mehr, was ich hier wollte. Was ist das für ein Wohltätigkeitswahn, eine Unbekannte zu besuchen, die nicht mal weiß, wer man ist? Sie trug eine lange Strickjacke mit Taschen, kramte in einer davon herum und beförderte ein mit einer dünnen Kordel verschlossenes Plastiktütchen zutage. In einer unbekannten Sprache sagte sie, ich solle mal daran riechen. Es roch nach Kümmel. Ist das Kümmel? fragte ich. Si, Comino. Dann sollte ich noch einmal daran schnuppern. Ich sagte, dass ich Kümmel sehr gern mag, auch Koriander. Sie bat mich, das Tütchen zu öffnen. Der Knoten war ziemlich fest, sie bekam ihn mit ihren arthritischen Fingern nicht auf. Sie bedeutete mir, dass ich ihr etwas Kümmel in die Hand schütten sollte. Nur eine Prise, so zeigte sie zitternd. Jetzt hielt sie mir die Hand hin, auf das ich abermals daran roch, und schüttete das Gewürz dann lachend auf den Fisch. Ich lachte ebenfalls. Sie sagte etwas, das ich nicht ganz verstand, aber ich hörte Lydys Namen heraus. Offenbar hatte Lydie ihr das Tütchen geschenkt. Ich hatte nie eine Verbindung zwischen dieser Tante und Lydie gezogen. Wie dumm von mir. Lydie war Jean-Lynos Frau. Natürlich kannte sie die Tante, wie auch nicht. Sie schob mir das Zitronenjoghurt hin, das auf ihrem Tablett bereitstand, mitsamt dem Löffel. Vom Flur her waren Stimmen zu hören, Türen, Rollen. Es waren abendliche Geräusche, woran auch immer das zu erkennen war. Eingeschlossene Geräusche, die nirgends ein Echo haben würden. Ich dachte an den Besuch mit Jean-Lynos zurück, wie sie da von den Hühnern erzählt hatte, die ins Haus kamen und sich überall niederließen. Diesmal sprach die Tante nicht von Hühnern und auch nicht von Glocken. Sie hatte sich den Lebensgewohnheiten fern der Berge unterworfen, tausend Meilen von den großen Schatten entfernt, die dort wachsen und wieder schrumpfen. Sie hatte sich an die glatten Wände mit den Holzgeländern gewöhnt, sich dareingefügt, die Zeit an irgendeinem Ort zusammenschmelzen zu sehen. Die Unveränderlichkeit der Berge betrachtete Budsati als ihren größten Vorzug. Der Grund, so finde ich, besteht darin, dass der Mensch nach einem Zustand vollkommener Ruhe strebt, schreibt er. Etienne Dines Mann war mit seinen Kindern auf denselben Pfaden gewandert wie einst mit seinem Vater. Sie picknickten unter denselben Wänden, huben den Blick zu derselben Gipfelkette. Der Vater lebte nicht mehr, hier jedoch blieb alles in kristallener Kälte an Ort und Stelle. Jeden Sommer fühlte er inmitten des Lachens, wie unbedeutend er war. Irgendwann konnte er das ohne jede Verbitterung spüren. Lieber Jean Leneau, bevor ich Ihnen meine Grübeleien über das Schicksal der Dinge schildere, sollten Sie wissen, dass Eduardo in Sucy-en-Brie bei der Mutter von Daniel, Sie haben sie bei uns kennengelernt, die Dokumentarin, die von der Beerdigung ihres Stiefvaters kam, angeblich ein sympathischer Kater geworden ist. Genau dieses Wort wurde verwendet. Ob Tiere ihr Wesen ändern? Ich tippe eher auf ein Arrangement zwischen zwei Trauernden zur gegenseitigen Steigerung des Wohlbefindens. Ich weiß, dass sie sich Sorgen um ihn machen und von seinem Umzug gehört haben. Laut den jüngsten Nachrichten verbringt er seine Tage auf einem Fensterbrett im Erdgeschoss, wie die Alten im Süden, die beobachten, wie das Leben vor ihrer Tür abläuft. Er thront über einem kleinen Flecken Erde, wo sich echte Vögel und echte Mäuse in aller Sicherheit tummeln, denn entgegen den Befürchtungen seines neuen Frauchens verlässt er seinen Ausguck niemals. Falls das nicht genügt, um auf ihn stolz zu sein, so brauchen sie sich immerhin keine Sorgen um ihn zu machen. Letzten Monat ist meine Mutter gestorben. In ihrer Wohnung fand ich in einer Schachtel einen Nussknacker, den ich in der fünften für sie gebastelt hatte. Als Experiment durften wir Mädchen ein Jahr lang am Werkunterricht mit Holz und Metall im jungen Gymnasium teilnehmen. Metall wollte keine, ein paar von uns hatten sich auf Holz gestürzt, um dem Nähunterricht zu entgehen. Der Lehrer war ein Chinese mit Toupet, ein Verrückter. Wir hörten immer 15 Minuten vor Ende der Schulstunde auf, damit wir das Werkzeug aufräumen und in Reihe und Glied ausrichten konnten. Falls der Langhubel auch nur einen Millimeter weit aus dem Fach herausschaute, schrie er herum und verpasste den jungen Ohrfeigen. Wir verbrachten so gut wie das ganze Schuljahr mit dem Nussknacker. Die Jungen bauten ein Modell, wo die Nuss zwischen zwei Flächen geklemmt wurde, eine Art Presse. Die Mädchen bastelten etwas, das aussah wie ein Pilz. Meiner war zweifarbig, der eichelförmige Hut dunkelbraun gestrichen. Bevor ich ihn meinem Vater schenkte, hatte ich Nüsse mit in die Verpackung getan. Als er ihn sah, rief er zuerst, das Ding sieht ja aus wie ein Pimmel. Dann stellte er fest, dass das Gerät funktionierte und war hingerissen. Mein Vater liebte Werkzeug und respektierte den Handwerker. Er zeigte den Nussknacker überall herum, das heißt seiner Schwester Michelin und Konsorten, dann noch ein, zwei Kollegen, die manchmal auf ein Glas zu uns kamen. Er wollte wissen, wie ich das Gewinde zugefeilt und ob ich einen Gewindebohrer verwendet hätte. Er sagte, gebt mir mal Elisabeths Pimmel. Dann schritt er mit allem, was er eine Schale hatte, zur Demonstration. Er sagte, gutes Drehmoment, sanfter Druck, unversehrter Kern. Es genierte mich nicht, dass er ihn einen Pimmel nannte. Ich lachte sogar mit. Das ging eine Weile so, dann geriet der Nussknacker in Vergessenheit. Er lag wohl noch eine Zeit lang auf einem Obstteller in der Küche, dann verschwand er. Ich hätte nie gedacht, dass er irgendwo überdauert hatte. Ich hatte ihn selbst schon vergessen. Jetzt liegt er gerade vor mir, in Reih und Glied mit einem Pfefferstreuer jüngeren Datums. Er wirkt erstaunlich entspannt. Warum gehen manche Dinge zugrunde und andere nicht? Wenn meine Schwester bei der Haushaltsauflösung den Schuhkarton aufgemacht hätte, sie hätte ihn ohne zu zögern mit dem ganzen anderen alten Krempel weggeschmissen. Liddy glaubte an das Schicksal der Dinge. War es denn so ganz undenkbar, dass der Rosenquarz ihres Pendels sich ihr tatsächlich offenbart hatte? Nebenbei muss ich Ihnen sagen, dass ich fast so weit bin, in Zukunft im Restaurant und auch beim Metzger, wo ich immer seltener hingehe, nachzufragen, ob die Hühnchen geflattert, die Schweine im Matsch gespielt haben und so weiter. Und dass ich, seit ich die Häftchen, von die dies vereint bekomme, wo nie wieder ertragen werde, ein Tier im Zirkus oder in einer ähnlichen Situation zu sehen. Jean Linot Auch diesen hier werde ich wohl nicht absenden. Also kann ich ganz frei sprechen, so wie wir es immer gehalten haben, ohne auf die Ungleichheit unserer Lebensumstände oder auf ihre seelische Verfassung Rücksicht zu nehmen. Es ist ganz gleich, ob ich wirres Zeug über ein Nussknacker fasele oder Ihnen beispielsweise gestehe, dass ich in der ersten Zeit nach meiner Rückkehr, meiner Rückkehr, dagegen ankämpfen musste, mich verlassen und deprimiert zu fühlen. Ein ganz typisches Gefühl, wenn ein Zeitraum endet und sich schließt. Keine Manuscrivis mehr über uns. Die Manuscrivis im Fünften gehörten zur natürlichen Ordnung der Dinge. Im Vergleich zu dem, was in der Welt so passiert, klingt das lächerlich, ich weiß. Aber mit Ihnen ist ein unsichtbares Gut verschwunden, an das man sonst gar nicht denkt. Das selbstverständliche Leben. Wir standen auf dem Balkon und beobachteten die Ankunft des Mannschaftswagens und der Polizeiautos. In Wahrheit stand das halbe Haus an den Fenstern. Ich beugte mich über das Geländer und blickte nach oben. Aparicio war auch da, zog sich aber zurück, wollte nicht entdeckt werden. Die Tatrekonstruktion war auf 23 Uhr angesetzt, zur nächtlichen Stunde, damit sie, wie es hieß, unter Originalumständen stattfand. Außerdem hatte man uns mitgeteilt, wir müssten dieselbe Kleidung anziehen wie an jenem Abend. Ich legte die Boxershorts und das Kitty-Set auf das Bett bereit, wie Kostüme für eine Aufführung. Rund ein Dutzend Personen betraten das Haus, darunter eine Frau, die eine Tasche und einen kleinen Klapptisch trug. Zwischen zwei Uniformierten stieg Jean Linault in Handschellen aus dem Mannschaftswagen. Ihn von hier oben zu sehen mit seiner Zara-Jacke und dem Hut von der Pferderennbahn, zog mir den Boden unter den Füßen weg. Mir kam das alles wie ein einziger großer Irrtum vor. Aus der Perspektive des Todes und des Universums gesehen, so fühlte ich mich auf einmal beim Blick auf die Dinge vom Balkongeländer aus, erschien mir dieses ganze Tralala um einen völlig harmlosen, gefesselten und als eher selbst verkleideten Mann wie eine groteske Farce. Der Untersuchungsrichter wollte mit, so nannte er es, dem Aufbruch vom Fest beginnen. Für die erste Szene fand er es nicht nötig, dass wir uns anzogen wie vor drei Monaten. Die Protokollantin saß auf dem Treppenabsatz an ihrem Klapptisch vor einem kleinen Laptop. »Aufnahme Nummer eins«, diktierte der Richter, »Polizeibeamtin in der Rolle von Madame Gambinet.« Eine winzige Frau mit Locken stellte sich in Pose, die Arme angelegt, in einer zu weiten Jacke mit Schößen. Jean Linault stand genauso ausgestopft wirkend am Aufzug, in feilchenblauem Hemd und mit kürzeren Haaren, ohne Handschellen. Ich fand, er sah jünger aus. Die neue Allerweltsbrille mit Metallgestell ließ ihn frischer wirken. Die Tür zum Treppenhaus war geöffnet, ein Teil der Polizisten hielt sich dort auf. Auf dem Treppenabsatz erkannte ich den leidenden Ermittler der Kriminalpolizei und einen der Polizisten, die bei der Verhaftung im Hauseingang dabei gewesen waren. Der Richter wollte wissen, in welcher Reihenfolge die Beteiligten die Wohnung verlassen hatten. Keiner von uns dreien konnte sich daran erinnern. Nach einigem Wirren hin und her einigten wir uns mehr oder weniger darauf, dass Lydie als Erster aus der Tür gegangen war, hinter den Eluardis, die man für keine Verkörperung würdig befunden hatte. Der Richter postierte das neue Ehepaar Manuscrivi sowie Pierre und mich für das erste Foto in der Tür. Madame Gambinet und Monsieur Manuscrivi verlassen die Wohnung des Ehepaars Georges, hinter Monsieur und Madame Eluardi, die in den Fahrstuhl steigen. Nach diesen Präliminarien gingen alle nach oben. Pierre und ich setzten uns ins Wohnzimmer. Pierre fragte mich in ätzendem Tonfall, ob ich beim Baden Nachrichten schauen wolle. Ich hatte nicht die geringste Lust dazu. Er nahm sein Schachbrett und vertiefte sich in die Lösung eines Schachreizels. Ihm war das alles zuwider, ganz besonders, dass er bei jeder erneuten Episode wieder mit der ganzen Affäre behelligt wurde. Als wir die Vorladung zur Rekonstruktion erhielten, schwor er Stein und Beine, er werde nicht teilnehmen. Tatenlos saß ich neben meinem Mann auf dem Sofa und betrachtete unsere Wohnung, die zu normalen Zeiten nie so aussah wie jetzt. Die Kissen schön prall aufgeschüttelt, in gleichmäßigem Abstand, wild aufgeturnte Bücherhaufen in diskrete Stapel verwandelt. Der Boden glänzt, nichts liegt herum. Als hätte meine Mutter alles gewienert. Angesichts von Gerechtsbarkeit Hände an die Hosennaht. Von oben waren Schritte und Stimmen zu hören. Ich sagte, ob er jetzt die Polizistin erwirbt? Hoffentlich nicht. Ich legte mich hin, den Kopf in seinem Schoß. Eine für ihn sehr unbequeme Stellung. Ich fragte, ob er sich jetzt wohl in den Koffer steckt. Erst muss er noch mal zu uns kommen. Er stellte das magnetische Schachbrett auf meinem Busen ab und legte mir den Zeitungsausschnitt mit dem Schachrätsel aufs Gesicht. Auf dem Treppenabsatz hatte Jean Leneau sich verhalten wie ein Fremder, mechanische Bewegungen ausweichender Blick, als wären sämtliche Verbindungen gekappt, sogar die zu den Wänden des Hauses. Auf so eine Kälte war ich nicht gefasst gewesen. In den schlimmsten Jahren, kurz vor der Pubertät, schickten sie mich sommers immer nach Coranson-en-Vergor in eine Ferienkolonie. Dort blieben wir weitgehend uns selbst überlassen. Ich verbummelte die Zeit, alle anderen kamen mir selbstständiger und frecher vor als ich. Manchmal gelang es mir, Anschluss zu finden und mich mit dem einen oder anderen Mädchen anzufreunden. Da wir in verschiedenen Städten wohnten, sahen wir einander erst im nächsten Jahr wieder. Ich freute mich darauf. Aber dann war keiner von ihnen mehr wie vorher. Sie waren abweisend, hochnäsig, als hätte uns nie etwas verbunden. Das traf mich umso mehr, als ich so sehr auf dieses Wiedersehen gesetzt hatte. Unversehens bewegte ich mich etwas ruckeartig. Ein paar Bauern rutschten vom Brett. Ich schlüpfte ins Schlafzimmer und in meine Kluft. Mein Hello Kitty-T-Shirt, die ordentlich gebügelte karrierte Hose und die Kunstfeldmantoffeln. Nebenan hörte ich Pierre maulen. Dann klingelte Jean Leno bei uns mit seinem ganzen Gefolge. Pierre öffnete ihm in blass-rosa Boxershorts. Ich zeigte mich in meiner Staffage. Wir gingen ins Wohnzimmer. Jean Leno besetzte erneut den marokkanischen Stuhl. Wie beim letzten Mal saß er höher als wir, fast genauso marmornblass, heute aber wohlfrisiert und ohne Tick am Mund. Passend zum makellosen Wohnzimmer. Wir machten den Cognac auf, tranken aus leeren Gläsern, löschten die Lampe. Ich schaltete die Deckenlampe an, löschte die Deckenlampe, knipste die Stehlampe an. Ich räumte die aufgeräumten Dinge noch einmal auf. Ich holte meinen heißgeliebten Rowenta. Pierre nahm ihn in die Hand und ging damit auf Jean Leno los. Jean Leno ließ sich in aller Ruhe ansaugen. Je stärker der Richter die Welt in Ordnung zu bringen trachtete, desto mehr schien alles von rasendem Irrsinn geprägt. Unter dumpfem Schweigen begab sich unsere kleine Prozession ins Treppenhaus. Pierre voran. Die Siegel waren entfernt worden. Wir betraten die Wohnung, wo wir im Halbdunkel von zehn Personen erwartet wurden. Wir gingen auf das Schlafzimmer zu. Durch den Türspalt sah ich Lydys Füße mit den roten Riemchenpumps. Als ich das Zimmer betrat, erlitt ich einen regelrechten Schock. Lydie lag unter dem Foto von Nina Simone, ohne ein Haar auf dem Kopf, mit unförmigem, kahlenem Gesicht. Eine grässliche Puppe, angetan mit Rüschenrock und den Gigi Douls. »Würden Sie uns demonstrieren, wie Sie sich davon überzeugt haben, dass Madame Gambinet tatsächlich nicht mehr am Leben war?« Pierre fühlte ihr den Puls. Ich fummelte ihr an den Beinen herum, wie ich es in meinen Aussagen geschildert hatte. Ein unangenehmer Kontakt mit kaltem, dichtem Schaumstoff. Ich wandte ihr den Schal um, einen anderen aus der selben Schublade. Als ich den Knoten anzog, schrumpfte der Kopf. Aufnahme Nummer 14 Madame Joes bindet den Schal, während Monsieur Manuscrivit Madame Gambinets Mund zuhält. Jean Linault vollführte die Bewegungen, ohne die geringste Absicht, es gut zu machen. Er schien die Puppe zu hassen. Es berührte mich eigenartig, den Nachttopf wiederzusehen, die Zinneule, die Standuhr, selbst Nina Simone in ihrem Strippenkleid. Das alles war die Vergangenheit. Ich wusste, ich sah es zum letzten Mal. Monsieur Joes, können Sie sich an Ihre genaue Position im Raum erinnern, als Sie Monsieur Manuscrivit aufforderten, die Polizei zu rufen? Pierre vollführte eine kleine Umdrehung in seinem Röckchen und den Mokassins. Dann sagte er, hier. Was waren Ihre letzten Worte, bevor Sie die Wohnung verließen? Daran erinnere ich mich nicht, sagte Pierre. Und Sie, Monsieur Manuscrivit, erinnern Sie sich? Nein. Madame Joes? Sie sagten, Ihr Mann habe Monsieur Manuscrivit nahegelegt, nicht zu lange zu warten, bis er die Polizei ruft. Ja, genau das. Könnten Sie uns demonstrieren, wie Sie Monsieur Manuscrivit verlassen haben? Pierre und ich gingen aus dem Schlafzimmer. Vor dem Badezimmer hielt der Untersuchungsrichter uns an. Sie gehen einfach so? Sie sagten, Ihr Mann habe Sie mit etwas Nachdruck dazu bringen müssen, die Wohnung zu verlassen. Das stimmt. Würden Sie uns das zeigen? Wir gingen wieder ins Schlafzimmer. Pierre ergriff mein Handgelenk mit seinen Stahlfingern und zog mich zum Flur. Ich ließ mich führen, verließ Jean Lino vor einem Hintergrund aus geblümten Vorhängen, er stand neben dem gelben Samtsessel. Alle wollten Sie durch den Spion schauen. Der Untersuchungsrichter, der leitende Ermittlungsbeamte, der Anwalt Jean Lino's und der Nebenkläger. Ein jeder konnte mit dem gebührenden Ernst konstatieren, dass man in der Tat den Fahrstuhlknopf blinken sah. Der Hauseingang war für unsere Ankunft bereit. Die Protokollantin klebte mit Klapptisch und Laptop vor der müllraumseitigen Wand. Die junge Frau aus dem Zweiten wartete kaugummikauend neben der Tür. Jean Lino stand geduldig neben der Fahrstuhltür. Sie hatten ihn aufgefordert, Hut und Jacke anzuziehen. Auch die Lammfellhandschuhe trug er wieder. Der grüne Mantel hing zu beiden Seiten seines angewinkelten Armes hinab. Linkisch hielt er Lidys Handtasche am Gurt. Auf Aufforderung des Richters öffnete er die Fahrstuhltür und zog den Koffer heraus, der mir weniger prall vorkam als mit Lidys darin. Offenbar war die Puppe biegsamer, ein Glücksfall für Jean Lino, da er ja diesmal das Eintüten ganz allein bewältigen musste. »Und das hier haben Sie gesehen, als Sie aus dem Treppenhaus kamen?« fragte mich der Richter. »Ja.« »Das haben Sie anders ausgesagt. Unter Randziffer D111 werden Sie mit der Aussage zitiert, Madame Gabinets Mantel habe auf dem Koffer gelegen. Ah ja, sehr gut möglich. Wo befand sich der Mantel? Auf dem Koffer. Einverstanden, Monsieur Manuscrivi? Ja. Würden Sie uns zeigen, wie genau der Mantel auf dem Koffer lag?« Jean Lino platzierte den Mantel auf dem Koffer. Ich bestätigte, dass es so gewesen sei. Der Richter ließ das im Protokoll vermerken und ordnete das Foto an. »Monsieur Manuscrivi, würden Sie uns schildern, was Madame Joze sagte, als Sie sie sah?« Sie fragte, was in dem Koffer sei. »Und was antworteten Sie?« »Nichts.« »Ich bewegte mich auf die Haustür zu.« »Würden Sie uns schildern, wie Madame Joze sie zurückhielt?« »Sie nahm die Handtasche und den Mantel an sich.« »Madame Joze, würden Sie uns zeigen, wie Sie Handtasche und Mantel an sich nahmen?« »Ich nahm den Mantel und dann auch die Handtasche, die er immer noch mit gebeugtem Arm hochhielt.« »Endlich sahen wir einander an.« »Und ich fand in seinen Augen wieder, was ich so mochte.« »Über jeder noch so großen Traurigkeit das Flämmchen des Schalks.« »Foto Nummer 32.« »Monsieur Manuscrivi sieht zu, wie Madame Joze Mantel und Handtasche an sich nimmt.« Als der Mannschaftswagen losfuhr, drückte Jean Leno sich ans Fenster. Sie hatten ihm die Handschellen wieder angelegt. Er beugte sich vor, als wollte er mir zuwinken. Ich stand in meinen Pantoffeln vor der Glastür und winkte mit dem ganzen Arm, bis der Wagen gegenüber um die Hausecke bog. Als alle den Ort verlassen hatten, blieb ich noch einen Augenblick allein draußen stehen. Der Parkplatz war menschenleer. Eine schöne, sternenklare Nacht in Deuil-la-Louette. Bevor der Wagen verschwand, hatte er zwischen den geparkten Autos gewendet, um in der Gegenrichtung wegzufahren. Jean Leno saß immer noch zu mir gewandt, doch wegen der Dunkelheit und der Entfernung konnte ich sein Gesicht nicht mehr erkennen, nur die schwarze Form des Hutes, dieses altmodischen Accessoires, das ihn hervorgehoben hatte, und ihn jetzt wieder in die Anonymität der Masse zurückzuwerfen schien. Die Geschichte schrieb sich fort, über unsere Köpfe hinweg. Was auch geschah, es ließ sich nicht aufhalten. Einerseits war wirklich Jean Leno Manuscrivi hier vorbeigefahren, andererseits irgendein Mann, der fortgebracht wurde. Mir fiel ein, dass Jean Leno, immer wenn sein Vater in der Cour Parmentier dem Psalm vorlas, ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer schattenhaften Gemeinschaft empfunden hatte. Ich schaute zum Himmel auf und zu allen, die sich dort befanden. Dann ging ich allein wieder hoch, über die Treppe. Sie hörten Babylon Ich schaute zum Himmel an. Ich schaute zum Himmel an.